...treffen, hat ja eine Ursache. Und dann ist es halt keine freie Wille mehr, also keine freie Entscheidung mehr. Oder ein Ziel. Es ist ja mitten in einem Ziel beabsichtigt. Und somit wäre ja der religiöse Aspekt, der kommt ja immer wieder als Beweis dafür, dass wir Menschen ja den freien Willen haben. Und deswegen uns Gott, was ja auch Quatsch ist, weil wenn Gott uns den freien Willen gibt und gleichzeitig verlangt, dass wir gehorsam sind, das ist ja irgendwie auch einfach nur Quälerei. Das auf der Ebene sowieso. Aber der freie Wille existiert auch gar nicht, weil wir einfach nur, wenn wir nicht unser höheres Selbst erkennen, und das tun die Mehrheit nun mal nicht, dann sind wir halt auf der Ebene, wo wir alles durch Impulse nur darauf reagieren. Ob es innerliche Impulse sind oder äußerliche Impulse, wir reagieren nur andauernd. Also quasi gibt es keinen freien Willen zugesehen. Und diese Argumentation... Ich sage ja immer sehr stark eingeschränkten freien Willen, wo ich aber das Wort freien Willen trotzdem noch einbaue. Das ist ja nicht irgendwie... Das ist ja mit Absicht. Denn schlussendlich haben wir ja trotzdem einen Willen, einen freien Willen, weil wir uns ja im Rahmen gewisser Umstände immer noch per Gedanken, per Logik, per Überlegung immer noch halt entscheiden können. Dann entscheidet der eine mal so, und der andere entscheidet in der Situation mal so. Gebe mir ein Beispiel. Als Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Birne oder eine Banane habe, dann überlege ich, dann entscheide ich mich darüber, ob ich jetzt die Birne nehme oder die Banane nehme. Warum? Und da ist natürlich abhängig davon, welches mir besser schmeckt, das oder das. Das ist dann wieder die Einschränkung. Das ist dann wieder die Einschränkung. Genau, also es gibt da auch kein Freien Willen. Du hast einen gewissen Geschmack, du hast eine gewisse Erträgung, du hast einen gewissen Geschmack. Ja genau, aber warum ich jetzt sage, der eingeschränkte freie Wille und nicht einfach nur, weil wir ja nicht mechanisch sind. Das heißt, im mechanischen System zum Beispiel ist es ja so, dass wenn jetzt ein gewisses Gewicht irgendwo draufkommt, dann springt die andere Seite einfach hoch. Und das sind einfach mechanische Abläufe. Um die Handlung des Menschen von so einem primitiven Mechanismus zu unterscheiden, sage ich dann halt einfach, der eingeschränkte freie Wille. Ja, sehr schön gesagt. Also ich weiß nicht, ob du so spirituell bist. Also man muss ja nicht theologisch sein, also man muss ja nicht religiös sein, wenn man spirituell ist. Ich weiß, also die spirituelle Ebene halte ich nicht für Humbug oder so. Es ist für mich ein interessantes Thema, aber es ist für mich momentan nicht zugänglich. Also ich habe mich momentan nicht mit auseinandergesetzt, um da halt mehr drüber zu reden. Da kann ich dir Bücher von Eckhart Tolle sehr empfehlen. Das ist die Kraft der Gegenwart, dass du gegenwärtig bist, im Jetzt bist und somit die Persönlichkeit beobachten kannst und erkennen kannst, dass du nicht die Persönlichkeit bist, dass du nicht die Stimme in deinem Kopf bist, die ja sich immer wiederholt. Also das Mechanische, was du eben angesprochen hast, diese Maya, in der wir uns verstrickt sind durch Bewertungen und durch Identifikation, das löst sich dann auf und du erkennst, dass du einfach nur das Sein selbst bist, Zen halt. Und aus der Perspektive, aus der Ebene, denke ich, ist freier Wille tatsächlich möglich, weil das die pure Kreativität ist, weil das der Quell ist, der ewige Quell der Kreativität. Von dort aus hat auch Einstein seine Gedanken gehabt, weil, ich sage ja oft, gute Ideen kamen irgendwie aus einem stillen Moment oder im Traum oder so. Wenn man jetzt große Erfinder und Wissenschaftler mal ein bisschen recherchiert, dann erkennt man das wirklich, die größten Ideen, da sagen die, es kam gar nicht von mir. Und dieses mir ist ja das Ego, das zu beobachten gilt und zu deidentifizieren gilt, also als Werkzeug betrachtet und nicht als ich. Und auf der Ebene ja. Da würde ich sagen, also da auch wieder Religion, dein Wille geschehe, im Sinne von nicht das Ego. Ich denke ja, es gibt ja auch in der Religion so Fragmente der Wahrheit, also Nuggets of Truth. aber nicht halt komplett. Ich würde nicht sagen, ich gehöre zu dem Team oder dem Team, aber ich bin religiös aufgewachsen, islamisch geprägt von meinem Vater, aber er hat mich sehr frei aufwachsen lassen. Ich durfte, sein bester Freund war ein baptistischer Pfarrer und wir sind auch mal zu den Buddhisten gegangen und hat uns gesagt, macht, was ihr wollt, findet nur einen tieferen Weg, eine tiefere Ebene als dieses plastische, oberflächliche. Und somit habe ich auch für mich so überall aus jeder Religion so ein paar Sachen mitgenommen und erkannt, dass es auch schon sehr, sehr, sehr was dran ist. Also für mich, ich bin nicht die absolute Wahrheit. Ich habe nur eine Frage. Ja, bitte. Du hast ja vorhin gesagt, wenn man jetzt zum Beispiel in der Meditation ist, also das, was ich vorhin gesagt hatte, dass man mir vorstellen kann, dass vielleicht irgendwo da irgendwas in Richtung freien Willen ist. Aber so genau kann ich es auch nicht definieren, weil wie gesagt, hier ist die Frage natürlich, wenn man jetzt Erkenntnisse hat durch eine spirituelle Eingabe hat oder beziehungsweise in so einem Zustand ist, in der Meditation ist. Und man redet jetzt vom freien Willen. Es ist die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Meditation bin, führe ich dann eine Handlung aus oder führe ich eine Entscheidung aus in der Meditation, dass man sagen kann, okay, das ist freie Wille? Also das ist halt die Frage, wie du Meditation definierst. Im Grunde, wenn du irgendwann mal so weit bist, dass du erkennst, dass du gar keine Meditation mehr brauchst, sondern alles eigentlich eine Meditation ist. Also alles, was du in der Gegenwart komplett präsent machst, ohne dich verstricken zu lassen mit dem Konzept der Zeit, was der Verstand einfach nur ein, das ist ja einfach nur ein Konstrukt. Zeit existiert ja so nicht. Es gibt ja keine Riesenuhr, die im Universum tickt. Also die Erde, das ist ein Riesenstein, da dreht sich einmal, das nennen wir Tag, dann dreht sich der Mond einmal oder auch ein anderer Stein um die Erde, das nennen wir Monate und dann Jahre um die Sonne. Das sind Riesensteine, die sich drehen. Das ist, mehr ist da nicht. Zeit existiert nicht. Und sobald man dieses Konzept aufgibt und in der Gegenwart erkennt, dass alles in der Gegenwart ist, selbst die Gedanken der Vergangenheit und der Zukunft passieren immer in der Gegenwart. Und wenn du diesen Zustand halt andauernd hast, dann brauchst du auch keine Meditation mehr. Aber für die, die ja da reinkommen wollen, ich sag mal in Anführungszeichen Anfänger, klar, dann setzt man sich hin, dann hat man ein paar Atemzüge, spürt seinen eigenen Körper, spürt seine eigene Präsenz und dann fühlt man, dass die Gedanken auch immer wiederholen, sich wiederholen und dann beobachtet man, man kommt aus dem Strom der Gedanken raus und beobachtet die Gedanken und hört auch die Stimme und erkennt, dass man eine andere Instanz ist, die all dieses nur wahrnimmt. Also man ist quasi der Wahrnehmer, der Beobachter, so wie die Indianer, ich glaube, das waren die Hoppy-Indianer, die haben es genannt, das Auge, das innere Auge, also das reine, unbeurteilende, also urteillose, unwertende Beobachten, das Wahrnehmen. Wenn du in den Zustand kommst, dann gibt es auch kein Wollen, also das Verlangen, was Buddhismus als die Wurzel des Übels bezeichnet wird. Verlangen wollen bedeutet nicht haben und wurzelt im Mangel und dadurch im Leid. So, wenn du in den Zustand kommst, was ist dann noch die Entscheidung? Also du bist, ich sage mal so, dein Verstand transzendiert sich dann langsam in die Ebene, dass du... Du bist stumm. Auf der Bewusstseinsebene, wo die Probleme... Ja, du warst gerade stumm. Oh, 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 oh. Bin ich jetzt wieder da? Ja, du bist da. Alles klar. Also das Ding ist halt, Probleme entstehen auf einer gewissen Bewusstseinsebene, und wenn man auf derselben Bewusstseinsebene seine Probleme lösen möchte, das ist natürlich psychopathisch. Man muss natürlich auf eine andere Ebene gehen, um diese Probleme zu lösen und da ist es, wo die neuen Gedanken kommen, die frischen Gedanken kommen auf einer anderen Ebene. Ja, also ich weiß nicht, ob das was damit zu tun hat, was du gerade erzählt hast, aber das erinnert mich so an eine Sache, wobei ich aber natürlich auf keiner Ebene bin, was das angeht, aber dennoch habe ich mal so ein Erlebnis gehabt, wo ich halt, was mich daran erinnert, was du erzählt hast und so. Ich saß mal einen Tag im Auto und habe... Macchiavelli, sorry, ich höre dich die ganze Zeit hier doppelt, es tut mir leid, ich verstehe kein Wort. Kann ich kurz rausgehen und du holst mich noch mal rein, weil ich verstehe kein Wort gerade. Irgendwas ist hier nicht richtig. Okay. Ich schicke noch mal eine Anfrage. Jason? Hallo, Raziel, hallo, Stena. Hallo, hallo, Macchiavelli. Hallo, hörst du mich jetzt? So, jetzt ist alles gut. Perfekt. Entschuldigung, du hast eine Geschichte erzählt. Bitte fang nochmal an. Genau. Also ich hatte, ich saß ja, ich saß mal einen Tag im Auto und da war halt ein Kollege, der halt das Auto gefahren hatte und der ist dann rausgegangen, hat dann einen geraucht und ich saß dann halt drinnen auf dem Beifahrersitz. Ja, und dann habe ich so halt, keine Ahnung, mir gingen dann halt so ein paar Sachen durch den Kopf, so in mein Leben, die halt richtig schief gelaufen sind und ich habe mir verschiedene Ebenen in meinem Leben angeguckt, also verschiedene Abschnitte in meinem Leben so halt durch den Kopf gehen lassen und es ist halt so, dass jeder, jeder Abschnitt meines Lebens immer irgendwas war, was einfach scheiße war, so was, wo ich nicht so ruhig sagen konnte, so jeder andere Mensch hat da nicht das Problem und da nicht das Problem, bei mir ist es hier so, bei mir ist es hier so und bis zu dem Zeitpunkt, bis zu dem Tag, wo ich da halt saß, war mein Leben einfach immer krass, irgendwie, ja, nicht so wie immer in anderen Menschen so und ich hatte halt diese Überlegung und auf einmal, auf einmal habe ich so ein, ja, so eine, ja, ich würde nicht sagen Stimme, sondern so eine, ich weiß nicht, ob man Eingebung sagen kann oder eine Idee sagen kann, aber die war plötzlich da, so diese, es war eine Aussage, diese Aussage war plötzlich in meinem Kopf, so aber so, oh plötzlich, so ohne, dass ich irgendwie eine Stimme gehört habe oder dass ich da vorangehend etwas überlegt habe und unabhängig vom Thema, also, ne, ich bin ja vom Thema nicht abgewichen oder so oder nicht in Gedanken nicht woanders hin gestreift mit den Gedanken, kam eine Aussage in meinen Kopf und die lautet einfach nur, du hast alles, was du brauchst und diese Aussage, aber warte, das ist ja das Krasse, das ist ja das Krasse, diese Aussage beinhaltete mehr, als man es erstmal hört, denn, und das ist ja das Krasse, es ist eine Aussage gewesen, die auf einmal da war, die, wo ich keine Überlegung vorher dahingehend hatte oder gar nichts, es war einfach, als ob mir irgendwie ein Satz in den Kopf gelegt worden ist und dieser Satz hatte aber mehr Inhalt, viel mehr Inhalt, als man das jetzt erstmal so denkt und zwar, es bedeutet nicht, es ist, diese Aussage bedeutet in dem Moment nicht, sei zufrieden mit dem, was du hast, fertig, du hast es gegen Leute, die sind irgendwie, ne, es ist nicht das gewesen, du hast alles, was du brauchst, war nicht das gewesen, sondern es war damit gemeint, du hast Hände, du hast Arme, du hast Beine, du hast Füße, die funktionieren, du hast einen Kopf, du hast ein Gehirn, das funktioniert und du bist nicht anders als alle anderen Menschen auf der Welt, also du hast eigentlich die Fähigkeit, alles zu erreichen, alles zu tun, was du willst, was du wünschst oder wie du es dir vorstellst und das heißt eigentlich, ja, achso, sorry, ich wollte dich nicht, wollte dich reinspringen, das Wort, das hat eigentlich, ja, nee, alles gut, erzähl, erzähl, also ich habe Gänsehaut bekommen, das ist unglaublich, was du gerade erzählst, weil ich, man hat ja so seine intimstes Inneres drin, wo man denkt, kein Mensch würde das je erfahren, aber dass du genau dasselbe, ich habe das halt mit anderen Worten, ich habe diese Eingebung mit anderen Worten bekommen, in einem ganz tiefen Zustand des Seins, habe ich plötzlich den Gedanken gehabt, du hast in dir alles, was du brauchst, ja, und da wurde ganz klar unterschieden zwischen allem, was du willst, weil das Wollen ja vom Ego kommt, aber das Brauchen beinhaltet auch die Herausforderungen, die man im Leben hat und dass man wächst und man bekommt immer all das, was man braucht, genau das war der Satz, du bekommst alles, was du brauchst, nicht immer alles, was du willst, aber du bekommst immer alles, was du brauchst und seitdem wache ich morgens auf und wenn jemand fragt, wie geht es dir, Jason, dann sage ich, wie geht es gut, ich atme, ich lebe und ich bin dankbar. Also bei mir ist es so, dass mir das halt gezeigt hat, auch gleichzeitig, dass mich das halt von Bindungen gelöst hat, so dass ich halt auch gelernt habe, also in der Zwischenzeit gibt es ein Vieles mit, aber eines der Sachen, die halt sehr stark waren, war halt, dass ich mich gelöst habe von Abhängigkeiten und meine Entscheidungen und mein Vorhaben nicht dem untergrabe, was andere wollen oder was andere zu mir sagen oder was andere von mir erwarten vor allem. Und ich habe dann halt angefangen, mein Leben zu sehen als mein Leben und nicht als das Leben als Teil eines von anderen, weil gerade bei Leuten, bei Muslimen oder halt bei Türken ist es so, dass die Familie, die Umgebung, die Gesellschaft eine große Rolle spielt, wie du dich entwickelst, wie du bist, was du zu sein hast, etc. Absolut, absolut und weißt du, wenn wir das ganz mechanisch betrachten, selbst wenn wir das ganz mechanisch betrachten, also von Millionen von weißen Schwimmern, ich weiß nicht, ob man den Namen jetzt hier auf TikTok sagen darf, aber von Millionen von weißen kleinen Schwimmern in die Einzelne hat es einer geschafft und hat sich da zum Mensch geworden. Wir sind eigentlich von Millionen und anderen geborene Gewinner in dieser Welt. Wir sind schon, als Gewinner kommen wir in die Welt und dürfen die Erfahrung Leben machen. Das ist doch grandios, das ist doch unglaublich. Also allein aus dem Standpunkt heraus zu leben, dass man sagt, ich bin geboren, einfach schon, ich mache diese Erfahrung hier, was anderen vergönnt bleibt, ob wir jetzt das Seelen nennen oder die weißen Schwimmer, ja. Aber man muss auch eine Sache dazu sagen, jetzt bewertest du das so krass über und ich bin dann wieder einer, der da wieder halt das Ganze wieder ein bisschen runterzieht und sagt, hey, wäre es nicht der Fall, wäre ich ja warum nicht traurig. Ja, das stimmt, weil Trauer gar nicht existiert. Genau, das wäre mir in dem Moment ja auch in Anführungsstrichen egal, es wäre mir nicht egal, weil ich ja nicht mal das Egal verspüren würde, aber es wäre nichts, was mir jetzt irgendwie Sorgen gemacht hätte. Ja, Machiavelli, weißt du, auch in der Sache sehe ich was Gutes, weil, guck mal, ob wir geboren wurden oder sterben werden, eine Sache existiert auf jeden Fall nicht, wenn wir sterben, Schmerz. Es existiert keine Trauer, es existiert auch keine Angst. Also, selbst wenn manche sagen, ja, da ist einfach nur dunkles Schwarz, auch das existiert nicht, weil das dunkle Schwarz auch nur ein Gedanke jetzt in unseren Köpfen ist. Also, so oder so, es wird Frieden sein. Also, Frieden kann man sagen, ist das Nächste zu dem, was sein wird, ob es einen Gott gibt, ob es eine spirituelle Ebene gibt oder nicht. Also, das war es so, diese Aussage, was du gesagt hast, das stimmt. Also, wenn jemand zu mir sagt, ja, manche kommen ja zu mir und sagen so, ja, was denkst du denn, was nach dem Tod passiert, einfach nur Schwarz oder was? Nein, es gibt ja keine Wahrnehmung mehr, entsprechend können wir auch kein Schwarz beurteilen oder halt kein Schwarz wahrnehmen. Aber das Gleiche gilt auch wieder für das, was du jetzt gesagt hast, im Zweiten, dass es der ewige Frieden ist oder in sowas in der Richtung, weil das verspüren wir auch nicht. So, ich, wenn ich mir Gedanken mache über den Tod oder über das, was ist, wenn wir gestorben sind, habe ich ein super Beispiel, wie du das erfahren kannst, was nach dem Tod sein könnte. Ja. Willst du das mal hören? Bitte. Du musst dir einfach nur die Zeit vorstellen, als Beispiel, wo deine Eltern sich kennengelernt haben. Das, was bedeutet für dich diese Zeit, im Grunde gar nichts, weil du nicht existiert hast. Du hast keine Einflüsse von der Zeit, du hast keine Gedanken, du hast dich weder gut gefühlt noch schlecht gefühlt, du hast keine Erinnerung, also das, was dein Zustand in diesem Moment war, wo deine Eltern sich kennengelernt haben oder generell alles, was vor deinem Leben war, dieser Zustand ist derselbe Zustand, wie wenn du einfach nicht mehr da bist, gestorben bist. Also es macht keinen Sinn, sich da groß Gedanken drüber zu machen, weil wir machen uns nur die Gedanken, weil wir leben. Aber wenn wir gestorben sind, gibt es das nicht. Was weißt du, ich glaube, dass genau das ist, genau das, was du sagst, ja, es sind alles nur Gedankenkonzepte, alles außerhalb der Gegenwart sind nur Gedanken. Wenn du dir mal vorstellst, du sitzt jetzt gerade hier und die einzige Wahrheit ist das, was du siehst, schmeckst, hörst und riechst und alles andere außerhalb dieser Bubble sind Gedanken, ja, also alles andere ist eine Vorstellung, sei es zeitlich oder räumlich, ja, und die Frage ist, wie lange lebst du in der Wahrheit, erkennst du, dass du in der Wahrheit lebst und wie lange lebst du in diesem konzeptionellen Denken, strukturellen, ja, abstrakten Denken von, ah, da irgendwo ist jetzt Amerika, hier irgendwo ist die Welt. Nein, 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 nein. Das Selbstbild und das Weltbild sind erschaffene Bilder unseres Verstandes und beeinflussen uns aber so stark. Klar, wenn du ein bewusstes Leben leben willst, dann erschaffe bewusste Weltbilder und bewusste Selbstbilder, die dich in deiner Entscheidung, in deiner Wortwahl und in deiner Art beeinflussen, ja, das ist es halt. Erschaffst du ein bewusstes Selbstbild, ein bewusstes Weltbild oder lässt du dich wie ein Blatt im Wind von allem beeinflussen? Das ist für mich die Frage, die man sich stellen soll und wenn man sich natürlich ein negatives Weltbild erschafft, die ganze Zeit im Kopf, durch Medien oder was auch immer, durch blababla, dass alles schlecht ist und alles blöd ist und blabla, das ist, das prägt natürlich auch dein Gedankengut, das prägt natürlich auch die Art, wie du dich äußerst und dementsprechend auch dann, wie du auf Menschen wirkst und dann welche Menschen du anziehst also diese Butterfly-Effekte dann komplett da, also das Schneeball, das ist formt natürlich, lass uns doch mal sehr begrüßen, wartet jetzt schon sehr gut. Sorry, ich habe viel zu dir geredet. Alles gut, ich höre euch zu, hallo zusammen. Ich wollte, ich habe mich gefragt, was euer Thema ist, geht es um freien Willen oder? Genau. Eigentlich nicht, also bei uns gerade ging es um freien Willen, ja. Ich habe das Thema jetzt reingebracht, aber genau, darum ging es jetzt, also es ist ja immer abhängig von dem, der reinkommt, was das Thema ist so. Ah, okay. Und wie haltet ihr das? Also Jason erstmal, was sagst du zum freien Willen? Oder was denkst du? Hat er doch erzählt, oder? Ich bin nicht die ganze Zeit da. Also ich denke, dass der freie Wille eigentlich nicht existiert. Okay. Auf der menschlichen Verstandesebene existiert er nicht. Es sei denn, man pranzendiert auf eine höhere Ebene, also man sieht sich selbst spirituell gesehen, ja. Aber so, wie wir es begreifen, existiert kein freier Wille, weil jede Entscheidung durch einen inneren oder äußeren Impuls nur eine Reaktion darauf ist. Stark, stark. Okay, Machiavelli, was ist mit dir? Teilst du seine Meinung? Ja, im größten Zeit ja. Okay, ja krass. Das ist ja langweilig. Ich sehe das nämlich genauso. Wir haben alle dieselbe Ansicht darüber. Da gehen wir jetzt einfach alle raus und ich auch. Ja, Schopenhauer war das, glaube ich, der gesagt hat, der Mensch kann zwar tun, was er will, aber er kann nicht wollen, was er will. Und das finde ich ziemlich präzise, weil, wie du gesagt hast, Jason, alles hängt von äußeren Einflüssen ab. Also meine Gehirnströme sind ja auch nichts anderes als physikalische, chemische Prozesse, die ich nicht beeinflussen kann. Und wenn ich die nicht beeinflussen kann und die da sind, dann stellt sich ja die Frage, wie weit habe ich entschieden, was ich entschieden habe? Oder wie waren die Umstände? Also haben die Umstände das ermöglicht, dass ich so entscheiden musste? Es gibt etwas ganz Unheimliches. Sorry, dass ich da kurz einhacke. alles gut. Es gibt etwas ganz Unheimliches. Unsere Sinne haben ja auch eine gewisse Dauer, bis sie die Information ins Gehirn transportieren. Richtig? Also es gibt so 0,0-hundertstel, irgendwie tausendstel Sekunde, bis die Information von außen nach innen ins Gehirn transportiert wird. So in dieser Sekunde, das heißt, dass wir die Realität eigentlich immer ein paar Sekündelchen später wahrnehmen, als sie wirklich passiert. Okay, was schlussst du daraus? Wir leben in so einer versetzten Realität quasi, dass selbst die Entscheidung, und das kannst du auch genauso, die Entscheidung in unserem Gehirn, bis sie in unser Bewusstsein kommen, dauern ja auch irgendwie ein bisschen was. Das heißt, bevor die Entscheidung getroffen wird, das hat man auch unter MRT gesehen, dass bevor Entscheidungen getroffen werden, also einem bewusst wird, dass man die Entscheidung trifft, schon gewisse Areale im Gehirn aufblitzen und zeigen, dass diese Entscheidung bereits gefällt worden ist, bevor du quasi dir bewusst wurde, dass sie gefällt worden ist. Das ist zu dem, was du meinst. Ja, stark. Ja, ja. Also ich sehe das sogar als Indiz dafür, genau. Ja, ich habe die Dokumente auch gesehen. Ja, ja. Sehr, 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 sehr interessant. Voll. Und Jason, wenn ich fragen darf, bist du religiös? Religiös würde ich nicht sagen, aber ich würde... Spirituell. Spirituell, ja, agnostisch. Ich weiß auch vieles einfach nicht. Ich habe nicht auf alles antworten und das ist auch schön, in dieser Unsicherheit zu leben, dass man etwas nicht weiß. Man muss ja nicht immer alles wissen. Man kann das anstreben, aber ich weiß nicht alles. Stark. Okay. Und du, was bist du? Also religiös oder? Nein, ich bin auch nicht religiös. Also ja, ich würde auch sagen, agnostisch, atheistisch. Aber ja, Razele ist... Also guck mal, ich würde euch vorschlagen, dass ihr das für euch überdenkt, ob ihr Aggotisten seid. Willst du uns jetzt hier überzeugen? Ja, ja, genau. Nein, ich will euch, ich will einfach nur, dass ihr versteht, dass es jetzt, was ist jetzt, ich sage jetzt, weil ich habe eine Definition dafür, ist einfach erschaffen, und zwar Aggotist. Ich habe das Wort erfunden, weil der Grund ist, also ich bin zwar auch, aber im ersten Moment würde ich sagen, so halt agnostisch, aber der Unterschied ist einfach nur zum Agnostiker, dass ich auch gleichzeitig, also auch wenn ich sage, ich weiß nicht, ob es einen Erschaffer gibt oder nicht, oder was auch immer der Entstehungsgrund des Universums ist, das weiß ich alles nicht, aber was ich aber weiß, ist, dass es halt kein Gott ist. Und das ist halt das, der Unterschied zwischen, zwischen einem Agnostiker und mir im Grunde, weil, weil ein Agnostiker sagt ja auch, er schließt einen Gott nicht aus. Er glaubt nicht an einen Gott. Aber es gibt auch kein Wort, das genau meine Position definiert, der halt sagt, ich schließe halt einen Erschaffer nicht aus, aber ein Gott schon. Moment, also du sagst, es gibt keinen Gott, aber es gibt einen Schöpfer. Nein, es kann einen Schöpfer geben. Ach so. Machiavelli, Moment, Agotist und Atheist, worin unterscheiden die sich? Der Atheist sagt ja, es gibt auch keinen Schöpfer. Okay. Der Agnostiker sagt, er schließt einen Gott auch nicht aus. Und das sind beides die Argumente, die ich nicht vertrete. Also es kann sein, dass es einen Schöpfer oder einen Erschaffer gibt. Das, was der Atheist halt behauptet, dass es nicht der Fall ist. Und, aber dieser Erschaffer ist halt definitiv nicht irgendein Gotteswesen. Also du glaubst daran, dass auf jeden Fall alles erschaffen wurde? Nein. Schlieb du dich aus, sorry. Ich schließe es nicht aus. Es kann auch sein, dass es zuverlässig ist. Es kann auch sein, dass ein anderer, keine Ahnung, es kann auch sein, dass wir einfach nur ein Bakterium sind, also das ganze Universum, ein Bakterium von einem anderen Körper. Es kann auch sein, es könnte alles Mögliche sein. Ich lege mich da nicht fest, aber was ich weiß, ist, dass es nicht Gott ist. weil der Punkt ist, warum ich behaupte, dass ich das weiß, woher willst du das wissen? Genau. Genau, der Punkt ist, warum ich das weiß, dass es kein Gott ist, ist, weil ich ja weiß, wo Gott herkommt, wo Gott entstanden ist, wie Gott entstanden ist. Dafür haben wir Nachweise. Wir haben ja archäologische Nachweise darüber, wie diese Gottesidee entstanden ist, das, was Gott ausmacht, dass er die Menschen erschaffen hat, dass er die Menschen prüft und dass er die Himmel und Hölle geht und tralala. Also diese ganzen Ideen, die Idee eines Schäpfers namens Gott, der halt eingeschaffen hat, der eine Absicht hat. Wir erkennen die Gottesabsichten in der Vergangenheit, wie diese Absichten, diese angeblichen Absichten in der menschlichen Welt entstanden ist. Diese Absichten sind halt durch bedingte Natur entstanden. Die Natur ist so, dann hat man das interpretiert als Mensch. Ja, da ist ein großes Wesen, der beachsistigt, dass es so, so, so ist. Und dann hat man festgestellt, ah, dieser Gott ist also so. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Tier opfert und dann fängt es an zu regnen, weil man das Tier für das Gott geopfert hat, dann hat man festgestellt, ah, dieser Gott will Opferung. Das heißt, man hat ein Wesen definiert, abhängig von der Natur, von den Umständen. Und das ist Gott. Und das ist falsch. Diesen Gott gibt es nicht. Das ist nur menschliche Interpretation der Natur und der Ereignisse, die man nicht erklären konnte. Aber es könnte trotzdem einen Gott geben, Bruder. Nicht die, die du vielleicht kennst. Die lehnst du ja ab. Aber einen, den wir nicht kennen. Aber Rasiel, da muss ich auch was sagen. Guck mal, ich weiß nicht, ob ihr Ricky Gervais kennt. Er ist so ein sehr bekennender Atheist auch. Ricky Gervais, sagt er, ich glaube ich. Nein, mir nicht. Comedian. Er hat so quasi The Office gemacht. Das ist der Vorgänger von Stromberg. Egal. Auf jeden Fall hat er, ja, er hat gesagt in einem Interview mit Jimmy Ferris, glaube ich war das, hat er gesagt, eigentlich ist jeder Religiöse auch irgendwo ein Atheist, weil, wenn man bedenkt, es gibt 3000 Götter, ja, wenn man die ganzen Indischen und Griechischen und was weiß ich, alle zusammennimmt. Wenn du als Moslem oder als Christ, als Muslime oder Christ an einen Gott glaubst, dann verleugnest du ja die anderen 2999. Das heißt, du bist denen gegenüber Atheist und glaubst an einen Gott. Dann bist du irgendwo auch Atheist, auch als Gläubiger. Ja, ja, ich kenne das, ich kenne das Beispiel, ja, aber es gibt ja auch die Aussage, dass Gott auch ein Atheist ist. Genau. Alhamdulillah bin ich Atheist. Also, weil Gott, oder, ich nehme eigentlich vielleicht richtig falsch, glaubt Gott, dass er erschaffen wurde? Nee, er weiß es. Dass er nicht erschaffen wurde. Ja, gut, aber, ne, die Gläubigen, also, die Atheisten glauben, die wissen ja auch, dass sie nicht erschaffen worden sind. Ja, die glauben es zu wissen. Also, Atheisten vermuten es zu wissen. Aber wissen können wir es nicht. Nein, Bruder, wir können das nicht wissen. Aber wenn, nein, nein, wir reden gerade von einem Atheisten. Der Atheist sagt, dass er nicht erschaffen worden ist. Er sagt nicht, ich weiß es nicht, sonst wäre er kein Atheist, dann wäre er ein Agnostiker. Ein, einer, der sagt, ich weiß, ich weiß, dass ich nicht erschaffen wurde, dass es keinen gab, der mich erschaffen hat. Das ist ein Atheist, also ist Gott auch ein Atheist? Weil Gott sagt ja auch, dass er weiß, dass er nicht erschaffen worden ist von irgendeinem Erschaffer. Ja, okay, das geht jetzt ins Philosophische, aber dann würde ich sagen, der Atheist, wenn es diesen Gott gibt, kann das nicht wissen, der Gott schon. Also, wenn er allmächtig wäre oder wenn er, wenn er ein Gott ist, so, dann wüsste er es ja. Der Atheist, ja, hat halt, er vertritt die Position, dass er davon überzeugt ist, dass er nicht, dass es nicht andere Götter gibt. Hast du diese Idee vom Atheist verstanden? Also, ich habe, wenn ich ehrlich bin, keinen großen Unterschied zu einem Atheisten erkannt. Vielleicht musst du mir nochmal helfen. Nee, warte, warte, wenn, dann dürftest du keinen Unterschied zum Agnostiker, aber zum Atheisten ist ja noch ein anderer Sprung. Also, wie gesagt, Atheist sagt ja, dass es definitiv keinen Eschaffer gibt. Und ein Agnostiker sagt, ich weiß nicht, ob es einen Eschaffer gibt. Genau. So, aber der Atheist schließt dabei halt so ein Gotteskonzept nicht aus. Und ich schließe ein Gotteskonzept aber definitiv aus. Weil, was ist ein Gotteskonzept? Ein Gotteskonzept ist immer ein Wesen, der halt die Menschen erschaffen hat, mit Absicht, der die Menschen auch sieht und beobachtet, vielleicht auch bewertet und dann halt Einfluss auf das menschliche Leben nimmt. So, das ist ein Gott. Aber dieses Wesen gibt es nicht. Also, es gibt kein, ich weiß, dass dieses Wesen von Menschen erfunden worden ist. Und deswegen gibt es keinen Anlass dazu, weiterhin an einen Gott zu glauben oder zu glauben, dass es einen Gott geben könnte. Das ist so ähnlich wie, wenn jemand sagt, okay, es könnte einen Riesenspinnen geben. Und dann kommt einer und sagt, ja, also glaubst du daran, dass es Spiderman geben könnte? Nein, es gibt keinen Spiderman. Ja, aber du sagst doch, dass es eine Riesenspinne geben könnte. Ja, aber Spiderman ist ja eine Erfindung. Das haben wir Menschen erfunden und das ist eine fiktive Figur. Wir wissen, wo die entstanden ist. Wir wissen, wer halt ihn gezeichnet hat, wie er auf die Idee kam. Tralala. Das heißt, wenn wir jetzt von einer großen Spinne reden, dann reden wir nicht automatisch von Spiderman. Weil wir wissen, wie Spiderman entstanden ist. Das muss nicht die große Spinne sein. Also die große Spinne schließe ich nicht aus, aber ich schließe aus, dass Spiderman echt ist. Weil ich weiß, dass Spiderman aus seiner fiktiven Vorstellung kommt. Und Gott kommt auch aus seiner fiktiven Vorstellung, aus Interpretationen des Lebens, aus Naturereignissen etc. Was aber den Erschaffern nicht, was aber nicht bedeuten muss, dass es keinen Erschaffer gibt. Aber diese Gott ist eine menschliche Kreation. Genau. Aus Sehnsüchten, Wünschen, Erfahrungen. Genau. Ja, ich verstehe schon. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Konzept auch. Was nicht bedeutet, also kennt ihr das Allmachtsparadoxon? Ja. Ja. Das heißt ja, dass es die Allmacht gar nicht geben kann. Weil wenn, sagen wir mal, nehmen wir mal Gott, der Allmächtige, der müsste dann einen Stein erschaffen, den er nicht heben kann, aber auch heben müsste. Also kann er einen Stein erschaffen, den er nicht heben kann? Weil dann würde er beweisen, dass er, wenn er ihn nicht heben kann, nicht allmächtig ist. Also dieses Konzept der Allmacht an sich ist völlig damit aufgehoben. Das funktioniert schon gar nicht. Und Religion, das fängt bei mir schon, wenn man jetzt die abrahamitischen Religionen nimmt, okay, Adam und Eva hatten drei Söhne, Abel, Kain und Seth. Und dann, wie ging es weiter? Also wurde die Mutter geschwängert? Also jetzt mal ohne respektlos zu sein, das möchte ich nicht, auf gar keinen Fall. Jeder, der religiös ist, hat auch seinen Weg irgendwo darin gefunden. Und wenn er ein guter Mensch ist, soll er das auf jeden Fall bitte weitermachen. Jeder hat seinen Weg. Aber im Grunde, das sind so Fragen, die für mich auftamen, als ich Kind war. Und alles, was ich von meiner Familie gehört habe, Junge, das ist so, da muss man jetzt nicht nachfragen. Gott ist ein sehr komplexes Wesen. Und halt, was du meintest, Machiavelli, also dass immer diese Phrasen kommen, wo keine Antworten sind und dass man so etwas Wertvolles wie dein Leben einfach aufs Spiel setzt, dass man am Ende irgendwie etwas nachgeht, was vielleicht dich total beschränkt hat in deiner Freiheit, in dem, was du bist, in deiner Entwicklung. Und du hast diese Antworten einfach nie bekommen. Das ist doch super wichtig. Warum sollte man das nicht erfahren? Warum sollte Gott da keine Antwort dazu haben? Wieso muss man immer bei Grenzfragen, was Religion betrifft, immer sagen, ah ja, okay, ich bin dumm, ich bin ein doofes Schäflein und Gott weiß schon alles. Und deswegen glaube ich, ja gerade, wenn du doch sagst, das kann man nicht erklären, dann solltest du doch nicht blind dem folgen, wenn man das nicht erklären kann. Also es gibt da auf jeden Fall viele, viele Ansatzpunkte, wo man alles debanken kann, bis auf Grund und Boden. Und mir tun meistens auch wirklich Menschen leid, die ein religiöses Weltbild versuchen zu verteidigen irgendwo. Das musst du ja gar nicht. Mach es doch für dich im Entschirm. Es ist dein Gott, weißt du, mach es doch für dich. Ja, interessant. Ja, das mit der Allmacht, wir hatten das ja letztens mit Machiavelli, das Thema und die Frage, ob Gott halt gleichzeitig zwei verschiedene Sachen machen kann. Und da fällt das ganze Konzept eigentlich. Es ist ganz einfach. Allmacht kann es nicht geben. Das ist einfach nur, wie Machiavelli mit Spider-Man das Beispiel gebracht hat. Absolut. Eine Erfindung. Machiavelli, nur kurz, Christuskind hat gefragt, ob ich dich fragen kann, ob du den einen Christen annehmen kannst. Der möchte hoch. Hast du eine Anfrage? Wer hat Babybruder oder was? Ich weiß es nicht. Die hat jetzt den Namen nicht geschrieben. Die meinte, ich sollte nur dich fragen, ob du den annehmen kannst. Vielleicht ist der das ja. Ja, nehm ich, aber ich weiß nicht, ob der das ist. Ja, nehm ich. Ja, komm, wir nehmen einfach mal jetzt. Egal, er möchte nicht mehr hoch. Ah, okay. Das ist der dann, wo er ist. Hallo, Babybruder. Es ist hier schon mal los. Hallo, hallo. Wie geht es euch erstmal alles zusammen? Also ich wollte nur kurz anmerken und zwar meiner Meinung nach gibt es zwei Modelle. Einmal gibt es den monotheistischen Glauben und einmal gibt es diese mehreren Götter. Warum bin ich auf diese Erkenntnis gekommen? Weil ich sozusagen versucht habe, in dieses Herz eines Menschen zu gucken und beobachtet habe, wie es Menschen gibt, die wirklich darauf hoffen, dass es am Ende eine Gerechtigkeit gibt und es gibt Menschen, die selbst denken, dass sie die Gerechtigkeit sind. Also selbst denken, dass sie sozusagen ein Gott sind und am Ende gibt es sozusagen, wenn wir alle sterben und das ist eigentlich meine einzige Message, die ich hier einmal loswerden will, dann kann ich auch gerne wieder runtergehen. So einen Baum, wenn wir auferstehen, der wird sozusagen Baum Sarkun genannt, aber stellt euch einfach vor, es ist ein Baum, der eine Frucht hat und diese Frucht, meine Damen und Herren, bitte ich euch nicht zu essen. Das war es von meiner Seite aus. Ich wünsche euch noch einen Ich habe nichts verstanden. Warte, warte, bevor du gehst. Ich habe die Analogie jetzt nicht verstanden. Also, wenn wir sterben irgendwann, wir werden ja alle sterben, das ist ja eine safe Sache, da gibt es nichts, irgendwie, keinen Widerspruch, richtig? Wir werden ja alle sterben. Wenn wir sterben, werden wir ja sozusagen wieder auferstehen. Weil wir sind ja sozusagen nur in einem Traum. So werden wir schlafen, wenn wir schlafen und aufwachen von Traum, erinnern wir uns ja nur an ein paar Sekunden. So wird es auch bei der Auferstehung sein, diese 70, 80 Jahre oder 30, 40 Jahre, je nachdem, wie lange man gelebt hat. Warte, stopp, 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 stopp. Ganz kurz. Ich finde, das ist jetzt ein Schritt, den du schon zu viel gemacht hast, weil du hast jetzt einen Traum erwähnt, als Beispiel. Aber ein Traum ist ja etwas, worüber du reden kannst. Warum? Weil du danach wieder aufwachst und jetzt ein Feedback geben kannst. Und dass du jetzt aber über das nach dem Tod passiert, das ist jetzt etwas, worüber du nicht reden kannst. Du nicht. Weil du die Erfurt gemacht hast. Du hast recht, ich bin nicht gestorben. Darauf bist du hinaus. Ich bin nicht gestorben. Genau, wir können Träume beobachten, messen. Wir können dich anschließen, dann weißt du, du träumst. Also du hast recht, du hast recht, ich habe keinen Beweis dafür, weil ich noch nicht vom Tod zurückgekommen bin. Aber der Traum ist für mich ein Beispiel vom großen Tod sozusagen. Weil es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass in der Zeit des Einschlafens und des Aufstehens eine bestimmte Gewichtsmasse, also sozusagen beim Schlafen gehen, verliert sich diese Masse und beim Wachwerden kommt sie wieder zurück. Man sagt sozusagen, dass es vielleicht die Seele, dass die messbar ist. 21 Gramm. Nein, das ist 21 Gramm. Ich weiß nicht, das war bis zu 600 Gramm. Ich weiß es nicht mehr genau, aber Wissenschaftler, die sozusagen auch nichts mit der Religion zu tun haben, haben einfach nur versucht herauszufinden und sage ich mal so. Aber das ist Schwachsinn, sorry, dass ich dich unterbreche, aber wie kommst du auf so einen Scheiß? Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Körper etwas verliert, wenn der schläft. Bitte. Also wir werden, wir werden also, die Seele verliert also über Nacht beim Herumschwirren verliert die paar Militoren. Du kannst, wenn du willst, das testen, indem du ein Bett nimmst, was ein Messgerät hat, dich hinlegst und dann wartest, bis du schläfst, dich aufnimmst und dann guckst und beobachtest, wie genau ein sprungartiger Gewichtsverlust beim Einschlafen und eine Gewichtszunahme beim Aufstehen kommt. Also das ist kein Schwachsinn, du kannst es gerne prüfen. Wenn ich jetzt gerade hier auf der Bank sitze, dass ich Gewicht verliere, ne? Natürlich verliere du Gewicht. Nein, es gab diese Studie, ich glaube, das war von Seth Graham. Jason, Jason, das, was du meinst, das wäre ein anderes Thema, aber ich weiß genau, was du meinst. Das ist ein Experiment gewesen. Dann verlierte Körper beim Ableben 21 Gramm. Genau, aber das ist falsch. Das wurde schon erwiesen. Nein, das ist kein Phänomen. Das wurde schon widerlegt. Der Typ hat den Versuchsaufbau falsch gemacht. Ich kenne jetzt seinen Namen nicht, aber ich habe dieses Argument oft von Muslimen gehört. Eine kurze Frage, du kannst die Frage gleich stellen. Also Muslime haben mir immer gesagt, weil die die Seele belegen wollten, haben die gesagt, ja, es gab mal einen Wissenschaftler, der hat einen Versuchsaufbau gemacht und da hat er gesehen, dass wenn der Mensch stirbt, 21 oder wie viel Gramm auch immer verliert. Das ist dann die Seele. Sag mal, das ist falsch. Nein, das ist erwiesen. Das ist falsch. Das Experiment wurde nicht richtig durchgeführt. Kurze Frage, Bruder. Warum träumen wir? Wir verarbeiten im Schlaf unseren Alltag. Es gibt viele Gründe. Wir träumen, weil wir Sehnsüchte haben. Unsere Ängste verarbeiten wir. Es gibt mehrere Gründe. Warum wir exakt träumen, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir im Schlaf den Alltag verarbeiten, unter anderem. Und Träume sind halt bildliche Gedanken. Warum träumen wir deine Meinung nach? Das ist eine sehr gute Frage. Ich weiß auch nicht so 100 Prozent, aber ich denke, das ist erstens ein Zeichen. Du stellst mir eine Frage. Ich soll dir darauf antworten. Ja, ich antworte dir natürlich, was ich denke, aber ich kann ja nicht sagen, ob das 100 Prozent ist, weil ich ja nicht Gott bin. Das wollte ich nur sagen. Du musst aber kein Gott sein. Du kannst ja wissenschaftliche Studien dir anschauen. Wie träumen jetzt? Nicht Studien, sondern wissenschaftliche Arbeiten. Kannst du dir anschauen? Ich kann das alles mir anschauen auch. Aber ich kann auch natürlich selbst meinen menschlichen Verstand versuchen einzusetzen und zu versuchen zu hinterfragen, warum. Weil es gibt ja Träume zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das hattet. Ihr träumt etwas und dann passiert sowas. Ja, hatte ich. Und ich kann dir auch erklären, dass ich Millionen von Träumen hatte. Ja, ganz kurz. Ich werde dir jetzt kurz einmal beweisen, dass das Beispiel, was du gebracht hast, also Schlafen und Tod, dass das, was mit deinem zu tun hat, wenn du das falsch liegst, weil erst mal möchte ich wissen, zum Beispiel Blinde, die vom Geburt an blind waren, werden die im Jenseits auch blind sein? Keiner wird blind sein. Jenseits wird, glaube ich, so wie ich denke, jeder seine Reinheit, seinen perfekten Zustand haben. Aber in den Träumen sind die Menschen immer noch blind. Die sehen nichts im blinden Traum. Die hören nur was zum Beispiel. Ach gut, das wusste ich zum Beispiel nicht, dass das so ist. Also wenn jetzt der Tod ein Moment wäre, wenn jetzt der Schlaf ein Moment des Todes wäre, dann müsste er ja quasi auch das Sehen quasi oder das Erlangen, was er halt im Tod halt tut. Aber ist nicht der Fall. Im Tod, im Schlaf, träumt der Blinde nicht. Er sieht nichts. Er hört nur was. Ja, er fühlt vielleicht was. Also das wusste ich zum Beispiel nicht. Das ist eine krasse Sache, das ist jetzt mir neu. Aber das ist eine Widerlegung deines Beispiels mit dem, dass der Schlaf ein Tod ist. Ich sage so, im Jenseits, also wenn wir sozusagen auferstehen, am nächsten Tag, dann werden wir sozusagen vor Gott stehen. Und im Paradies werden wir erst diesen reinen Zustand haben. Der Weg dahin, keine Ahnung, was passiert und wie das genau funktioniert. Aber ich bin mit der festen Überzeugung, dass wir auferstehen werden und dass sozusagen die Zukunft nur Gott kennt. Also niemand anderes kennt die Zukunft außer Gott. Und jeder von uns hat schon mal Beispiele in seinem Leben gehabt, wo ich sage mal, ich glaube an das Verborgene, bevor ich glaube an das Glaube, was ich sehe. Weil ich bin mit der festen Meinung, Gott ist nicht sichtbar jetzt. Trotzdem ist er da, mehr als wir da sind. Warum ist er da, mehr als wir da sind? Weil er uns erschaffen hat. Ohne ihn wären wir gar nicht da. Und er hat uns in der perfekten Form erschaffen, weil ein Erschaffer, auch wenn es jetzt Leid gibt oder wenn, weiß ich nicht, manche Fehlgebote oder was weiß ich, was alles ein Menschen dazu bringt, zu denken, es gibt keinen Gott. All das ist nur aus Barmherzigkeit entstanden. Doch die Weisheit, wir als Menschen, besitzen wir noch nicht. Vielleicht kurz vorm Ende unseres Todes haben wir diese hundertprozentige Weisheit für uns, dass wenn wir sterben, was uns danach erwartet. Ich bin mit der festen Meinung, dass... Du geschätzt ja irgendwo ein, dass wir jetzt vom Wissen her, von unserer Weisheit her, nicht wirklich großartig weit sind. Aber du hast doch Gefühle, Bruder. Du spürst doch Sachen. Ja, aber... Verstehst du? Du musst das ja kombinieren. Aber wie kann man das mit sich vereinbaren, dass man immer wieder, wenn man auf bestimmte Fragen sagt, ja, Gottes Wege sind ohne Grund durch oder dass Gott das am besten weiß und die Menschen sind halt begrenzt in unserem Wissen, wenn man immer wieder den Menschen als begrenzt und als gewissermaßen unwissend darstellt. Er ist ja nicht unwissend, er ist begrenzt im Gegensatz zu Gott und unwissend im Gegensatz zu Gott. Also du kannst dir Gott nicht erklären, aber du willst behaupten, dass es Gott gibt. Natürlich. Wie kannst du etwas als Existenz erklären, als Existent erklären, dass du gar nicht verstehst? Ich verstehe deine Frage nicht genau, Bruder. Erklär mal genau, was du meinst. Weil Menschen behaupten ja gerne, dass Gott so ist, dass Gott so ist, dass Gott das will und dass Gott das von uns erwartet. Richtig, das können wir ja gar nicht sagen. Aber... Er gibt uns ja ein Buch, also natürlich muss nicht jeder sagen, dass jetzt das Buch aber... Jetzt kommt es raus. Jetzt kommt es raus. Das heißt, all das, was du über Gott glaubst und weißt, hängt nicht mit der Logik zusammen oder mit der Erkenntnis über die Natur. Eine Kombination, Bruder. Eine Kombination. Das ist sehr wichtig zu verstehen, weil wenn ich etwas lese und mein Herz damit in einem Klang ist und ich spüre, dass das die Wahrheit ist, dann habe ich ein Gefühl dafür. Wie zum Beispiel ein Gewissen. Ohne, dass es in einem Buch steht, wenn du klaust oder wenn du jemanden schlecht behandelst, weißt du von dir selber aus, ohne dass du es gelesen hast irgendwo, dass es falsch ist. Also so sehe ich Gott in meinem Herz, weil Gott guckt... Habibi, Bruder, darf ich... Ich wollte nur kurz, weil wir sind jetzt weit von der Ausgangsfrage abgekommen, dieses mit dem Traum. Darauf wollte ich eingehen. Du hast gesagt oder die Frage gestellt, kennt ihr Träume, die ihr träumt und dann treffen sie ein. Und das ist so ein klassischer Fall von dieser selektiven Wahrnehmung. Also ich wollte sagen, ich habe Träume, wo ich vielleicht mal eine Person im Traum sehe, die ich länger nicht gesehen habe und am nächsten Tag treffe ich sie. Das passiert, das passiert jedem mal. So. Aber das ist aber... Moment, Moment. Das ist eine verborgene Sache. Moment. Ja, das ist eine verborgene Sache. Genau. Jetzt sage ich dir aber, ich habe Tausende, Hunderttausende Träume in meinem Leben gehabt und von diesen sind 99% nicht eingetroffen. Was Gläubige oft aber machen ist, dieses Selektieren, also dieses Auswählen. Das passt zu meinem Glaubenskonzept. Ich habe ja das geträumt, dass ich die Person sehe und dann habe ich sie getroffen. Also muss es Gott geben. Also warum lehnst du denn 99% dieser Träume, die nicht eingetroffen sind, warum lehnst du die komplett ab? Das ergibt dann keinen Sinn. Es sei denn, du bist dann wählerisch, also du selektierst. Selektive Wahrnehmung. Deshalb kannst du nicht dieses Beispiel anbringen um Gott zu beweisen oder eine höhere Macht, weil ich habe mal was geträumt. Ja, natürlich träume ich mal von Personen, die mir wichtig sind oder... Ganz kurz. Aber hast du meinen Punkt verstanden? Hast du meinen Punkt verstanden? Nur kurz. Esoteriker. Warte, Bruder, nur kurz, bevor ich fertig bin. Gleich kannst du hören. Guck mal, es gibt Esoteriker. Das sind diese Leute, die die Karten legen und die die Zukunft nennen wollen und was weiß ich. So, die bedienen sich eigentlich derselben Methode. Die wissen, dass die meisten Menschen einen Schicksalsschlag erlitten haben. So, dann sagen die, oh, vor einigen Jahren hattest du große Schmerzen. Irgendwas in der Familie ist dir passiert. Und dann sagt ein Mensch, der leuchtgläubig ist, sagt, oh, die Person hat Recht. Dann interpretiert er diese Aussage und bezieht die auf sein Leben und fängt an, dieser Person zu glauben. Aber so funktioniert das nicht. Aber selbst wenn all deine Träume, deine Zukunft vorhersagen, was beweist das denn jetzt? Ein Gott? Das wollte ich auch, genau, das wäre dann der Punkt gewesen. Die Frage wäre dann... Also um das Verborgenen. Ich meine jetzt nicht, ich meine jetzt nicht, zum Beispiel, ich sehe eine Person in zehn Jahren, dann träume ich von ihr, ich sehe sie, sondern ich rede zum Beispiel von einem kompletten Tagesablauf. Ach, aber auf. Warte, Bruder, die sollten euch, hör auf, vielleicht gibt es da einige Personen, die mir zustimmen können. Also das kann ja nicht... Du lebst einen Tag zweimal quasi, das muss ich so sagen. Und das zum Beispiel ist für mich zum Beispiel eine Sache, wo ich sagen kann, das kann niemand. Zum Beispiel, du träumst das und es passiert am nächsten Tag, ja nicht eins zu eins, Bruder, aber fast eins zu eins kann man sagen, weil da träumst du dir... Das passiert, sorry Habibi, Bruder, das passiert dir, du träumst einen Tagesablauf, also nicht ganz, aber so grob und das passiert dir am nächsten Tag oder dauert das etwas länger? Nee, nee, am nächsten selben, am nächsten Tag, genau, ich habe davon geträumt und du musst dir vorstellen, im Bereich A ist das passiert, im Echten Leben ist das passiert, im Bereich B ist das passiert, im Bereich C ist das passiert und du musst dir vorstellen, das kann kein für mich so... Das war krass, also da habe ich auch nur einmal sowas gehabt, ehrlich gesagt, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt, wo ich sagen muss, deswegen gibt es Gott, sondern das ist nur für mich, dass es das Verborgene gibt und das Verborgene sozusagen nur Gott kennt und es irgendeine eine Verbindung gibt, aber es gibt jetzt diese Erkenntnis, okay, die Erkenntnis ist ja nicht etwas, wo ich sage, ja, das ist doch völlig egal. Du hast schon recht, ich weiß auch, was du sagen willst mit diesen Karten lesen und so, oder diese Theorie zum Beispiel. Woher weißt du, was mit Gott zu tun hat? Du sagst zum Beispiel... Genau, wo ist die Verbindung dazu? Weil das Verborgene... Guck mal, keiner weiß ja, was morgen passiert, verstehst du? Ja. Ich selber nicht, verstehst du? Warum sollte ich das wissen? Ich weiß doch gar nicht, was morgen passiert. Weil das geht ja eher so in Richtung Schamanismus, würde ich fast sagen, Traumdeutung und so. Also das hat ja wirklich wenig jetzt mit Religion zu tun. Ja, nenn es wie du willst, es gibt es ja diese Sachen. Verstehst du es ja auch nicht nur bei mir, es gibt ja auch andere Menschen, die sowas gehabt haben, 100%. Ja, aber woher, du hast ja die Verbindung zu Gott damit auf. Wie bitte? Also woher weißt du, also das, was mit Gott zu tun hat? Weil ich sage, im Gegenteil, im Christentum und im Islam wird oft das verteufelt. Also wir hatten das erzählt im Traumdeutung und so wird oft verteufelt und als Ketzerwichter angestellt. Das stimmt gar nicht. Erstens, Josef war ein Traumdeuter und da war ein Prophet, aber abgesehen davon, Bruder, warum weiß ich das? Wer sagt mir das im Traum, dass das nächsten Tag passieren wird? Bruder, bist du Muslim oder bist du Christian? Ich bin Muslim, ja, Alhamdulillah Muslim. Guck mal, richtig, also Traumdeutung ist eine Kunst, die halt per Gabe an Jurev gegeben wurde und nicht jeder kann das machen, so einfach so, auf Löffel und Lörne. aber die Frage ist jetzt, warum glaubst du daran, wenn die zum Beispiel, du hast ja vorhin gesagt, die Kombination ist es, also das heißt, das, was du in der Natur siehst und das Buch, die Kombination ist es. Aber es ist denn nicht logisch, dass die Menschen, die früher gelebt haben, das gesehen haben, was du auch siehst, die Überlegungen hatten, die du auch hattest und der Unterschied ist doch nur, dass sie diesen Ereignissen, diesen Geschehnissen einen Namen geben und einen Background geben, das Ganze interpretieren und du einfach nur das liest, also du siehst etwas und du liest das, was die Menschen damals interpretiert haben. Das ist leider Gottes das, was heutzutage gemacht wird von vielen Sekten, oder? Aber ich behaupte, dass der Islam oder die anderen Regionen nichts anderes sind. Die Bücher sind ja nur, sind ja, ja, natürlich, du musst ja selber suchen mit deinem Herz und richtig forschen und kriegst ja die Antwort, verstehst du? Sagen wir mal, beispielsweise, du willst wirklich den richtigen Weg finden, aber nicht auf Palabra, sondern richtig, weil ich habe ja auch mich mit allen anderen Religionen beschäftigt und alles, aber kein einziges Buch hat mir sozusagen auf diesen monotheistischen Gott, es ist nur ein Gott gibt, weißt du, zum Beispiel diese diese Sure im Koran, sprich Gott ist einer, ein ewig reiner, hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner und mit ihm zu vergleichen ist nicht einer. Da hat Gott sich beschrieben und für mich eine klare und deutliche Sache, dass er ewig ist, rein ist, keiner mit ihm zu vergleichen ist, dass er die Kontrolle über alles hat, dass es nichts gibt, was mit ihm zu vergleichen ist. Also, Habib, meines Erachtens hat Gott sich einmal beschrieben als ich bin, das ich bin. Ja, also, das war das einzige Mal, wo Gott sich selbst beschrieben hat. Das schönes Gedicht, auf jeden Fall, was du gerade aufgesagt hast, ein schönes Gedicht, Das ist ein Gedicht, das ist ein Vers aus dem Koran, Bruder, übersetzt nur halt, ne? Ja, das klang sehr schön, auf jeden Fall, die Übersetzung. Also, Kapitel 114. Jetzt ist meine Frage an dich, Habib, schau mal, ein Baum, ne? Ein Baum hat ja seinen Sinn und Zweck in der Welt, richtig? Es ist da, es gibt uns Sauerstoff, es nimmt uns Mono, wie heißt das, Kohlenstoffdioxid, nimmt es uns ab und gibt uns Sauerstoff ab, ich glaube, das ist so richtig soweit, und hat seinen Platz in der Welt, kennt seinen Zweck. Braucht dieser Baum Religion? Natürlich braucht er einen Gott. Er braucht keine Religion, nein, Religion braucht er nicht. Er braucht einen Gott. Er braucht einen Gott, sagst du. Natürlich, Bruder, wir sind alle auf Gott angewiesen. Warum? Nein, 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 jetzt red doch nicht so allgemein, red nicht so floskenhaft. Das ist so überdrechend, das mag ich nicht. Red bitte vernünftig, aus dem Kopf heraus. Erstens, braucht ein Baum einen Gott. Warum? Und woher willst du das wissen? Weil eigentlich ein Baum und ein Mensch nichts unterscheidet von der Erschaffung, außer dass wir viel intelligenter und andere Eigenschaften haben, aber im Endeffekt sind wir alle von Gott abhängig, weil wenn es eine Energiequelle gibt, eine Hauptenergiequelle, woran ich ja glaube, sozusagen ein Gott, sprich Gott ist einer, ein ewig reiner und so weiter, bin ich der Meinung, dass alles, was drumherum erschaffen ist, weil er sagt ja auch, ich bin der Herrscher der sieben Himmel und sieben Erden und alles, was da drüben ist. Also alles. Aber der Baum braucht den Menschen viel mehr zum Beispiel. Und guck mal, es wurde sogar wissenschaftlich bewiesen, dass ein Atom sogar ein Atom es gäbe Pflanzen, die wären von Menschen gezüchtet. Und diese Pflanzen brauchen nicht irgendwie Gott oder so, sie brauchen das Wissen von den Menschen. Die Menschen wissen, wann diese Pflanze Flüssigkeit bekommen soll, dann geben die Menschen diese Pflanze die Flüssigkeit. Deine Pflanze in deiner Wohnung zum Beispiel. Das ist ja abhängig von dir. Das ist ja so, wie du denkst, dass sozusagen alles abhängig ist von uns selber. Aber alles hat ein System von Gott. Du denkst, dass diese Pflanze von einem Menschen zu bekommen wird. Wo ist die Schnittstelle? Aber wir sind nur Mittel zum Zweck. Wir sind sozusagen Wir sehen den Kreislauf. Wir sehen den Kreislauf. Wir wissen ja, wie der Kreislauf funktioniert zu mehr oder weniger. Wo ist die Schnittstelle, wo dieser Kreislauf jetzt geschnitten ist und wo du sagst, okay, hier kann es nur noch mit Gott weitergehen. Also hier ist die Schnittstelle, was nur durch Gott passieren kann. Gott ist doch über uns. Es ist nicht ein Kreislauf, wo Gott sozusagen anfängt und aufhört, weißt du? Du sagst, der Baum ist abhängig von Gott, aber in Wirklichkeit ist der Baum vielmehr abhängig von diesem Kreislauf. Als Beispiel, der Baum, der Baum, also ein Vogel, der zum Beispiel kackt, der kackt ja auch den Samen mit. Und durch den Samen, wenn er an der richtigen Stelle landet, wächst eben ein Baum. Und aus dem Baum entstehen wieder neue Samen, die aufgenommen werden und wieder von Vögeln wieder irgendwo gekackt werden. Und du sagst, das ist alles Zufall, also du denkst, das ist ein Kreislauf, wo ich sehe, dass da kein Gott nötig ist. Okay, ich sage dir, Bruder, Gott sagt, zu dieser Sache sogar im Koran, es gibt kein Blatt auf Erden, was vom Baum fällt, wo nicht der Zeitpunkt und der Ort von diesem Blatt, das gerade runterfällt, nicht in einem deutlichen Buch festgeschrieben ist. Ja, sozusagen, das hat eine Bedeutung. Das heißt, Ja, aber weißt du, ganz ehrlich, das hat genau diese romantischen, gedichtlichen, menschen Ausdrücke, die Emotionen herbeirufen, wo ganz Was für Emotionen, das ist logisch. also manipulatierende Menschen darauf reinfallen. Und das ist genau das Ding, dass es gibt kein Blatt, das auf dem Boden fällt. Ja, Bruder, weißt du, was das nicht bedeutet? Wenn du das ist, ich weiß, wir drechnen jetzt beide auf dich ein und das ist auf uns. Nein, nein, alles gut, mach mich. Ich möchte das gar nicht. Aber meine Haltung ist, dass ich eher von einem Baum abhängig bin, als der Baum von einem Gott. Guck mal, ich wollte darauf nur sagen, Bruder, diese, wenn das schon drin ist, also wenn sozusagen ein Gott sagt, sogar, dass das festgehalten wird, dann gibt es ja nicht mal einen Gedanken, den du in deinem Kopf hast, der, also verloren geht bei Gott. Verstehst du? Ja, ich verstehe dich ja, aber guck mal, das ist das schon, wenn du sagst, wenn Gott sowas schreibt. Stopp mal bitte ganz kurz, Moment, ganz kurz. Die wichtige Frage ist, was ich vorhin auch sagen wollte, Habibi, du sagst ja, du hast ja halt aufgezählt, wo ich vorhin das gesagt, wo du als Antwort gegeben hast, wegen dem Buch und wegen dieser, wegen der Natur und wegen dem Buch, dieser Vergleich und da sagt Gott das und das im Buch, er hat sich selbst beschrieben und so und oder halt das, was du das bezüglich des Blattes sagen wolltest, guck mal, diese Texte, diese Worte, die du jetzt rezitierst, die wesentliche Frage ist, die du überspringst, ist, können diese Worte nur von einem Gott geschrieben worden sein? Also sind das keine Worte, die auch ein Mensch hätte schreiben können? Das ist ja das Ding, der Koran ist ja so ein bisschen älter und man weiß, früher gab es halt nicht diese Wissenschaft und so und es gibt ja jetzt Sachen, die sozusagen entdeckt werden oder vielleicht das stimmt nicht, na guck mal, wir reden nicht über die andere, du springst wieder woanders hin, diese Worte, diese Worte, die du mir als Beispiel nennst, wie du es erst vorstellst, oder das mit dem Blatt und so, was du mir da sagen wolltest, sind das nicht sowieso Wörter und Texte und Gedichte und philosophische Denkweisen, die auch von Menschen stammen können? Ist der Mensch nicht in der Lage, das zu schreiben? Sag mir nur das. Aus dem Koran eins zu eins niemals, oder die Sachen, die du mir gesagt hast, ich rede von den Sachen, die du mir schon gesagt hast, das mit dem Gott, das sich Gott selbst vorstellt, kann es nicht sein, dass ein Mensch einfach Es könnte sein, dass irgendein Mensch kommt und etwas über Gott erzählt und so versucht, diese Emotionen richtig hervorzuheben. Das sage ich, das forciert ja auch auf der Welt. Genau, verschwende deine Zeit nicht mit Worten oder mit Sätzen, die du so toll findest, aber gleichzeitig auch von deinem Menschen sein könnte. Also dann bring das gleich Komm mal, dann gebe ich dir mal ein anderes. Dann komm mit deinem Argument. Alle Wörter sind von Menschen. Selbst aus religiöser Sicht sind alle Worte, die in diesen Büchern stehen, von Menschen. Kein einziges Wort wurde von Gott heruntergeschrieben. Alles, selbst aus christlicher oder muslimischer Sicht wurden diese Buchstaben, jede einzelne Buchstabe von einem Menschen geschrieben und von keinem Gott. Keine Hand kam vom Himmel und hat einen Buchstaben in diesen Büchern geschrieben. Das ist so. Kein Problem. Alles gut, Bruder. Das ist natürlich auch jeder darf ja seine Meinung haben und du kannst Keine Meinung, es ist eine Tatsache. Ich bin ja auch an den Koran auch so rangegangen. Ich habe gesagt, warum hat das jetzt nicht irgendein Mensch geschrieben? Warum muss jetzt der Islam die wahre Religion? Warum muss das? Dann gib doch mal ein Beispiel jetzt. Gib ein Beispiel, wo du meinst, das kann nicht von einem Menschen sein. Okay, zum Beispiel, der schmelzt gerade von Eisen. Ja. Das zum Beispiel, warum sollte ein Mensch oder woher sollte ein Mensch das wissen? Zum Beispiel, es gibt die Erwähnung von Eisen, das ist geschmolzenes Eisen, gibt es nur einmal im Koran. Und der Versabstand von dem ersten Mal Eisen bis zu diesem, ich glaube, das dritte, vierte Mal wird es erwähnt. Ist der, wie viel Fahrenheit steht im Koran, wie viel Fahrenheit hatten der Eisen. Genau, richtig. Zum Beispiel, warum, also wie kann ein Mensch dieses Dings machen? Ihr sagt, frag dich gerade, wie viel Fahrenheit steht im Koran? Ich glaube, irgendwas 38 oder so, ich weiß es nicht genau. Bruder, bitte. Dann guck schnell nach, bitte. Guck, bitte, sag mir, wie viel Fahrenheit ist. Ist doch egal, ich habe es vergessen. Erzähl doch, wieso, es geht doch nicht um diese Genauigkeit. Okay, kannst du nicht beantworten. Zweiter Punkt ist, wo steht das denn genau? Welche Suche? Welcher Vers? Das, was ich dir jetzt gerade sage, ist die eine ganze Sache neu oder was? Du erkennst das doch schon. Ich weiß, wo das herkommt, aber ich will dir nur darstellen, das, was du gerade sagst, du sagst ja sehr kompakt, du sagst ja im Koran steht, der Schmelzgrad von Eisen. Du sagst das sehr kompakt, du sagst das, stellst das so dar, als ob das jetzt so ein, dass Gott gesagt hat, wie viel Grad Schmelzeisen des Eisens ist. Und deswegen frage ich dich Schritt für Schritt, genauso kompakt, wie du mich fragst, will ich das auch eine kompakte Antwort von dir. Welches Suche und welcher Vers steht jetzt dieser Schmelzgrad des Eisens? Machiavelli, ganz ehrlich, auch wenn das stimmen sollte, weißt du nicht, wie viele Aussagen der Koran oder die Bibel sind. Ich weiß, ich weiß schon, so viele Sachen stimmen nicht und eins stimmt mal. Was hat das zu bedeuten? Ich weiß, ich weiß, aber ich weiß, dass es auch Sachen gibt, die man heute nicht erklären kann, weil es geben auch Menschen wie Nostradamus, die etwas gesagt haben, was wir nicht erklären können. Das ist natürlich kein Beweis, aber ich will nur... Super Beispiel, Nostradamus hat aber auch vieles gesagt, was nicht eingetroffen ist. Richtig. Aber er guckt jetzt vielleicht nach, welcher Vers da steht, weil ich weiß zum Beispiel, dass es nicht in einem Vers steht. Weil dieser Schmelzgrad ist nur eine Zusammenpuzzlelei. Das heißt, wenn man jetzt das Wort von hier bis da liest und dann kommt das Wort einmal vor und das Wort zwischen den und den und dann, wenn man das zusammen dann liest und dann sind das so viele Wörter und das ist genau die Anzahl der Wörter und genau die Anzahl von der Temperatur zum Beispiel. Und das sind so diese Zahlenmalerei. Weißt du, du kannst in jedem Buch irgendwelche Antworten finden, wenn du... Du, Machiavelli, es gibt das Experiment, dasselbe mit der Bibel, mit Moby Dick zu machen, dem Buch Moby Dick. Und die konnten tatsächlich Zukunftsvorsagen aus Moby Dick heraus lesen. Also man kann alles diskutieren. Der Verstand ist kreativ. Und wenn man was hören will, dann hört man das. Ja, richtig. Und man muss... Wenn du eine Haltung hast, wenn du Ängste hast, wenn du dein ganzes Leben in etwas investiert hast und dann kommt einer daher und sagt, hey, da sind da doch Zweifel, dann ist so viel Widerstand in dir dagegen, das ist gar nicht anders als sagen, nein, du lügst. Warte, warte, Vers was? Sur 34 Vers 10 kommt dieses geschmolzene Eisen. Ja, was steht da über das geschmolzene Eisen? Ich muss immer nehmen, also ein App machen, warte. Okay. Ich gucke mal gerade, ob ich, meine Freundin ist ja da, ich kann mal gucken, ob ich ihr iPads, was ihr iPad da hat. auf einer Ebene, wo man reden kann und nicht irgendwie Fitna gemacht wird oder so. Finde ich toll. Nochmal Respekt an dich, Machiavelli. Weiter so. Dankeschön, vielen Dank. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin ja kurz hochgekommen und eine wichtige Botschaft hatte ich am Anfang nur, falls wir uns sehen, wenn wir auch verstehen, ist ja, wie gesagt, man weiß ja nicht, was morgen, was in den Sternen geschrieben steht, so. Aber am Ende wissen wir es ja, wenn wir dann wirklich auferstehen und die Wahrheit sehen, dann wird es ja klar. Einfach nur nicht von diesem Baum essen und versucht diesen Koran mit einem barmherzigen Licht oder mit einer Brille sozusagen, wenn ihr die aufs, wenn ihr den Koran liest, packt euch mal so eine Brille der Barmherzigkeit auf, wo ihr einfach sagt, okay, das ist jetzt Gottes Wort und Gott urteilt über niemanden und ich versuche das jetzt weisheitstechnisch oder keine Ahnung, wie ich das sage, also von oben her nicht direkt urteilen, wenn ich jetzt ein Vers lese, sondern selber gucken, so, guck mal, dieser Vers mit Eisen und so, dass du vor ein Jahr, ich habe viele selber, viele Sachen nachgeforscht und so, aber jetzt, ich weiß gar nicht mehr, aber das ist wie zum Beispiel, du hast eine Matheaufgabe gelöst, kannst den Algorithmus und jetzt hast du dich ein Jahr nicht damit beschäftigt, ja, du musst jetzt nicht wieder gucken mit den Formeln und so, kein Problem, können wir gerne mal machen, ich kann euch gerne, wir können uns gerne mal hinsetzen und ich kann ein paar Sachen raussuchen und zum Beispiel, wie die euch beweisen sozusagen, das kann ich gerne machen, aber ehrlich gesagt, ist TikTok voll davon, was ich dir erzählt habe, da kannst du gerne einmal eingeben, Eisen und da kommt dieses Video, welcher Vers und dann kannst du es selber überprüfen, weil ich habe es ja genauso gemacht, ich habe es einfach selber überprüft zu dem Zeitpunkt, habe die Verse gezählt und dann habe gesagt, Subhanallah, warum hat Gott das gemacht, das heißt, in dem Koran ist ja wahrscheinlich noch so ein Algorithmus drin, der dann wahrscheinlich am Ende, wenn es den super, super, super Computer gibt, man den da reinsteckt, dann beweist, dass es einen Gott gibt, irgendwie sowas muss der Koran, für mich, wenn es einen Gott gibt, muss der Koran irgendein Wunder bis zur Endzeit haben, weißt du, also dieses Eisen ist ein kleines Ding, es muss etwas Großes sein, wo dann keiner mehr sagen kann, ey, komm, das ist jetzt Spielerei oder so, weißt du. Aber guck mal, pass auf, du sagst ja zum Beispiel halt, Koran war herzlich, wahrhaftig und man muss das halt, aber diese Behauptung von wahrhaftig hast ja nicht nur du, diese Behauptung haben ja mehrere Menschen auf der Welt mit ihren mehreren Religionen und jetzt liegt es an uns, auch an dir, eigentlich jetzt diese Behauptungen dieser verschiedenen Religionen, dieser verschiedenen Menschen mal einfach zu überprüfen, weil es wäre ja schön dumm, wenn man sich das Thema abschließt, indem man sagt, ich wurde in diese Religion geboren, ich bleibe hier bei dir. Man muss ja auch bereit sein, diese angebliche Wahrheit auch zu überprüfen und das machen wir hier und deswegen ist es auch nötig, dass man Aussagen belegt, wenn man etwas aussagt, dann muss man das auch belegen, weil wir wollen hier prüfen, es geht hier ums Prüfen. Richtig, so richtig gesagt, das ist auch das, was Gott von uns verlangt, verstehst du, wir müssen unseren Verstand, er sagt, Gott liebt die Nachdenklichen, Gott liebt auch, er sagt, er hat uns erschaffen, verschieden, um zu gucken, wer am besten mit den anderen umgeht, es gibt verschiedene Religionen, das wusste doch Gott alles, weißt du, Aber das weiß doch auch der vernünftige Menschenverstand, oder Habibi? Das weiß man doch, wenn man als Mensch wirklich selber barmherzig ist, selber liebevoll ist und nicht irgendwie das von jemandem an einer höheren Instanz irgendwie verlangt, dieses ideale Bild, was wir erschaffen von etwas, was wir selber gerne sein wollen, wieso erkennen wir das nicht in uns selbst? Der vernünftige Verstand weiß doch, hey, töte dich deinen Nächsten, liebe deinen Nächsten, Das, was du gerade gesagt hast, ist der Gedanke eines Propheten, dieses in sich gehen und selber nachzudenken und auf die Wahrheit zu kommen. Der Mensch ist doch so, nicht der Prophet. Nein, nein, die Propheten haben genau solche Gedanken gehabt, die wollen unbedingt die Wahrheit wissen und die haben, obwohl sie so viel Leid gesehen haben und ihnen vieles widerfahren wurde, trotzdem versucht, und ich kann auch jedem nur ans Herz legen, wenn ihr jetzt den Koran, liest mal Kapitel 18. Kapitel 18 gibt es eine Geschichte, da gibt es diese Begegnung mit Moses und noch einen anderen Gesandten und da passieren drei Sachen, ich will euch die jetzt nicht sagen, lest einfach diese Dings und diese drei Sachen, die passieren, sind beispielhafte Sachen, zum Beispiel, dass jemand getötet wird, dass jemand stirbt auf der Welt oder dass ein Unfall passiert oder dass jemand kein Recht kriegt, zum Beispiel, alles, was auf der Welt passiert und im Gespräch von Moses und dem anderen, am Ende erzählt er ihnen, warum das passiert. Macht euch selber ein Bild, wie gesagt, setzt diese barmherzige Brille auf, guckt einfach selber, jeder soll sich selber überzeugen. Ja, aber ich möchte keine Brille aufsetzen, um die Wahrheit zu sehen, weißt du, das klingt schon selbstwidersprüchlich in sich, setz eine Brille auf, damit du die Wahrheit erkennst, das ist irgendwie, weißt du, ich möchte mit meinen Augen, Weißt du, was ich damit sagen will? Sehe Gott nicht als zornig, Bruder, verstehst du? Wenn du Gott, Ja, aber das ist ja die Zornesbrille, dann sag, nimm die Zornesbrille ab und schau dahin, weißt du, ungefiltert. Ist doch das Gegenteil, eins plus eins ist zwei, wenn ich sage, nimm die Barmherzige Brille auf, oder ich sage, nimm die Zornesbrille, das Gegenteil von Zornesbarmherzigkeit. Da hast du recht, aber es klingt besser, wenn man sagt, dass man mit seinen eigenen klaren Augen die Wahrheit betrachtet. Nur, das Ding ist halt, wenn du Gott betrachtest und all das mitbekommen hast, was unter seinem Namen passiert ist, auf der Welt, ich rede jetzt überwiegend von sehr, sehr schlimmen Dingen, dann fällt einem sehr schwer, diese Brille abzulegen, wenn man weiß, was unter dieser Prämisse geschehen ist. Aber stell dir vor, du hättest diese Sachen gemacht, wenn das dir nicht widerfahren wäre, dann wärst du sozusagen derjenige, der Zorn, also auf dem man vielleicht zornig wäre. Und ich weiß nicht, warum das dann widerfahren einen widerfährt, aber Gott kennt uns. Weißt du, ich vertraue immer auf Gott und ich sage nicht zum Beispiel, ich versuche nicht zu sagen, Gott, warum hast du mir das gegeben oder warum siehst du, warum das, sondern ich denke mir so, Alter, krass, ich wäre ja noch schlimmer, irgendwas wäre noch schlimmer passiert oder so, weil diese Geschichte, Kapitel 18, zeigt euch, dass alles immer nur passiert, weil etwas Schlimmeres hätte passieren, also sonst passiert wäre, wenn das nicht passiert wäre. Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht, Habibi, aber eine Frage, die Zelle in unserem Körper, hat jede Zelle dieselbe Aufgabe? Die Zelle in unserem Körper haben nicht alle dieselbe Aufgabe. Das heißt, wenn du sagst, ich brauche nur Gottes Vertrauen und ich kann meine Aufgabe in dieser Welt erledigen und ich bin ein guter Mensch, dann, ja, Allah, geh mit Gott, super, ja, mach das. Aber es gibt auch Menschen wie Machiavelli oder mich, die eine andere Aufgabe haben, tiefer zu bohren, weißt du, noch tiefer zu bohren. Und da reicht ein reines Gottesglaube von einem Buch gegeben nicht. Unsere Aufgabe hier ist eine andere. Wir müssen tiefer in die Erkenntnis bohren und wir haben anzweifelnde Fragen, wir haben ein Mindset. Erzähl mal, was Aufgabe ist, genau. Ja, Zweifel zu streuen. Wir müssen damit die Menschen aus ihren Ranken rausbrechen, aus ihren eingefahrenen Bahnen ausbrechen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn man Jesus zitiert, er hat nicht gesagt, ich bin gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das hat Jesus gesagt, ich bringe Feuer und Sturm, ja, damit alles aufgewirbelt wird, die festgefahrenen Bahnen brechen. So, und das ist auch mancher Aufgabe in dieser Welt. Nicht nur immer, alles ist gut, Alhamdulillah, wir gehen unseren Weg, Gott sei Dank. Oder liest Kapitel 18, da wirst du sehen, dass sich immer alles gut Alhamdulillah ist. Und die Menschen deswegen auch gar nicht immer urteilen sollen, wenn jetzt jemand stirbt oder wenn ein Unfall passiert oder wenn du deinen Hack nicht bekommst oder so. Das ist genau das, wo ich auch Gott sehe, dass er so groß ist und nicht urteile, nur weil Leid jetzt ist und nur weil einer behindert auf die Welt kommt oder nur weil das, dass es dann keinen Gott gibt. Sozusagen genau das ist das, wo ich sage, boah, was will Gott uns sagen, warum hat Gott den Teufel erschaffen, warum hat Gott uns diese Geschichte gegeben mit Adam und Teufel, dass der Teufel sich sozusagen, die Dschins sind ja sozusagen Geisteswesen und vielleicht ist deren Aufgabe irgendwas für die Menschen. Habibi, jetzt gehst du aber wieder in diese Struktur. Das meine ich ja gar nicht. Und das ist ja auch okay. Du hast das auch keine Sorry, es geht für dich einfach klar, dass alles kommt für dich nicht in Frage, das anzuzweifeln. Und das will ich auch gar nicht an dir irgendwie anfangen. Das ist vollkommen in Ordnung. Das machst du auch. Das ist dein Weg. Aber es ist für uns die Aufgabe und damit, wenn Gott keine Fehler macht, sind Menschen wie ich auf der Welt, um genau das eventuell mit Worten und Fragen anzuzweifeln. Wenn Gott doch so eine Wahrheit hat, die unerschütterbar ist, die so fest verankert in seinen Fundamenten ist, dann sollte ein kleiner Pipifurz wie ich das niemals erschüttern können in einem wahren, wahrhaftigen Gläubigen. Und egal wer, der wirklich gläubig ist, das ist schon eine harte Sache, das ist schon eine harte Sache. Sollte nicht einmal emotional werden, wenn jemand wie ich sagt, bla bla bla, Gott, es gibt nicht. Dann sollte er nicht einmal emotional werden und einen Finger heben, wenn jemand sowas sagt. Aber das passiert leider nicht. Die meisten Religiösen werden sehr emotional, werden sehr laut. Du bist wirklich ein Paradebeispiel, wirklich super, wie du das machst. Ich höre dich nicht. Hallo, du hast gestimmt. Kommst an dich auf jeden Fall. Danke schön, du hast gerade gestimmt kurz, ich weiß nicht warum, du bist wieder gestimmt. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall kann ich auch noch zugegeben, das war alles sehr friedlich hier aufwenden. Wie gesagt, keiner... Ja, ich wurde angerufen, Entschuldigung. Kein Problem. Der Glaube ist ja auch kein Zwang, weißt du, kein Moslem oder kein anderer Christ oder Jeside oder Buddhist oder so darf den anderen sagen, du musst meine Religion oder diese Religion akzeptieren, sonst bist du für mich kein, nichts wert. Im Gegenteil, Gott sagt, er hat uns verschieden erschaffen, um zu prüfen, wer geht mit dem Besten am besten um. Weißt du, jeder ist mal Opfer, mal Täter oder jeder hat mal die, ist mal oben und schwach und stark, aber wenn du der Stärkere bist, gehst du dann anders um, als du schwach warst und der Stärkere mit dir so umgegangen bist oder gehst du genauso um? Und dann, das ist halt diese Prüfung, egal was für eine Nationalität, welche Hautfarbe, welche Religion, im Endeffekt wird das Herz geprüft und wir sind ja sozusagen alle verschieden, wie das Universum groß ist, haben wir in unserem Körper viele Atome, die wie das Universum agieren und das ist sozusagen die Größe von Gott, sodass er sowas Großes geschaffen hat und wir so klein sind in diesem Universum, aber dass er uns trotzdem die Größe gibt, so eine Wahrnehmung, weißt du, sozusagen, wir sind ja nicht einfach, guck mal, es gibt kein Tier, was adaptieren kann, wie der Mensch, auch Affen und so, die können nichts bauen nach Jahren, keine Geld. Ich verabschiede mich von euch allen, hat mich sehr, sehr gefreut, vielleicht irgendwann mal können wir uns wieder sehen und vielleicht habe ich dann ein paar schnelle Beweise, weil jetzt die ganze Zeit suchen und hin und her, wie gesagt, eine Matheaufgabe, die ich vor Jahren jedes Mal habe und ich bin reingekommen, um zum Thema Beweise etwas zu sagen. Wie stellt ihr euch das denn vor? Man soll Gott beweisen können und dann macht Glaube Sinn? Stopp mal. Ja? Wolltest du jetzt mal was an Habibi sagen oder da musst du schon sagen, ob du an Habibi was sagen willst, weil er verabschiedet sich ja gerade. Okay. Wolltest du was an Habibi sagen? Nein, das passt schon. Wenn er gehen möchte, kann er natürlich gehen. Weil er wollte sich ja gerade verabschieden, deswegen, wir sind unterbrochen. Ups. Gut, ich wollte noch ein Schäfchen. Okay, hat mich sehr gefreut. Hanan, du kannst gerne weitermachen. Salam alaikum an alle. Frieden und Segen auf euch alle. Auf Wiedersehen. Stimmt. Ja, dies ist ein Schäfer. Braus Gott, Barmherzigkeit auf uns weiter. Und ja, Salam. Ciao. Machiavelli, ich möchte mich auch an dieser Stelle verabschieden. Vielen, vielen Dank, dass du dich hochgenommen hast hier. Vielleicht können wir ja mal in Zukunft noch mal zusammen sprechen. Das wäre auf jeden Fall toll. Auf jeden Fall. Danke, dass du auch was. Danke, dass deine... Ja. Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Mach weiter so. Tschüss, ihr beiden. So, Hanan. Es ging um das Thema Gottesbeweis. Ja. Wie stellt ihr euch einen Gottesbeweis vor? Also, ich habe hier schon eine Vorstellung von einem Gottesbeweis, aber das ist eigentlich irrelevant, weil viel wichtiger ist ja nicht, sich Gedanken darüber zu machen, wie etwas existieren könnte, was es nicht gibt, sondern viel wichtiger ist, wie du den Gottesbeweis denn siehst, wo du den Gottesbeweis siehst. Ja, aber erzähl ja mal. Man wird ja immer nach einem Gottesbeweis gefragt. Oder? Das ist ja das Ding. Wie erklärst du dir, dass es Gott gibt? Beweis in mir, Beweis in mir. Ich möchte wissen, was ein Gottesbeweis wäre. Der Gottesbeweis wird ja gefragt, weil du ja den Gottesbeweis erbringen sollst, was für dich ein Beweis ist. Genau, und du glaubst nicht an Gott, weil du keinen Beweis hast. Und ich frage dich, was wäre ein Gottesbeweis? Ein Gottesbeweis wäre, als Beispiel für mich, wäre ein Gottesbeweis, dass zum Beispiel, wenn du einen Baum absägst und zwischen den Lebensringen des Baumes zum Beispiel stehen Gottes Worte. Nicht, dass das irgendein Mensch schreiben muss, nicht, dass das irgendein Mensch erzählen muss, sondern, dass das zwischen den Lebensringen der Bäume steht. Und wenn man jetzt einen Samen nimmt von dem Baum und diesen Samen in einem anderen Land pflanzt und dieser Baum dann wächst, dann sollten die Worte Gottes auch in diesem Baum wieder stehen, aber mit der jeweiligen Landesprache zum Beispiel. Weil das wären Gottes Worte überbracht ohne Einfluss eines Menschen. Aber ich finde das sehr traurig und was ist traurig, sehr schwach, dass Gott anscheinend abhängig vom Menschen ist. Dass Gott Gefahr läuft, dass man an ihn nicht glaubt, weil man den Propheten oder den Menschen, die an Gott glauben, dass man dem vorwerfen kann, sind doch nur Gottes Werke, die du mit erbringst. Es sind doch nur Menschens Werke, die du mit erbringst. Also verstehe ich nicht, wenn die Verse sich zum Beispiel jetzt im Koran oder in der Bibel oder in der Tora stehen, in einem Baum eingraviert wären, wäre das für dich ein Gottesbeweis. Nochmal, wenn inzwischen in den Lebensringen den Bäumen Gottesbeweis stehen würde, also Gottes Worte stehen würden und man den Samen auch nimmt und in ein anderes Land pflanzt und dieser Baum, der da wächst, auch diese Worte enthalten, aber nur in der jeweiligen Landessprache eben halt. Also ist der Samen von dem Baum für dich wie ein USB-Stick, den du dann in ein anderes Land transportierst und da kommt derselbe Baum dann zustande, oder wie? Wieso sind denn Samen USB-Sticks? Naja, wie stellst du dir das vor? Was enthält denn dieser Samen? Die Information, oder? Der Samen enthält die Information für den Baum, genauso das, was ein Baum hat. das transportiert über einen USB-Stick die Information oder die Daten oder was auch immer. Oder? Wenn du das so sagst, dann ist der Baum ja für dich auch ein USB-Stick und ist der Baum für dich auch ein USB-Stick. Okay, aber dann kommen ja die Leute zu dir und fragen dir, woher weißt du, dass der Samen von Gott kommt? Beweis mir doch. Du kannst ja nicht davon ausgehen, dass eine kleine Veränderung am Baum den Baum ändert. Du kannst ja nicht sagen, der Baum ist ein USB-Stick, weil da jetzt eine Information mehr steht als sonst. Weil der Baum enthält ja sonst auch ohne die Worte Gottes auch jede Menge Informationen. Der Baum entsteht ja eben durch die Informationen, die in dem Samen drin stecken. Ob da jetzt Gottes Wort dabei ist oder ohne Gottes Wort, ist der Samen trotzdem ein Samen. Es ist trotzdem ein Teil der Natur. und ich möchte halt einfach etwas, wo Gottes Worte in der Natur vorkommen, nicht abhängig von Menschen sind. Okay, und dann komme ich und glaube nicht, dass in diesem Samen, dass der von Gott kommt. Beweise mir, dass dieser Samen von Gott kommt. Ja. Sägt den Baum auf und dann stehen da Gottes Worte drin. Eine Sprache, eine Sprache, eine Sprache. Ich glaube, dass das vielleicht jemand anderer gemacht haben könnte, diese Bäume rein, diese Info reinzuschreiben. Wie denn? Wie hat man denn in einen Samen eine Information reingeschrieben, die sich auch, je nachdem, in welchem Land es besamt wird, mit der jeweiligen Sprache rauswächst? Man könnte, deswegen habe ich das ja auch erwähnt, es ist ja durchdacht, ich habe ja auch deswegen erwähnt, dass man den Samen in einem anderen Land pflanzt und dort dann der Baum mit der jeweiligen Sprache aufwächst. Das habe ich ja nicht zum Beispiel 1500 Jahre später. Das heißt, ich war nie dabei, als der erste Baum gepflanzt wurde. Stopp, 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 stopp. Ich habe gesagt, wenn man jetzt, damit man diese Ausrede nicht hat, diese Ausrede nicht hat, zu sagen, ja, das hat auch bestimmt ein Mensch gemacht. Weil wenn das ein Mensch gemacht hätte, dann würde ja der Baum, der in einem anderen Land gepflanzt wird, wieder dieselbe Sprache zeigen, wie es in dem vorherigen Land eben passiert war. Aber, deswegen habe ich ja gesagt, die Sprache der Botschaft Gottes passt sich entsprechend des Landes an. Das heißt, wenn du den Samen in China pflanzt, dann wird die Sprache auf Chinesisch sein oder die Botschaft auf Chinesisch kommen. Wenn du diesen Baum irgendwo auf dem Acker in Mexiko pflanzt, wird die Sprache auf Mexikanisch sein. Und das wiederum schließt aus, dass da dieser Samen von einem Menschen bearbeitet wurde oder gepfuscht wurde. So, also, wo wäre da jetzt eine mögliche Möglichkeit zu sagen, ja, das ist auch gefakt. Nur um zu rechtfertigen, dass man auf alles sagen könnte, das ist gefakt. Das heißt, wenn Gottes Beweis wäre, da ist ein Baum mit einer Information und wenn man den Samen von diesem Baum in andere Länder bringt, würde sich dieser Baum anpassen mit den Versen in die jeweilige Sprache, oder? Genau. Verstehe ich das richtig, zusammengefasst? Genau. Und wer hat diesen ersten Baum oder was auch immer gesehen? Was? Oder wie lange gibt es diesen Baum schon und wer hat diesen Baum gesehen? Es sehen ja nicht alle Menschen zur selben Zeit in der selben Zeit diesen Baum oder diese Bäume. Jeder Baum, den es auf der Welt gibt, ja, es gibt Bäume, die sind 500 Jahre alt, beispielsweise. Ja. Egal, jeden Baum, den du aufsägst, hat die Sprache, hat die Schrift. Jeder Baum hat das. Es gibt ja in jedem Land einen Baum. Nein, ich rede jetzt über deinen Gottesbeweis. Wir gehen ja davon aus, dass dein Gottesbeweis jetzt dieser Baum ist. Gibt es dann in jedem Land einen Baum mit der jeweiligen Sprache, wo da diverse reingraviert sind? Ja. Machiavelli. Ich wollte nur sagen, dass man dich ganz, ganz schlecht hört, Machiavelli. Deswegen wollte ich unbedingt kommen, um dir das zu sagen, weil man versteht dich kaum. Echt? Schön. Ja. Wir schreiben auch die ganze Zeit im Chat, so ich und wir Moody's, aber du liest halt den Chat nicht. Mal gucken, ob ich Kopfhörer. Vielleicht wegen Kopfhörer oder so, vielleicht mal drauf achten. Ach so, also ich verstehe dich ganz normal. Also wir haben ihn nicht verstanden, deswegen kam ich ja hoch. Rede mal, ist vielleicht so ein Test, Test reden du? Ich hole mal Kopfhörer. Ich setze mal Kopfhörer auf. Genau. Weil das wäre halt wichtig, auch dich zu verstehen, weil wie gesagt, argumentativ bist du ja sehr, sehr stark von daher, Ja, danke. Danke für den Vorfeldfall. Sehr wertvoll. Ah Mann, ey. Guck mal, ey. Mein armen Moody's, ey. Ich weiß, die kennen mich auch. Ja, wahrscheinlich die ganze Zeit Machiavelli und Schu, aber wir kennen dich schon so. Du achtest nicht auf den Chat und so. Du ignorierst uns einfach. Ja, ignorierst uns das falsche Wort. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Du bist jetzt beschäftigt, du bist jetzt geistig rausgefordert worden. Ja, das muss halt, also wie gesagt, mit dem Ton und so, das muss ja erst mal passen und so kann man dann beide verstehen. Also die Moody's und die Leute, die hier mal sind, die wissen ja, dass ich, wenn ich jetzt Dings habe, Gäste habe, dass ich dann komplett, komplett auf, auf das Gespräch konzentriert bin und nicht irgendwie den Chat grise, überhaupt nicht null. Ja, ja, das ist ja normal. Das ist gut so. Ich habe keine Multitasking-Fähigkeit. Leider. Ja. Also du hast noch andere Gäste, die möchten auch Hochkrieger des Lichts, sagt auf Albanisch, ich soll dir sagen, dass er auch hoch möchte halt und dann halt, also, ich frage immer auf Albanisch, ob er Deutsch kann. Ja, ja, der kann auch Deutsch. Nur er weiß, dass ich Albanerin bin, deswegen dachte er, so auf Albanisch schreiben halt. Ja, ich nehme ihn auch gleich hoch, aber ich möchte gerne noch das Gespräch hier mit Hannah nochmal. Ja, ja, klar, klar. Okay, dein Ton, hast du jetzt Koffi Raveko oder so? Nee, äh, Sag mal, hast du hier einen Koffi Raveko? Wie? Wo denn? Ach, das ist schon da. Nee, doch, das ist ja mit Klinker. Ich dachte, das mit Klinker. Da ist eins von dir. Wo? Die Zahnrauschen. Auf, drauf? Ja, das ist eigentlich recht. Nee, da kannst du gesehen. Ja, der Ton ist ein bisschen besser, aber trotzdem noch, also nicht wie von Anfang an, also am Anfang an. Immer diese Stufen hoch und runterlaufen, ey. Das ist ja das, was ich ausgepackt habe gerade. Ja, das ist doch dein Koffi Raveko. Ich hab nur meine. Achso, aber ich mein Kabelkopf, ich hab irgendwo. Ich weiß es nicht. Also das heißt dann, Machiavelli, du legst deine Sache nicht nur in eine Stelle, mal da, mal da, ne? Du bist so ein Typ, oder? Ja, ist er. Ja, hallo? Ich bin eine, ich lege immer bei der Sache in einen Platz, weil sonst, nee, finde ich die nie. Nee, ich weiß nicht. Ja, aber ich bin ja auch gerade gar nicht zu Hause, also von daher, hallo. Du tust immer deine Sachen überall hin. Ja, kenne ich. Mein Freund ist auch so, der ist so chaot. Ich guck mal, ich komm jetzt, ach, die werden mich fett, ich mach das wieder, ne? Hallo, hallo? Hm, nice, weiter. Hört man mich gut? Nee. Hä? Hört man mich nicht? Nee, nicht gut. Also ich nicht. Ach, du. Hä? Ja. Und der Rest? Ohne Kopfhörer klingt's besser, sagen die im Chat. Also ich find mit Kopfhörer schlechter, ja, ohne besser. Ich versuch mal. Nee, jetzt ist noch immer nicht ganz, ganz schön. Also halt bist du unter dem Wasser halt. Ganz komisch. Also bist du beim Tauchen. Ihr verwirrt mich. Warum? Was ist los? Ja, wir müssen, wir haben hier technische Probleme, deswegen, das muss halt gemacht werden. Weil es uns bringt ja nichts, wenn er redet. Das ist wichtig auch, dass man ihn versteht. Ein Gin ist in seinem Handy. Ja, klar. In das Leben nichts. Ja, ja, Chris, wenn er nur Lügen verbreitet, warum bist du hier, um die Lügen anzuhören? Macht auch keinen Sinn. Aber okay. Ja, das ist wichtig. Ich weiß nicht, kann sein. Hallo, hallo, hört man mich? Ja. Hört man mich besser jetzt? Ja, das hört sich ganz normal, wie vorher auch. Hast du Kopf, oder? Airpods, ja, also. Ja, naja, es geht besser als vorher, sagen wir mal so. Oh Mann, eh, ja. Ja. Warte, 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 warte. Vielleicht muss ich ja auch noch ein bisschen näher am Kopfhörer beantreten. Da muss ich auch am Mikrofon einfach näher dran sitzen. Warte, so, jetzt ist glaub' besser. Ja, okay, dann machen wir das so. Okay, alles klar, da gehe ich runter wieder. Okay, da soll ich dann bleiben. Ja, okay, dann bin ich mal stumm. Dann bleibe ich. Ja, ist schon ein bisschen besser. Ja. So. Hanna, bitteschön. Jetzt können wir weitermachen, ja. Ja. Warst du nicht am Reden? Bitte? Warst du nicht am Reden oder hatte ich gesprochen? Ich überlege gerade, ich hatte ja gesagt, nee, du hast geredet, du hast ja mir das wiederholt, was du verstanden hast von mir. Also das heißt, du hast wiederholt, dass der Baum, das gepflanzt werden müsste in anderen Ländern und der die jeweilige Sprache übernimmt und so. Genau, und dann habe ich gefragt, ob es dann in jedem Land eben diesen einen einzigen Baum gibt. Nicht einen einzigen Baum, jeder Baum. Achso, in jedem Baum stehen dann sozusagen Gottes Worte drin, oder wie? Genau, in den Lebensringen, genau. Das ist jeder Baum, egal, das ist komplett ein Teil der Natur. Gottes Worte ist ein Teil der Natur. Und nicht abhängig vom menschlichen Wirken. Und was wäre dann die Absicht von Gott sozusagen, dass da jetzt in jedem Baum sein Wort drinnen steht? Na ja, im Grunde, dass wir wissen, dass er der Schaffer ist und dass wir jetzt geprüft werden quasi, ob wir halt entsprechend auch handeln, ob wir gut sind oder ob wir gut handeln, ob wir schlecht handeln, ob wir böse sind oder nicht böse sind. Aber du sagst ja, das wäre sozusagen der ultimative Gottesbeweis, den niemand in Frage stellen könnte, weil es so gesichert wäre, dass das Gottes Worte wären, oder? Ja, genau. Und du glaubst, dass wenn jeder den ultimativen Gottesbeweis hätte, würde er dann nicht, also inwiefern würde er das dann anzweifeln? Also welchen Sinn hätte dann der Glaube, wenn jemand den ultimativen Beweis hätte und tagtäglich sieht, es gibt 100% einen Gott, der bestraft dich, der ist einfach da? Welchen Sinn hat dann der Glaube? Ich habe gedacht, ehrlich gesagt, dass du 100% überzeugt bist von Gott. Ja, das bin ich. Aber ich bin null der Überzeugung, dass ich einen Gottesbeweis habe. Du bist jetzt überzeugt, dass Gott existiert. Ich bin davon überzeugt. Du bist auch nicht mehr in einer Prüfung, du hast die Prüfung bestanden. Nein, das stimmt nicht. Ich bin nicht davon überzeugt, dass ich einen Gottesbeweis habe. Und darin liegt doch die Kunst des Glaubens. Verstehst du mich? Nochmal, du, nochmal, wiederhole nochmal. Ich bin davon überzeugt, dass es einen Gott gibt. Genau. Ich habe aber keinen 100%igen Beweis für dich, dass es diesen Gott gibt. Und darin liegt die Kunst zu glauben. Wenn ich einen 100%igen Beweis hätte, dann wären wir alle gläubig, oder nicht? Aber ja gut, aber nochmal, dadurch, dass du einen bist, der an Gott glaubt. Ja. Ich glaube an Gott, weil ich Zeichen sehe und nicht, weil ich Beweise habe. Das ist der Unterschied. Deshalb verstehe ich nie, warum man einen Beweis haben möchte. Einen Beweis, einen Beweis. Was ist denn die Prüfung dann? Dann ist die Prüfung ja nie zu Ende. Die Prüfung ist zu Ende, wenn ich gestorben bin. Oder wenn alle gestorben sind. Nein, ich meine, die Prüfung, da hast du ja die Prüfung nie bestanden. Weil du wirst ja nie einen Beweis haben. Für wen brauche ich denn einen Beweis? Ihr seid doch diejenigen, die die Beweise einfordern. Schau mal. Woraus besteht die Prüfung? Die Prüfung besteht darin, dass ich Gott nie gesehen habe, dennoch an ihn glaube und seine Worte befolge. Dafür werde ich entweder belohnt oder bestraft. Wenn ich aber zu 100% zum Beispiel jetzt Gott mit mir im Zimmer wäre, dann macht es keinen Sinn, dass er mich prüft. Deshalb verstehe ich einfach nicht, warum die Leute einen Gottesbeweis von mir haben möchten. Denn wenn es ihn gäbe, dann wären doch alle gläubig. Dann würde das ganze Prinzip von Bestrafung, Belohnung, Zellung Sinn machen. Guck mal, das Problem ist, jetzt gibt es verschiedene religiöse Leute, verschiedene Gläubige. Und Gott ist ja anscheinend nicht so locker drauf wie du, weil du stellst das gerade so dar, als ob Gott das genauso sieht wie du. Aber ich finde, du hast das halt missverstanden, weil Gott, diejenigen, die an einen anderen Gott glauben, der findet das so schlimm, dass das die größte Sünde ist, die man in deiner Religion je machen könnte. Schirk ist die größte Sünde, die du machen könntest. Also jeden wird verziehen oder jeden kann verziehen werden, außer dem der Schirk begeht. Aber was hat dich denn jetzt damit zu tun? Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Das hat damit zu tun, dass Gott anscheinend doch nicht voraussetzt, dass die Prüfung doch nicht das ist, ob wir ihn jetzt finden oder ob wir ihn glauben. Sondern das ist schon eine Voraussetzung, dass wir an ihn glauben. Das ist nicht die Prüfung, ob wir an ihn glauben, sondern es ist die Voraussetzung. Denn nicht an ihn zu glauben oder an einen anderen Gott zu glauben, ist das schon die schlimmste Sünde, die du machen kannst. Aber das ist ja auch die einzige Option, die dir übrig bleibt, wenn du nicht glaubst. Verstehst du, was ich meine? Wenn du nicht glaubst, ist die einzige Option, die dir übrig bleibt, dass du Schirk begehst. Aber schau mal, du sprichst jetzt mit mir darüber, wie Gott über mich später urteilen wird. Ich spreche aber mit dir darüber, dass von mir einen Gottesbeweis einzufordern einfach keinen Sinn macht. Doch. Das eine ist das eine Thema, das andere ist das andere Thema. Ja, aber schau mal, da hast du mir vorhin nicht zugehört. Ich glaube an Gott, weil ich Zeichen sehe, nicht weil ich einen Gottesbeweis habe. Verstehst du das? Und deshalb verstehe ich nicht, warum man von mir einen Gottesbeweis haben möchte. Ich habe nie behauptet, einen zu haben. Und auch Gott im Koran behauptet nicht, dass viele einen Gottesbeweis haben, sondern dass die Zeichen... Du interpretierst die Zeichen. Genau. Ich interpretiere die Zeichen aber anders. Genau. Und du hast nicht mehr Recht als ich. Genau. Hat ja auch nie jemand behauptet, oder nicht? Also ist es auch möglich, dass Allah nicht gibt? Ja, für dich gibt es das. Für mich nicht. Nichts, weil du die Zeichen anders interpretierst oder sogar gar nicht siehst. Okay, das heißt, ich werde bewertet nach dem, was... Also wenn ich tot bin, werde ich dem nach bewertet, was ich glaube. Du wirst nach dem bewertet, was du glaubst. Genau. Also ich komme gar nicht in die Hölle. Weil ich glaube ja nicht in die Hölle. Nein. Du wirst nach dem bewertet, was du glaubst, aber dahinter steckt noch eine Arbeit von dir, oder nicht? Ich kann ja ignorant einfach im Bett liegen, mir denken, dass ich kein Wort nachforschen... Nein, du hast meine Aussage falsch verstanden. Ich habe gesagt, also werde ich nach meinem Tod so bewertet, wie ich geglaubt habe. Natürlich. Und dann werde ich auch das erleben, was ich geglaubt habe. Weil im Endeffekt glaube ich, dass es Gott nicht gibt, also gibt es für mich nach dem Tod auch keinen Gott mehr. Also gibt es nach dem Tod keinen Gott. So, wenn du aber glaubst, dass es Gott gibt nach dem Tod, dann gibt es nach dem Tod einen Gott. Aber das stimmt so nicht. Das stimmt so nicht. Du wirst danach bewertet, was du getan hast, für deinen Glauben. Ja gut, aber dann heißt das ja trotzdem... Ich weiß nicht, warum du mal diese komische Antworten hast. Thomas, ob dein Glaube im Endeffekt stimmt oder nicht? Ich habe dich vorhin gefragt, wenn es die Wahrheit ist, für mich ist es die Wahrheit, dass es Gott nicht gibt. Und du sagst, ja, das ist deine Wahrheit. Ja, aber deine Wahrheit ist Gott nicht. Und das heißt, wenn jeder seine eigene Wahrheit hat, und wenn ja eben die eigene Wahrheit die Wahrheit ist, dann gibt es ja für mich im Nachhinein kein Problem mehr, weil ich ja dann im Endeffekt keinen Gott erleben werde. Meine Wahrheit ist deine Wahrheit, meine Wahrheit ist meine Wahrheit, aber die Wahrheit liegt bei Gott. Ja, guck mal, aber das... Guck mal, Anand. Wenn wir von Interpretation reden, wenn wir die Welt interpretieren oder irgendwelche Bücher oder irgendwelche Texte interpretieren, dann kannst du doch dann eben nicht sagen, ja, das ist deine Interpretation und das ist dann so. Und ich habe meine Interpretation, dann müssen wir uns ja einig werden, dann musst du ja auch sagen, nein, es gibt eine mögliche Interpretation, die die absolute Wahrheit ist. So, wenn wir die absolute Wahrheit herausbekommen möchten, ja, dann müssen wir auch die Pros und die Kontrast beachten, dann müssen wir dieses Thema immer unter die Lupe nehmen. Genau. Und das heißt, wenn ich jetzt die Sache, die du jetzt so interpretierst, anders interpretiere, in der Lage sein zu fragen, okay, ich will mal wissen, wer recht hat, ob deine Interpretation wahrscheinlicher ist oder ob meine Interpretation wahrscheinlicher ist. Ja, genau darum geht es ja. Deshalb verstehe ich nicht, warum man von mir einen Gottesbeweis haben möchte. Verstehst du? Ja, weil du die andere Interpretation ablehnst. Ja, aber das ist ja, weil ich eben bestimmte Zeichen so und so verstehe und du diese Zeichen so und so verstehst. Und am Ende wird Gott darüber urteilen, ob ich recht hatte oder du. Aus meiner Sicht glaube ich mir an Gott. Gott wird nicht urteilen. Es gibt keinen Grund. Ja, das ist, weil du nicht an ihn glaubst. Das verstehe ich schon. Das überrascht mich gar nicht. Machiavelli, dein Ton wieder. Ist wieder schlecht? Ja. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ja, aber komisch, was ist los? Warum so? Ist das jetzt wieder besser? Ja, geht. Ja, komisch. Ich höre dich ja jetzt. Hä, wo komisch? Nee, so als bist du, als würdest du tauchen, weißt du? Das ist ja komisch. Hört man, ähm, vielleicht muss ich auch noch lauter reden oder so, oder? Nee, das ist mir komisch. Okay, ja, jetzt, genau so. Tschüss, da muss ich ja schreien, Alter. Das ist ja egal. Okay, dann machen wir das halt so. Also, also, guck mal, Hannan, es geht ja darum, ja, aber ich muss ja jetzt lauter reden hier. Das ist ja wieder mal bescheuert, ey. Ähm, also, Hannan, ähm, du kannst, du gehst ja von vornherein aus, dass es Gott gibt und alles, was es gibt, kann man halt mit Gott interpretieren, so. Und du denkst ja, du hast dich ja so eingestellt, dass das ja für dich die absolute Wahrheit ist und alle anderen Interpretationen sind einfach nur andere Interpretationen, die aber nicht wahr sind, so. Ohne, dass du jetzt da hingehst und sagst, okay, das prüfen wir mal. Und deswegen, sagt man zu dir, äh, kannst du das beweisen, dass das, was du sagst, was ich da nicht geprüft habe, das stimmt nicht. Ja, aber das wollen wir doch wissen. Was hast du denn geprüft? Wie bist du denn zum, wie ist für dich das Beweis? Ich sage es dir ja gerade die ganze Zeit. Für mich gibt es Zeichen, die für mich auf Gott hindeuten. Verstehst du? Ja, genau. Und über die wollen wir ja reden. Genau, aber das war ja nicht meine Frage. Meine Frage ist, warum man von mir einen Gottesbeweis haben möchte. Dann würde das Prinzip für mich, Glaube, keinen Sinn machen. Denn die Kunst darin zu glauben, liegt ja darin, dass ich keinen hundertprozentigen Beweis habe, aber dennoch an Gott glaube, weil es mich, weil es durch meinen Verstand dazu kam. Ich sehe Zeichen, ich deute darauf hin, okay, da steckt eine höhere Macht dahinter. Aber du hast doch diese Frage heraus provoziert. Ich habe dich ja mit keinem, in keinem Moment habe ich dich gefragt, ob du mir das beweisen kannst. Sogar wo du mich gefragt hast, sogar wo du mich gefragt hast, was wäre für dich denn ein Gottesbeweis? Du hast mich ja sogar gefragt. Ja, ich bin doch in den Stream reingekommen, wo es genau darum ging. Es ging doch darum, beweise mir doch, dass dein Koran von Gott kommt. Das habe ich mir ja jetzt nicht ausgedacht, oder? Warte, warte, warte. Also, ich habe ja nicht gesagt zu dir, dass du mir Gott beweisen sollst. Das ist ja eine Sache gewesen, die du gesagt hast, sogar wo du gesagt hast, was wäre für dich ein Gottesbeweis. Da habe ich zu dir gesagt, ganz am Anfang sogar, habe ich gesagt, es ist ja nicht wichtig, was für mich ein Gottesbeweis ist. Die Frage ist ja, was du als Beweis erachtest, wenn du von Beweisen redest. Und deine Überzeugung, wie kannst du jetzt zum Beispiel sagen, dass es Gott gibt? Wenn du, also welche Ereignisse, welche Taten, welche Worte, welche Beweise gibt es denn, wo du sagst, ja, okay, es gibt Gott. Und das ist ja halt das, was du bringen musst. Nicht, dass ich jetzt irgendwie erzählen muss, was ein Gottesbeweis ist. So hat das Thema ja angefangen. Aber dann forderst du doch gerade von mir einen Gottesbeweis ein. Was denn sonst? Ja, ich habe doch nichts mehr gesagt. Du sagst mir, ich soll dir sagen, welche Beweise ich denn habe, dass man jetzt davon ausgehen sollte, dass es Gott gibt. Das hast du gerade gesagt. Welche Ereignisse, welche Beweise, welche Gründe. Du hast geschrieben, was für eine Antwort ich meine. Weil du mich ja nachher, weil du mich gefragt hast, was ein Gottesbeweis wäre. Habe ich da geschrieben? Ja, dein Ton, dein Ton ist wieder schlecht. Sorry, ich muss immer dazwischen, aber dein Ton ist wieder schlecht. Kann sein, dass du vielleicht einen Anruf bekommst? Nein. Hört man mich jetzt wieder? Nee, ganz, ganz schlecht wieder. Warte. Jetzt ist dein live pausiert. Sobald dein live pausiert ist, du bist wieder da sozusagen, dann ist dein Ton schlechter. Aber der hört mich nicht, glaube ich. So, ich habe... Ja, jetzt. Ich mache wieder mit Kopfhörer irgendwie. Ja, okay. Wir probieren jetzt mal gucken, ob das was passiert. Also, ähm... Darf ich nur ganz kurz etwas sagen? Sorry, ich weiß nicht, dass ich dich unterbreche. Als ich in den Stream reingekommen bin, gab es doch einen Gast bei dir, der hieß Habibi Bruder, oder? Ja. Der wurde eindeutig von euch nach einem Gottesbeweis gefragt. Ähm... Ja, kann sein. Nein, nicht kann sein. Das ist ein Fakt. Er wurde von euch nach einem Gottesbeweis gefragt. Also, meine Frage ist eigentlich mehr... Also, das ist ja nichts... Das ist der Grund, warum ich reingegangen bin. Und deshalb war meine erste Frage, was wäre denn ein Gottesbeweis? Habe ich dir vorhin gesagt, so. Und die Frage ist ja vielmehr... Aber du hast mir gerade gesagt, keiner verlangt zu mir an dem Beweis. Nochmal, nochmal. Hör mal bitte zu. Die Frage ist ja, wie kommt man als Mensch auf die Idee oder zur Annahme, dass es einen Gott gibt, der dich erschaffen hat, der Teufel erschaffen hat, der Himmel erschaffen hat, der Paradieser, der uns prüft, ja? Wie kommt man auf diese Idee? So, und dann geht das weiter. Ja, die Erschaffung, es kann nichts aus nichts entstehen und tralalalala. Und ich sage dann, okay, schön und gut, aber wir haben immer noch nicht die Idee von einem Gott erreicht. Das heißt, wir wissen immer noch nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass wir jetzt geprüft werden, dass Gott gibt, der halt Teufel erschaffen hat, der Himmel erschaffen hat. Und irgendwoher muss die Idee ja herkommen. Irgendwas muss für dich ja überzeugend gewesen sein, dass das jetzt Gott ist. Aber woher kommt das? Aus der Logik heraus, indem man die Zeichen, die man in der Natur sieht, auf Gott schließt. Okay, genau um das geht es ja. Ja, so, und was ist das zum Beispiel? Das ist aber kein Beweis, den ich dir hier gerade geliefert habe. Naja, aber gut, schön, aber trotzdem können wir ja, du kannst ja nennen, wie du willst. Schau mal, wenn ich dir jetzt einen Beweis geliefert hätte, dann wärst du doch jetzt sofort konvertiert, oder nicht? Nee, es geht darum, dass das, was du als Beweis erachtest, für mich kein Beweis ist, weil du vielleicht andere Fakten nicht beachtest. Genau, darum geht es ja, aber dennoch, wenn doch, erwartest du von mir einen Beweis. Wenn es dir weitere Blickwinkel oder weitere Ansichtsweisen gäbe über das, was du jetzt so interpretierst, zeige ich dir eine andere Möglichkeit, wie man es noch interpretieren kann. Und somit ist der Beweis aufgehoben. Darum geht es. Aber ich sage dir gerade, es gibt keinen Beweis, das sage ich dir als Gläubige, es gibt keinen Beweis. Es gibt Zeichen. Ja, welche Zeichen das denn? Mir ist das doch kompassend, mir persönlich ist das doch völlig egal. Mir persönlich ist das völlig egal, ob du das jetzt als Zeichen nennst, ob du es Beweis nennst, ob du... Naturgesetze sind, die ziehen dich einfach an. Aber das erklärt das Gesetz nicht. Du sagst mir, was daraus resultiert. Erklär mir das Gesetz. Ja, warte, warte. Ich sage dir gerade, dass wenn du vom Bett springst, dass du auf dem Boden landest. Warum? Warte, warte, hör zu. Ja, aber ich will ja wissen, warum. Ich will wissen, warum. Ja, hör doch zu. Wenn du jetzt sagst, okay, das ist jetzt eine Sache, die Gott besser erklärt, die Gott besser definiert, dann lade ich dich dazu ein, mir jetzt das genauer zu erklären, mir Details zu nennen, die ich nur bekommen kann, erlangen kann, dadurch, dass ich dir zum Beispiel Gottes Worte lese. Also dieses Warum, was du gerade fragst, möchte ich von Gott jetzt hören oder von Gott wissen, was sagt Gott dazu? Gott sagt mir, ich erhalte das am Leben, ich bin der Allmächtige, ich mache das alles. Das ist halt, warte, 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 du fragst mich gerade, du fragst mich gerade nach Details der Naturgesetze und wenn man dich fragt, dann kannst du nicht mal so viel sagen, wie ich gesagt habe? Ich sage dir ja, du hast die Details nicht, ich habe sie nicht und deshalb frage ich dir, Gott hat sie. Ah, okay. Ich habe ja nie behauptet, dass ich die Details habe. Ja, okay, dann stellst du mir dann die Frage über die Naturgesetze, du hast doch gesagt. Aber du sagst mir ja, du hast andere Antworten als meine. Ich sage dir, ich habe keine Antworten und das ist Gott. Du sagst, du hast andere Antworten und deshalb frage ich dich, okay, was sind die Antworten? Ah, nein, guck mal, du gehst, das ist richtig komisch, was du machst. Du sagst zu mir, erklär mir die Naturgesetze. Warte, du sagst zu mir, erklär mir die Naturgesetze. Ich sage dir, wenn ich vom Bett springe, falle ich runter oder falle ich auf den Boden. So, und dann willst du dir teilen. Okay, jetzt will ich von dir wissen, was Gott dazu sagt zu den Naturgesetzen. Sagst du, gar nichts. Okay, warum fragst du mich dann über die Naturgesetze? Ich habe nicht gesagt, dass Gott nichts dazu sagt. Ich habe dir gesagt, Gott erklärt das, indem er sagt, er macht das. Er ist der Allmächtige, er hat diese Kraft. Ich habe nie gesagt, dass hier nichts passiert. Ich habe dir nur gesagt, wer das verursacht. Okay, warte, warte, warte. Mein Opa hat geschrieben, er ist der, der die Naturgesetze gemacht hat. Wollen wir jetzt alle meinen Opa glauben? Dann soll er sie mir erklären? Ja, Gott erklärt es dir auch nicht. Und du glaubst ja trotzdem dran. Ich glaube daran, weil Gott eine höhere Macht ist. Dein Opa ist keine höhere Macht. Dein Opa hat dieselben Möglichkeiten, die ich habe. Mein Opa hat die Welt erschaffen und das Universum erschaffen. Wirklich? Ja. Dann soll er dir die Naturgesetze erklären. Dann kannst du mir das ja schnell sagen. Ja, aber braucht er doch gar nicht. Wieso nicht? Hä? Okay, dann erklär mir, was Allah sagt. Dein Opa ist nicht Gott. Dein Opa ist nicht Gott. Das heißt, wenn dein Opa behauptet, er wäre ein Mensch wie ich und du, dann muss er... Und deswegen, weil er das sagt, ist er das. Aber er erklärt die Naturgesetze nicht. Wenn ich sage, mein Opa ist der Allerschaffer, forderst du Naturgesetze, Erklärung der Naturgesetze. Warum forderst du das nicht von deinem Gott? Weil dein Opa ein Mensch ist wie ich. Warum forderst du das nicht von deinem Gott? Aber Gott ist Gott. Mensch ist Mensch. Mein Opa ist Gott gewesen. Wirklich? Ja. Dann erklär mir die Naturgesetze. Hast du ihn nie gefragt? Nö. Aber mein Opa ist ja jetzt nicht mehr da. Er ist jetzt woanders. Er macht jetzt andere Universen. Er kümmert sich gerade um andere Universen. Aber deiner Meinung nach ist ja dein Gott immer noch da. Also kannst du ihn ja jetzt fragen. Bitteschön. Mein Gott? Ja. Was soll ich ihn fragen? Wie die Naturgesetze sind. Warum sollte ich denn? Ja, weil du forderst das ja als Grundlage, als Beweis. Du hast mir gerade gesagt, dann frag ihn mal, wie die Naturgesetze sind. Du behauptest, er wäre Gott. Du behauptest, dein Opa wäre Gott. Verstehst du nicht, dass darin der Unterschied liegt? Du bist ein Mensch und sagst mir, ich soll nicht an Gott glauben, weil es andere Interpretationen oder Erklärungen gibt. Du bist ein Mensch wie ich. Mein Opa war kein Mensch. Deshalb sage ich dir, dann gib mir diese Antworten. Mein Opa war kein Mensch. Du behauptest dir aber dann nicht. Dein Opa war kein Mensch? Mein Opa hat nur gesagt, er ist der Erschaffer gewesen. Er hat die Natur erschaffen, er hat die Welt erschaffen, er hat das Universum erschaffen. So, nur weil er das gesagt hat, müssen wir ihm das glauben. Lebt dein Gott noch? Nochmal. Oder dein Opa, lebt dein Opa noch? Ja, er lebt, aber er kümmert sich gerade um andere Universen. Mhm. Ja. Aber nur weil er das gesagt hat, heißt das ja nicht, dass er gleich Gott ist, oder? Nein, weil er ein Mensch ist. Okay, nein. Ja, logisch, dass ich dann nicht annehme, dass er Gott ist. Mein Opa... Aber du weißt ja nicht, was du mir hier gerade beweisen möchtest. Anna, ich gehe ein bisschen mehr ins Detail für dich, damit du es besser verstehst. Mein Opa ist nur ein Gott gewesen, der rosa fliegende Elefant. Ja, das ist so ein Wesen. Wir nennen ihn den rosa fliegenden Elefanten. Und der hat jetzt mein Opa zu einem Gott gekürt auf der Erde. Und mein Opa hat jetzt das mit der Erde geklärt. Jetzt wurde er beauftragt, andere Universen zu klären. Aber der rosa fliegende Elefant, das ist kein Mensch, das ist auch kein Tier. Das ist so eine Allmacht. Also ist dein Opa doch nicht Gott? Doch. Also ist dein Opa nur ein Prophet? Nein, er ist ein Gott, weil du verstehst das nicht, weil du nur ein menschliches Gehirn hast. Mit Menschen können wir das nicht einfach verstehen. Götter können auch Götter erschaffen. Das ist doch kein Problem für einen Gott. Aber wenn dein Gott zu schwach ist, um einen anderen Gott zu erschaffen, ja, du, du, dann würde ich... Ja, das ist ein Problem von deinem Gott. Aber mein Gott ist auf jeden Fall viel stärker. Der kann auf jeden Fall andere Götter erschaffen. Okay, lassen wir das mal verstehen. Ja, weiter? So, und woher, also wie findest du das, dass ich jetzt einfach dieser Geschichte glaube? Warum glaubst du zum Beispiel nicht an diese Geschichte? Weil dein Opa ein Mensch ist. Nein, ich mein Opa, der rosa fliegende Elefant. Warum glaubst du nicht daran, dass er Gott... Was sind die Eigenschaften von dem Elefanten? Er ist allmächtig, er ist allwissend, er ist allbarmherzig. Ja. Also alle Eigenschaften, die mein Gott hat, oder? Ne, die sind ja nicht deine Eigenschaften. In Wirklichkeit sind das... Dein Gott hat ja die Eigenschaften... Also die Menschen früher haben ja die Eigenschaften von meinem Gott einfach übernommen. Genau, du nimmst die Eigenschaften von... Also du übernimmst alle Eigenschaften, die mein Gott hat, und nimmst das, was da gibt, je Munster oder weiß ich nicht. Dein Gott hat die Eigenschaften von meinem Gott übernommen. Zum Beispiel hat mein Gott 199 Namen, aber davon sind nur 99 den Menschen offenbart worden. Und dein Gott zum Beispiel dachte, dein Gott dachte, dass ein Gott nur 99 Namen hat. Aber im Wirklichkeit hat er 199 Namen. Aber dein Gott hat gedacht, dass es nur 99 ist. Deswegen hat dein Gott zum Beispiel nur 99 Namen bekommen oder halt übernommen. Er wusste nämlich nicht, dass der wahre Gott 199 Namen hat. Diese 99 Namen von deinem Gott sind nur ein Teil von dem Namen von meinem Gott. Das ist der Beweis dafür, dass dein Gott von meinem Gott kopiert hat. Okay, kannst du sagen, worum es dir geht? Es geht mir darum, dass wenn ich dir etwas erfinde, wenn ich dir sage, okay, mein Gott ist so, mein Gott hat das gesagt, mein Gott ist jenes, dass das nicht ausreicht, um irgendeinen Quatsch zu glauben. Dir reicht es anscheinend aus. Du sagst gerade, ja, also mein Gott hat in Anführungsstrichen angeblich gesagt, dass er der Allmächtige ist. Also glaube ich das. Das ist deine Basis. Und das ist eine Basis, mit der eben jeder unvernünftige Mensch leben kann. Okay, aber nicht einer, der vernünftig denkt. Okay, wir nehmen an, ich bin unvernünftig, du bist vernünftig. Wie erklärst du dir die Welt? In welche Richtung meinst du, wie erklärst du, die Welt ist grün, die Welt ist blau, die Welt hat Blätter, hat Stämme, hat Berge, hat Steine, hat Organismen. So erkläre ich die Welt gerade. Ich meine, wie erklärst du die? Du erklärst dir ja die Welt, indem du sagst, sie hält sich selbst am Leben, oder? Die Welt hält sich nicht selbst am Leben. Wer hält die Welt am Leben? Die Welt funktioniert einfach nur, die hält sich nicht am Leben, die wird auch irgendwann vernichtet, die wird auch irgendwann sterben, die Welt wird auch irgendwann vernichtet sein. Aber zur Zeit lebt sie ja, wer hält sie am Leben? Die Welt lebt nicht, die Welt existiert. Okay, wer hält diese Existenz aufrecht? Wer die Existenz aufrecht? Keiner. Keiner hält die Existenz aufrecht. Keiner hält die Existenz aufrecht? Nein, keiner hält die Existenz aufrecht. Und das ist eine vernünftige Erklärung? Ja, es gibt keine... Also etwas existiert, aber keiner hält die Existenz aufrecht. Und jetzt bist du vernünftiger als ich. Ja, weil die Existenz existiert. Erklär mir mal, warum das vernünftiger ist, als zu sagen, dass die Existenz aufrecht erhalten wird, deshalb existiert sie. Die Existenz existiert, das sehen wir ja. Genau, aber warum ist diese Aussage vernünftiger? Wir sehen aber nicht, dass sie irgendwie am Faden hängt und wo dann irgendeiner mit Marionetten spielt und die Erde deswegen jetzt am Leben... Aber erklären wir doch mal, warum diese Aussage vernünftiger ist, als zu denken, dass die aufrecht erhalten wird, diese Existenz. Von einem Allerschaffer oder was? Nein, du glaubst ja nicht an einen Schöpfer. Genau. Aber du denkst, das wäre vernünftiger, an keinen zu glauben, weil die Existenz einfach existiert, ohne auch nicht erhalten zu werden. Weil, guck mal, pass auf, weil das Glauben an Gott ist nicht vernunftbasiert, sondern es ist märchenbasiert. Du musst sehr stark an etwas glauben, du musst dir etwas in deine Fantasie zusammenpuzzeln, damit du an etwas glauben kannst. Das ist nicht Vernunft. Vernunft ist, wenn du mit dem umgehst, was du siehst. Vernunft ist, wenn du mit der Realität umgehen kannst und nicht außerhalb der Realität dir irgendwas zusammenspinnst. Und dadurch, dass du Gott nicht beweisen kannst, dadurch, dass du Gott auch nicht 100% an Gott glauben kannst, also okay, du glaubst an Gott, aber du kannst dir nicht beweisen. Und das heißt, du musst dir Gott zusammenspinnen in deinem Kopf. Jetzt geht es wieder um Beweise. Nein, ich habe gesagt, du kannst dir Gott nicht beweisen. Ja. Du musst dir Gott zusammenspinnen. Nein, muss ich nicht. Okay, dann, hä? Hä? Ja, hä, hä, hä. Okay, du musst dir Gott nicht zusammenspinnen, aber du kannst Gott nicht beweisen. Ja, ich muss mir Gott nicht zusammenspinnen. Ja, und was sonst? Muss ich nicht. Wenn ich an seine Offenbarung glaube, dann habe ich mir nicht selber etwas zugetextet. Dann gehe ich ja davon aus, dass er sich selber beschreibt und nicht, dass ich ihn selber konstruiere. Du glaubst das, was andere zusammengespinnt haben. Okay, dann kannst du auch so haben. Aber damit meine ich ja eben du. Ich meine dich als Mensch. Also der Mensch muss sich etwas zusammenspinnen. Also auch die, die es damals geschrieben haben. Ich meine nicht dich persönlich, sondern halt du. Genau, das sagt jemand, der eben nicht an Gott glaubt. Ja. Ja, das ist mir klar. Das ist ja jetzt wieder keine Überraschung für mich. Sag mir bitte, warum glaubst du? Warum ich an Gott glaube, habe ich dir schon mehrfach gesagt. Weil ich in der Natur, in allem, was passiert, in allem, was für mich da vor mir ist, Teilchen sehe, dass das alles auf eine höhere Macht hindeutet. Deshalb glaube ich an Gott. Wie? Ja, okay. Dann erklär mir diese Verbindung bitte. Welche Verbindung? Zwischen den Teilchen und Gott. Auf welcher Ebene oder wie kommst du drauf, dass diese Teilchen von Gott erschaffen worden sind? Wie hast du diese Verbindung hergestellt? Wie ich die Verbindung hergestellt habe, dass diese ganze Natur jetzt existiert? Nein. Oder was meinst du denn? Das brauchst du ja nicht irgendwie Überlegungen, das musst du ja nicht feststellen. Das siehst du ja, das sehe ich auch. Es geht darum, wie hast du erkannt? Ich gebe dir ein Beispiel. Da liegt jetzt zum Beispiel eine Leiche auf dem Boden. Und du siehst aber auch vor dir zehn Menschen. Wie hast du jetzt erkannt, dass von diesen zehn Menschen der eine da der Gott ist, der wahre Gott ist, und alle anderen halt, also der Mörder ist, Entschuldigung, und die anderen nicht die Mörder sind. Du hast ja einen Indiz, zum Beispiel wurde die Leiche ermordet. Und dann hat der andere vielleicht, den du als identifiziert hast, hat ein Messer in der Hand. So, du hast eine Verbindung aufgebaut. Ah, er hat ein Messer in der Hand, das Messer ist blutig, und der hier wurde erstochen. Alle anderen haben kein Messer. Jetzt könnte man da hingehen und sagen, hey, du bist der Mörder. So, das heißt, du hast diese Verbindung aufgebaut, jetzt anhand der Leiche, einmal, also anhand der Natur, und einmal anhand dessen, dass dieser Gott jetzt ein, dieser Mörder jetzt ein Messer in der Hand hat. So, welch, also wie hast du jetzt den Beweis festgestellt, dass diese Natur und die Teilchen in der Natur und all das von diesem einen Gott kommt, an den du glaubst? Wie hast du diese Verbindung aufgebaut? Hallo? Hallo? Tja. Warum redest du nicht mehr? Hast einen Anruf bekommen wahrscheinlich. Okay, komm, dann machen wir, wechseln wir einfach raus. Hallo, mein Freund. Hallo, willkommen. Wie geht's? Hamdollah, gut, und dir? Hamdollah auch. Ja, was denn, äh, wie glaubt ihr den Atheisten eigentlich? Gar nicht. Ja, ihr glaubt, ja, das ist schon mal gut, dass ihr nichts glaubt, aber trotzdem Glaube da ist. Aber wie ist denn für dich die Welt dann entstanden oder so? Weiß ich nicht. Weißt du es? Ja, du musst ja schon ein bisschen wissen, kannst ja nicht sagen, pf, keine Ahnung. Ja, wieso kann ich das nicht sagen? Gib mir ein Konfekt, was ich sagen. Ja, aber wenn du an Atheismus schon festhältst, dann musst du ja auch mir erklären, wie das alles entstanden ist. Vielleicht glaube ich auch daran. Wenn du ein Atheist bist, also, äh, zuallererst habe ich ja mit keinem Wort gesagt, dass ich Atheist bin. Äh, ich bin ein Ungläubiger. Und, äh, zweitens, äh, ein Atheist ist ein Kerfir. Ja, ein Atheist ist ja auch ein Kerfir, also. Ja, ja, aber ja, wenn du ja nicht an Gott glaubst, dann ist das ja nur Atheismus, oder nicht? Nein. Okay. Was denn dann? Ähm, Ähm, also ich glaube, Es ist ja sehr banal, äh, zu glauben, dass diese Äschaffer zum Beispiel, äh, eine Opferung haben möchte, oder so ein Quatsch. Warum sollte ein Äschaffer von uns Fleisch wollen? Was ist das für ein Quatsch? Warum von uns Fleisch? Das ist ein Glaube von den Menschen früher gewesen, die, äh, vielleicht zum Beispiel, äh, Regen verlangt haben. Und die dachten, dieses Wesen, der da halt die Macht hat, der ist halt so wie sie selber. Das war der Fall, das war der Glaube, dass die, dass sie gedacht haben, dieses Wesen da, der wird wahrscheinlich Hunger haben, oder der wird auch essen wollen. Und deswegen, ähm, haben die Menschen damals dieses, dieses Wesen, was zu essen angeboten, ja, damit der halt, damit sie quasi dieses Wesen besänftigen. Oder damit sie, damit dieses Wesen, ihnen in Gegenleistung vielleicht Regen bringt, ja, und, ähm, und deswegen, ähm, sind die ersten Ideen von einem Gott auch die gewesen, äh, dass die Götter die Menschen nach ihren Ebenbildern gemacht haben. Weil die Menschen selber dachten, dass der Mensch so ist wie Gott. Äh, dass die Wesen selber dachten, dass Gott ist so wie sie selber. Ja, deswegen auch die Opfergabe. Ja, deswegen auch, äh, solche Sachen, so menschliche Sachen, die man halt, äh, den Gott zuschreibt, wie das er liebt. Weil Menschen auch lieben. Und weil die Menschen dachten, äh, dieses Wesen ist halt so menschenartig, äh, haben sie halt auch gesagt, dass dieser Gott auch wahrscheinlich lieben wird. Ja, oder wütend wird. Genau wie Menschen. Das sind alles, äh, das sind alles Ideen der Menschen, die auf der Erde entstanden sind. Gott ist nicht sowas. Also Gott, ich meine, das ist ja Gott, aber der Erschaffer ist nicht so ein Gott oder so. Ja, aber... Wenn es einen Erschaffer gibt. Ja, es muss irgendeinen Erschaffer geben. Es muss irgendwie eine Intelligenz geben, weil, du weißt ja, Information ist keine Materielle und keine Energie. Information ist geistlich. Geistlich. Stimmt. Ja, wo fängt denn für dich, wo fängt das, also zum Beispiel, ähm, zum Beispiel so ein Schimmel, ähm, auf dem, zum Beispiel, du lässt einen Joghurt fallen und dieser Joghurt fängt über Tage hinweg an zu schimmeln und, ähm, und diese, und da entsteht ja jetzt quasi etwas Neues. Der Schimmel ist ja entstanden. So. Und was entsteht denn da Neues? Der Schimmel entsteht ja und der, mit dem Schimmel entstehen auch irgendwelche... Das ist ein ganz anderer Prozess ist das. Ja, warte, hör doch zu, hör doch zu. Ja. Dieser Himmel, äh, dieser Schimmel jetzt, der ist entstanden, da sind Kulturen drauf, da sind jetzt Bakterien drauf und was weiß ich. Und, ähm, also das sind Lebensformen entstanden. Okay. Und, äh, jetzt könnte man sagen, okay, ähm, äh, dieser, der uns erschaffen hat, der muss ja die Intelligenz besitzen, äh, dass wir halt, äh, dass wir entstehen können. Das heißt, er ist allwissend. Genau. Jetzt ist die Frage, ob dieser Typ, der den Joghurt fallen lassen hat und wo dann halt Schimmel entstanden ist später drauf. Ist dieser Typ, der den Joghurt fallen lassen hat, allwissend? Nein. Ist dieser Typ, der den Joghurt fallen lassen hat, hat er den Joghurt mit Absicht fallen lassen, damit er die erschafft? Ja, aber das ist, guck mal, uns überhaupt von uns Bescheid weiß. Du kannst nicht wissen, ob er altwissend ist. Er ist für uns vielleicht wissender, ja, aber nicht in seiner Dimension. Da muss er nicht altwissend sein. Also, was sind das für Annahmen? Was sind das für, was habt ihr da für Ideen, äh, Feststellungen, die, ähm, auf was beruht diese Feststellung? Verstehe ich? Ja, aber du kannst ja nicht einen Joghurt mit, äh, etwas Komplexes vergleichen. Aber ein Joghurt ist doch in seiner Welt auch komplex. Weißt du, wie komplex ein Joghurt ist? Weißt du, wie komplex die Atome und die Moleküle da sind? In so einer Bakterie? Wie so eine Bakterie ist? bei uns zum Beispiel, bei uns zum Beispiel, im Damen, da gibt es ein Bakterium, das heißt Kolibribakterium. Das hat sechs Motoren und die laufen ohne Strom. Wie kann etwas so Komplexes zustande kommen? Ah, siehst du, also ist eine Bakterie doch komplex. Ja, aber, ja, sag ja, wie kommst du von einem Bauplan zum anderen Bauplan? Brauchst du nicht Information? Ja, aber hat die... Information braucht einen Sender, oder nicht? Du bist ja, du bist ja, guck mal, ich habe doch dieses Beispiel extra deswegen gegeben. Ja, ja. Du bist ja der, der Einfluss gewesen, der dieses Joghurt fallen lassen hat. Das heißt, du bist ja der gewesen, der diesen Joghurt fallen lassen hat und durch dich ist dieser Joghurt in einem... Also muss es irgendwie einen Schöpfer geben. Warte, hör zu. Dieses Joghurt ist ja irgendwo draufgefallen, auf die Straße oder wo auch immer, wo die Umstände dafür gesorgt haben, dass jetzt da irgendwelche Bakterien drauf entstanden sind. Die Umstände haben das veranlasst. Aber du als derjenige, der eben den Joghurt fallen lassen hat, ist ja, es war ja irgendwie nicht so, dass du jetzt deine Informationen da weitergegeben hast oder dass du jetzt dein Wissen da eingesteckt hast. Diese Daten, die die Informationen, die in diesem Joghurt stecken, die sind ja nicht, die können ja nicht wissen auf dem Joghurt, wo diese Information herkommt. Der Typ, der verantwortlich dafür war, der hat anscheinend nicht die Informationen gehabt über dich, weil du, also, weil du weißt ja nicht, wie ein Schimmel entsteht. Du kannst das ja nicht genau erklären. Du hast die Informationen nicht. Dennoch hast du dafür gesorgt, dass dieser Schimmel entstanden ist. Wie habe ich denn dafür gesorgt, diesen Joghurt zu machen? Du hast den Joghurt nicht gemacht. Du hast ihn fallen lassen. Ja, aber dieser Joghurt kam doch irgendwo her. Hier aus dem Supermarkt. Ja, der, der den Supermarkt gebracht hat, wer hat den gemacht? Ja, der hat den, die Firma hat den gebaut, gebastelt. Ja, gebastelt. Ja, aber hier siehst du irgendein Ruheber muss es geben, oder? Weil von nichts kommt nichts. Ich sag ja gerade. Wenn ich mein Auto draußen stehen lasse. Du verstehst, du verstehst nicht, ne? Ja. Was weiß, was weiß der Schimmel über dich? Wie? Guck mal, nee, Ich verstehe schon, was du sagst. dass der Mensch ihn erschaffen hat, dass der Mensch wissend ist, oder wie wissend der Mensch ist. Hat er verstanden, dass er gerade auf einer Straße ist? Hat er verstanden, dass er vielleicht entstanden ist, weil die Luftfeuchtigkeit so und so ist? Hat er irgendetwas verstanden? Er behauptet nur, dass er irgendwas verstanden hat, aber in Wirklichkeit weiß er gar nichts. Er weiß nicht, wo er gelandet ist. Er weiß nicht, er hat doch diese Information gar nicht. Diese Information beinhaltet der Joghurt nicht. Das heißt, wenn du sagst, wir beinhalten doch Informationen hier im Leben, das Universum. Ja, hier gibt es Informationen, aber diese Informationen müssen einfach, es sind Pille-Palle, vielleicht sind das nur kleine Informationen, die unwichtig sind. Vielleicht ist die überdimensionierte Welt haben noch milliardenfach mehr Informationen. Selbst die sind aber noch wenig im Gegensatz, worüber, was über ihnen steht. Wir können doch von unserem Standpunkt aus gar nichts sagen. Wir können doch gar nicht feststellen, ob es einen Gott gibt oder nicht. Das ist doch, ist doch, aber anhand der Schöpfung also anhand des Universums. Welche Schöpfung? Da, wo wir drauf leben. Für dich ist es einfach, weiß ich nicht. Ich frage mich, wie das bei dir dann zustande gekommen ist, alles hier. Das wissen wir nicht. Das ist doch das, was ich dir sagen möchte. Wir sind doch nur dieser, wir sind doch nur so, wie diese, wie diese Kulturen. Ja, aber wir können doch ausschließen, dass irgendwie ein Intelligentes gemacht hat, oder? Ja, aber wir sind doch, guck mal, diese Bakterien auf dem Schimmel zum Beispiel, können die sagen, dass sie extra gemacht worden sind von einem Menschen? Ich weiß, wenn ich jetzt einen Wurm erschaffe, das würde mich auch nicht zu 100% nachvollziehen. Nein, nicht erschaffen, nicht erschaffen. Das Universum muss ja nicht erschaffen worden sein, muss ja nicht, kann auch entstanden sein. Wie denn? Ja, das ist ja so, als ob du jetzt, als ob du gerade, als ob die Bakterien miteinander reden und sagen, ja, wir wurden, das eine Bakterium sagt, wir wurden erschaffen. Dann sagt das andere Bakterium, nein, wir müssen ja nicht erschaffen worden sein. Das kann ja auch sein. Ja, aber wie erklärst du dir das denn? Ich erkläre es mir nicht. Wir können uns nicht erklären. Das ist doch das, Junge. Ja, bist du da, ja, kann ich dich nicht, dann verstehe ich so, dann verstehe ich dich so. Wir können uns das nicht erklären. Das ist nicht möglich. Du bist noch auf der Suche, du bist. Nein. Du brauchst irgendwie einen echten Beweis, dass Gott existiert. Nein, ich suche, ich bin nicht auf der Suche nach einem Gott oder so. Ich gucke, also wir können ja maximal das untersuchen, was uns zur Verfügung steht. Und ich untersuche gerne Dinge. Aber ich untersuche Dinge nicht mit der Absicht, Gott zu finden, sondern ich versuche, die Dinge zu ergründen, aber nicht mit der Absicht, irgendwie Gott zu finden. Nein. Wenn sich Gott dabei irgendwie auf den Weg stellt dabei und sich dann halt irgendwann kenntlich macht oder dass wir dann unweigerlich dann halt irgendwann Gott erkennen dadurch. Ist ja, nein, ist ja schön. Ist ja okay. Aber die Suche läuft nicht Richtung Gott. Die Suche läuft einfach Richtung dessen, was einfach die Dinge der Natur gibt. Und es ist nicht richtig, da jetzt irgendwie als Ziel einer Suche Gott hinzustellen. Das ist ja nicht, das sollte nicht die Suche sein. Die Suche sollte Schritt für Schritt vorangehen, das, was wir zur Verfügung haben. Ich will dich mal was anderes fragen. Dieses Bild, was du reingestellt hast, daran darfst du doch auch gar nicht glauben, oder? Wie, daran darf ich nicht glauben? Ja, Gott hat mich erschaffen, damit ich böse bin. Bin ich jetzt der Böse oder Gott? Du kannst mich fragen, ob ich daran glaube oder nicht, aber du kannst nicht sagen, dass ich nicht daran glauben darf. Natürlich darf ich daran glauben. Ich kann auch daran glauben. Ja, du glaubst ja nicht. Ich kann ja auch glauben, dass ich aus dem Arsch gewachsen bin. Das ist ja auch so was zu sagen. Ja, ist doch meine Sache. Du kannst ja nicht entscheiden, was ich glauben darf oder nicht. Ja, ja, aber ich weiß, dass du ja nicht daran glauben tust. Ja, ich glaube nicht daran, richtig. Aber das ist nicht die richtige Frage. Weil bei uns Christen ist das ganz anders der Ablauf. Das Böse hat schon immer existiert. Verstehst du? Nee, das stimmt nicht. Christlich betrachtet hat das Böse nicht immer existiert. Doch, weil wenn wir sagen, ein Gott ist allwissend. Okay, bevor Lucifer, der gefallene Engel wurde. Er wusste schon, dass das Böse auch da sein wird, oder? Warte, bevor Lucifer, der gefallene Engel wurde. Wer war zu der Zeit, dass der Böse? Guck mal, du musst ja so... Ja, du hast gesagt, dass Böse war ja... Ja, aber lass mich mal kurz das so ein bisschen erklären. Wenn wir sagen, Gott ist allwissend, dann wusste er auch, dass Lucifer böse sein wird, oder? Ja, Gott wusste das ja. Ja, also kann man sagen, das Böse war schon da. Ja, das war schon dort geplant. Du machst eigentlich eine Aussage, die meine Aussage bestätigt, weil ich sage ja auch nämlich, dass wir Menschen unendlich sind und ewig sind. Unsere Seele, ja, die ist ewig und der Geist. Also wir sind genauso unendlich wie Gott selber. Ja, ja, deswegen gibt es dann auch einmal den Himmel und einmal die Hölle. Weil irgendwo muss für ewig hingehen. Er kann dich ja nicht einfach so auslöschen. Ja, aber wir sind ja auch ewig existent. Wir existieren ja auch schon ewig. Nee, für uns gibt es einen Anfang und auch ein Ende. Nee, nicht sein, weißt du warum? Weil die Zeit ist ja nur dazu da, Vergänglichkeit der Materie. Gott ist doch ewig. Ja. Und Gott ist doch ewig und Gott ist doch allwissend. Ja. Das heißt, seit der Ewigkeit, also ewig schon, seit der Unendlichkeit, weiß ja Gott, was wird und was ist. Ja. Und Gott wusste ja auch von uns. Seit Ewigkeiten schon. Also existieren wir schon in den Ewigkeiten. Also wir sind, seit es Gott gibt, gibt es auch uns. Oder Gott ist unendlich, also sind wir auch unendlich. Weil Gott ist ja allwissend und er ist ja unendlich. Ja, aber weil Gott gibt es auch so einen chronologischen Ablauf. Aber da sind wir auch ewig, ewig existent. Ja, aber bei dir fängt etwas an. Wir sind Menschen. Deine Seele lebt ewig. Okay. Das sage ich ja nicht. Aber dein Dasein hat irgendwann angefangen, dass dein Dasein... Mein physikalisches Dasein. Ja. Ja. Aber dennoch sind wir als Wort. Gott ist ja das Wort. Und wir sind ja auch eigentlich das Wort. Also wir sind ja auch ein Gedanke, ein Wort. Und das heißt, wir alle, alles, alles ist ja unendlich. Wir sind auch unendlich. Weil es ist nicht möglich, dass Gott allwissend ist. Ja, unsere Seele, unser Geist lebt ewig. Ich weiß. Aber hat auch ewig existiert schon. Ob das jetzt als Geist existiert oder als Gedanke existiert. Ja, das war bei Gott im Plan drin. Das auch. Aber ich weiß nicht, ob du das verstehst. Der Gott ist ja allwissend. Das heißt, er hat ja nicht irgendwann die Idee von den Menschen gehabt. Die Idee von Menschen war ja nicht irgendwann da, sondern die war ewig da. Die war seit, also Gott, mit der Gottesexistenz ist ja auch die Idee über den Menschen schon da. Ja. Weil Gott ist ja allwissend und unendlich. Ja. Und diese Allwissenheit, unendliche Allwissenheit beinhaltet ja auch den Menschen. Ja. Also ist der Mensch und ich und du und jeder von uns, wir sind unendlich. Ja, genau. Aber wir haben freien Willen auch, man weiß ja. Und dieser freie Wille setzt voraus. Ja, das ist was anderes. Ja, aber glaubst du, dass du einen freien Willen hast? In welchem Sinne? Jetzt mit geistlich oder mit meinen Entscheidungen? Ja, klar, wir können Entscheidungen treffen. Also sowieso natürlich sehr eingeschränkte Entscheidungen, die wir treffen können, aber beziehungsweise unsere Entscheidungen sind alle natürlich gelenkt. Bei uns in der Bibel haben die Engel auch einen freien Willen. Ja, okay. Also haben sie auch das Böse in sich? Das Böse war schon da. Aber haben die Engel auch die Hochmut in sich? Du weißt, warum das so ist? Wir sollen ja am Bösen wachsen, aber der freie Wille ist dazu da, weil nur aus freiem Willen kommt echte Liebe und echte Anbetung. Weil keiner will eine Frau haben, die die nächstbesten sieht und dann abhaut oder so. Wir müssen mal vom Thema her ein paar ein bisschen stärker werden. Also wir babbeln ja irgendwas in den Schrott hin. lass uns mal ein bisschen konkreter werden mit den Themen. Also jetzt kann man immer noch weiter philosophieren über Seele hier, Seele da. Lass uns doch mal die Fakten reden über das Leben und über den Grund, warum du an Gott glaubst und was dich dazu bewegt, dass du überhaupt an Gott glaubst. Was mich dazu bewegt, dass ich an Gott glaube? Ja. Anhand anhand alles, was ich sehe. Also ich will kurz meine Behauptung erst mal aufstellen. Meine Behauptung ist, dass du an Gott glaubst, weil du indoktioniert bist, weil dir das eingeredet wurde, nicht weil du das selber erkannt hast. Und jetzt versuchst du nur das zu verteidigen, was du gewohnt bist. So, das ist meine Behauptung. Und wenn du jetzt nicht nur das verteidigst, woran du gewohnt bist, sondern alles aus purer eigener Erfahrung angenommen hast, müsstest du jetzt auch mir sagen können, oder auch sagen können, dass du auch bereit wärst, Gottes Glauben aufzugeben, wenn du merkst, dass es halt falsch ist. Nee, für mich, ich war ja Moslem vorher. Ja, okay. Und ich hab dann so ein bisschen nachgelesen und alles. Dann hab ich auch die Bibel angefangen zu lesen. Ja, okay, du hast einfach nur das Schuhmodell gewechselt. Ja, ist ja nicht schlimm. Nee, nicht das Schuhmodell. Na ja, auf keinen Fall das Schuhmodell gewechselt. Ich hab dann die Wahrheit gefunden. Ja, ist ja aber trotzdem. Weil es gibt ja in der Bibel Prophetien. Okay, du bist ja mit dem Gottesglauben aufgewachsen. Ja. Und die Gottesidee, die Idee, dass der ein Allmächtiger ist, der die Menschen erschaffen hat, der Himmel und Hölle erschaffen hat. Du bist ja mit dieser Idee aufgewachsen. Das Einzige, was du jetzt gemacht hast, du hast einfach das Schuhmodell gewechselt. Das heißt, du bist vom Islam, von dem einen monotheistischen Glauben zum anderen monotheistischen Glauben gewechselt. Mhm. So. Für mich ist das ja auch völlig egal, ehrlich gesagt, oder Islam oder Christentum. Wie kommt ihr auf die Idee, dass es da einen Gott gibt, wenn euch das nicht einfach nur beigebracht worden ist? Wie kommt ihr selber auf die Idee? Ja, du hast ja vorhin auch schon gesagt, das kann sein, dass ein Schöpfer gibt. Der Schöpfer, ja. Ja. Du hast ja gesagt, du kannst ja nicht ausschließen, oder? Also, daran glaube ich auch. Ja gut, das heißt, du bist ein Agnostiker. Nee, nicht Agnostiker, ich glaube an, weil sie ist ja mein Foto, oder? Aber ich sehe ja, ja, ich weiß, ich habe das ja auch nicht ernst gemeint, weil ich habe das aufgrund deiner Aussage gesagt, also du sagst, du knüpfst daran an, dass ich gesagt habe, es kann sein, dass es einen Schöpfer gibt, schließe ich nicht aus, daran knüpfst du an. Und meine Frage war eigentlich ganz konkret, eigentlich habe ich gefragt, wie kommst du drauf, dass es Gott gibt? Weil der Schöpfer ist ja nicht Gott. Der Schöpfer ist ja erstmal nur ein Wesen, der nicht weiter definiert ist. Gott ist ja relativ stark definiert, also der Erschöpfer ist ja ein undefiniertes Wesen. Und Gott ist ja ein Wesen, das sehr stark, sehr gut definiert ist. Wie stellst du fest, dass dieser Erschöpfer dieses definierte Wesen ist? Die Definition, dass das wahr ist, dass das auf ihn zutrifft, wie hast du das verstanden? Oder erkannt? Das habe ich in der Bibel erkannt, von den ganzen Prophetien. Okay, also hast du eine Geschichte von Menschen gelesen, die vor 2000 Jahren sich ein Bild gemacht haben? Ja, aber du kannst ja nicht eine Prophetie, die 700 Jahre vorher ist, er sagt eine Prophetie und dann genau 700 Jahre eintrifft. Genauso wie es da steht. Okay, welche Prophetien denn? Also Nostradamus hat ja auch Prophetien gemacht. Die sind ja auch eingetroffen. Aber keiner steht jetzt auf und sagt, boah, Nostradamus ist ein Prophet oder ein Gott oder was auch immer. Wer hat Prophetien gemacht? Nostradamus zum Beispiel. Ach, das waren noch keine Prophetien? Wie, war kein Propheten? Er hat den 11. September vorausgesagt. Ach, ich bitte dich. Ja, siehst du, okay, jetzt genau so, wie du jetzt sagst, ich bitte dich, musst du auch bereit sein. Ja, was denn mit Sodom und Gomorra? Ist doch nachgewiesen, dass das genauso passiert ist, oder? Was denn? Mit Sodom und Gomorra. Ich verstehe nicht. Du meinst jetzt ein Vulkanausbruch? Nee, nee. Warte, dass Menschen einen Vulkanausbruch göttlich interpretieren und als Gottes Strafe darstellen. beweist jetzt plötzlich, dass es Gott gibt, weil die Menschen damals einen Vulkanausbruch als göttlich erklärt haben. Warum sagst du einen Vulkanausbruch? Wo steht ein Vulkanausbruch? Weil, wenn man über Naturereignisse redet, über Gottes Strafe redet, dann sind da meistens irgendwelche Ereignisse, liegen da irgendwelche Ereignisse zugrunde, die völlig natürlich passiert sind. Nur der Unterschied, dass Menschen diese Ereignisse dann als Gottes Strafe oder Gottes Werk darstellen. Aber die Naturereignisse, die passiert sind, sind ja trotzdem passiert. Das ist ja nur das menschliche Problem, dass sie die Dinge interpretiert haben. Das heißt ja nicht gleich, dass Gott wahr ist, nur weil Menschen irgendwelche Naturereignisse mit Gott interpretiert haben. Das ist doch Quark. Das ist so, als ob ich jetzt heute, heute zum Beispiel, Corona als Gottes Strafe darstelle, und das sind Aufschreibe und nach tausend Jahren Menschen das lesen und sagen, ey, wir haben herausgefunden, dass diese Machiavelli-Botschaft damals, dass Gott die Menschen mit einem Virus überfallen hat, dass das wirklich passiert ist. Es wurden Menschen wirklich mit Virus überfallen. Also hat Gott wirklich, hat Machiavelli wirklich von Gottes Botschaft geredet. Würdest du das sagen, okay, das ist richtig? Oder würdest du sagen, nee, Machiavelli hat nur den Umstand mit Gott interpretiert. Fertig. Den Umstand gab es ja wirklich. Ja, aber was denn mit der Sinnflut? Ja, meinst du, die Sinnflut ist kein Naturereignis? Naturereignis? Gott? Nee. Gott hat gesagt. Ja, so steht es in der Bibel und ist auch nachgewiesen. Ja, ich weiß, weil man Naturereignisse immer mit Gott schmückt. Mit Geschichte schmückt. Ja, dann, guck mal, ich weiß nicht, wie du die Bibel siehst, aber die wurde in einem Zeitraum von 1400 bis 1600 Jahre geschrieben. Ja. Und viele Leute, also Propheten, waren dann mit daran beteiligt. Und dieses Buch, das sind 66 Bücher, jedes ist verbunden mit dem, also Alte Testament, Neuen Testament, ist so, ich glaube 36.000 Verse sind miteinander verbunden. So ein Meisterwerk und keiner schreibt. Oder? 1600 Jahre und alles ist miteinander verknüpft. Geht ja gar nicht. Hä? Wie geht er gar nicht? Ja, geht nicht. Wieso? Ja, aber 1600 Jahre. Du musst ja jetzt vorstellen, wie viele Menschen da gelebt haben. Und alles ist zusammen miteinander verbunden, dieses Buch. Das, was vor 700 Jahren geschrieben wurde, ist mit denen verbunden, was vor 1000 Jahren geschrieben worden ist. Kennst du die Filmreihe von Star Wars? Ja, aber wir können da jetzt nicht Star Wars mit... Kennst du die Filmreihe von Star Wars? Ja. Die sind, die sind alle, die alle Teile sind miteinander verknüpft. Krass, oder? Wie konnte das passieren? Obwohl sie über einen längeren Zeitraum hinweg entstanden sind. Ja, aber du kannst nicht von Vergangenheit in die Zukunft springen, dass das verbunden sein kann, oder? Bruder, diese Star Wars Reihe, die Filme, die haben sich mit diesem Miteinander verknüpft, weil man immer aufeinander Bezug genommen hat. Ja, aber lass mal Star Wars. Ich schreibe dir etwas, was vor 1000 Jahren ist. Die Bibel hat ja das Neue Testament zum Beispiel, ist ja geschrieben worden, mit Bezugnahme auf das Alte Testament. Das ist ja kein Wunder. Was bei Mose geschrieben ist, Wunder, ich verstehe das nicht. Warte mal. Was bei Mose geschrieben ist, oder bei Jesaja, das ist noch gar nicht eingetreten, das kommt erst in der Zukunft. Wie kann das dann verbunden sein? Also mit der Offenbarung. Was, was, was? Was bei Jesaja steht, und bei Mose, und bei den anderen davor, ist verbunden mit der Offenbarung. Obwohl die Leute ja noch gar nicht da waren, und die Offenbarung auch nicht. Ja, aber hast du diese Leute, die an Mose glauben, oder an die Juden, mal gefragt, ob das denn so stimmt, was du sagst, dass die Offenbarung eingetroffen ist? Du sagst, dass die Offenbarung eingetroffen ist, das sagst du. Ja, die Juden glauben ja nicht daran. Ja, eben. Das sind die Fragen. So eben. Das ist ja überhaupt. Die glauben ja nur an ihre Tore. Ja, das ist ja die, du behauptest, da, du behauptest, ja, da war ein Mann, der, das war Jesus, und der war so, der war so, der war so, warte, ich gucke mal in die Liste, was steht da noch? Ja, der, der kommt, der wird so. Ja, weil Jesus ist ja historisch nachweisbar, oder? Oder nein. Guck mal, was ich dir sagen möchte, ist, man braucht ja nur das Alte Testament nehmen, und man muss ja nur wissen, was da steht, über den, der kommen wird, und dann kann man ja eine Person diese ganzen Sachen zudichten. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, okay, im Ding steht, im Koran, also, nee, nicht im Koran, sondern im Islam ist es so, dass da ein Ding kommen wird, ein Mehdi kommen wird zum Beispiel. Und dieser Mehdi wird so sein, und dieser Mehdi wird so sein. Und dann erzähle ich jetzt einfach rum, Hey, Leute, mein Opa war Mehdi, er ist da, mein Opa ist, er ist da, mein Opa hat das, er hat das, er hat das, und das passt genau zu meiner Beschreibung. Hä? Wie haben wir jetzt den Beweis, dass jetzt diese Erzählungen, was ich meinem Opa andichte, was ich eben aus dem Islam kenne schon, nur weil ich es jetzt meinem Opa angedichtet habe, heißt das doch nicht, dass das jetzt wahr ist. Vor allem, wenn die anderen Leute das nicht mal annehmen. Die Juden nehmen das nicht mal an, was die Christen sagen. Die Christen haben das ausgedacht. Die Christen haben sich das Wissen aus dem Judentum einfach genommen und einfach jemanden zugedichtet und behauptet, ja doch, der war da. So, fertig. Ja, aber hast du dann schon mal die Bibel gelesen? Ja, ein bisschen schon, ja. Ein bisschen? Ja. Bro, ich blicke gar nicht bei dir, ehrlich gesagt, ich blicke gar nicht bei dir durch, an was du glaubst. Ich glaube nichts an kein Gott oder so. Ja, aber an... Wo? Ja, ich frage mich dann, wie? Wie funktioniert das bei dir? Wie glaubst du denn? Oder was glaubst du? Glaubst du, dass wir von jedes Jahr abgesandet worden sind oder wie? Gar nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie wir entstanden sind. Das muss man ja nicht wissen. Wir können das ja nicht wissen, aber wer setzt uns raus? Ja, aber wenn du stirbst, was dann kommt oder so ist dann, oder ist alles schwarz dann? Immer diese Gedanken, dass alles schwarz ist. Wie soll man denn eine, wie soll man denn sehen, wenn du eine... Wie soll man denn sehen oder merken, dass etwas schwarz ist, wenn man nicht denken kann? Wie soll man schwarz sehen oder feststellen, wenn man nicht denken kann? Ja, aber... Wie ist das denn? Eine Frage, eine Frage. Bevor du geboren wurdest, war alles schwarz? Ja, aber was macht das denn für einen Sinn? Dann frag dich, Warte. Bevor du geboren wurdest, war alles schwarz? Kann ich dir nicht sagen, wie ich das... Ja, kann ich dir nicht sagen. Ja, aber was nimmst du denn wahr von der Zeit, wo du nicht geboren wurdest? Von der Zeit... Ja, siehst du? Ja, aber... Wenn ich dich jetzt frage, wenn ich dich jetzt frage, wie gar nichts? War alles schwarz oder was? Ja, aber was macht das denn für einen Sinn dann, wenn ich jetzt sterbe und ich weiß dann gar nichts mehr? Wie Sinn? Muss es einen Sinn machen? Alles muss einen Sinn machen, oder? Ja, das sagst du, das sagen die Menschen, das ist ein Wunschdenken. Fragt man Affen, ob alles Sinn machen muss, fragt man Leoparden, ob alles Sinn machen muss, fragt man eine Schnecke, ob alles Sinn machen muss. Ja, die haben ja... Meinst du, die sagen jetzt, die leben da hin und sagen, ja, alles muss Sinn machen. Es muss gar nicht Sinn machen. Ja, Bro, aber was... Denken, das Sinn machen muss. Wie stellst du dir das denn vor, wenn du jetzt sterben würdest? Ich meine, wenn du jetzt eine Leiche hinlegst und einen lebendigen Menschen, dann erkennst du bestimmt den Unterschied, oder? Zufälligerweise ja. Ich erkehle noch den Unterschied zwischen Banane und Apfel. Ja, wie erkennst du denn das, dass das eine Leiche ist? Vielleicht ist sie auch am Leben, oder? Ja, achso, natürlich, prüfe ich natürlich nach. Vielleicht seine Ader, vielleicht sein Pulsen. Ja, aber du siehst ja, du siehst ja direkt schon, dass er getot ist. Nein, nicht immer. Aber wenn du schon ein paar Tage tot bist, dann sehe ich das vielleicht, ja. Aber worauf willst du jetzt hinaus? Ich verstehe das nicht. Ja, was hat denn da in sich ein Lebender und ein Toter? Ja. Was ist denn da der Unterschied? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Blatt siehst, das richtig grün-saftig ist und ein Blatt, das schon abgefallen ist und trocken ist, weißt du, dass die beiden einen Unterschied haben? Der eine lebt, der andere ist tot. Ja. Was ist denn der Unterschied bei denen zwischen dem Blatt, dem grünen Blatt und dem... Ja, aber was hält sich denn am Leben? Oh, du Mutter, guck mal. Mein, mein, der rosa Fliegen, die Elefant hält mich am Leben. Äh, nee, aber wir laufen ja nicht auf Batterie oder so, ne? Nein, doch. Wir brauchen ja keinen Sturm, dass wir schlafen und aufstehen und schlafen. Das ist falsch verstanden. Natürlich ist das so. Ja, wie denn? Hä? Also mein Herzpunkt von alleine, das hat keine Batterie oder so. Doch, es hat Batterie. Ich frage mich, wie sowas sein kann. Es hat eine Energiequelle und diese Energiequelle erlischt irgendwann auch. Ja, woher kommt denn die Energiequelle? Durch die, durch den Sauerstoff. Du funktionierst, du funktionierst, du funktionierst durch die, durch deinen Sauerstoff. Was ist da? Ich verpasse mich. Hä? Warte mal. Ich verpasse mich. Wie ist denn das so? Hier so. Das ist das jetzt? Hä? Warum ist das so? Weiß ich nicht. Ich blicke immer an euch beide durch. Wie, wie, wo ich sehe, wenn man dich jetzt fragt, wenn man dich jetzt fragt, woher kommst du? Ja. Oder woher kommt der Mensch? Du hast keine Antwort drauf, oder? Ja, okay, aber was ist denn so schlimm daran, wenn man keine Antwort drauf hat? Also, das ist doch meine Frage. Nein, ich möchte in dein Glauben rein. Ja, aber ich habe ja kein Glauben. Hm. Guck mal, sagen wir mal, sagen wir mal, guck mal, ich meine, ihr stellt euch das, ihr macht euch das selber zu viel. Ihr setzt euch zu viele Forderungen, die unnötig sind. Das ist so, als ob da jetzt eine Vase liegt auf dem Boden, die kaputt ist. Und jeder hat seine, jeder sagt so, ja, die Vase wurde von einem, äh, von einem Katzen angestoßen. Die Vase wurde von einem Katzen angestoßen. Jeder, der eine Frage sagt, ja, die Katze wurde von einem Vasen angestoßen, äh, von einer Katze angestoßen. Deswegen ist die Vase umgefallen und kaputt gegangen. Und wenn man den fragt, ähm, ja, okay, aber habt ihr gesehen, dass das von einer Katze angestoßen wurde? Nö, haben wir nicht. Ja, aber warum glaubt ihr dann, dass es die Katze war? Und jetzt antworten sie zu dir, hä, hä, und was glaubst du denn, wie die sonst gefallen ist? Dann sagst du, ich weiß es nicht, wie die umgefallen ist, aber, ja, also, was redest du, ich verstehe dich nicht, wie kannst du das nicht, also, du sagst, du weißt es nicht, aber du hast auch keine Erklärung. Ja, sagst du, ja, aber ich musste keine Erklärung haben, wie die Vase umgefallen ist. Ich frag nur, wie ihr darauf kommt, dass die Katze es war. Ja, wer war es dann so? Guck mal, weißt du, was meine ich? Es gibt keine Voraussetzung, dass man jetzt wissen muss, wie die Vase umgefallen ist und ihr nicht wissen müsst, wer die Welt erschaffen hat, wer den, wie das Universum entstanden ist. Warum denkt ihr, das ist eine Voraussetzung, das zu wissen? Nur etwas zu behaupten, weil man denkt, dass man das behaupten, wissen muss oder erklären muss, ist kein plausibler Grund, an etwas zu glauben. Ja, du kannst doch nicht in zwei Jahren sein, oder? Zu behaupten, dass die Katze die Vase umgeschmissen hat, nur weil ihr jetzt eine Erklärung braucht, ist kein logisches Vorgehen. Aber das war jetzt eine teure Vase und du möchtest gerne wissen, wer die umgeworfen hat, falls der teuer war. Ja gut, aber du hast ja, warte, du hast ja durch die teure Vase, dass sie jetzt kaputt gegangen ist, hast du einen Verlust erlitten. Und jetzt möchtest du unbedingt wissen, um dieses Verlust wieder gut zu machen. Jetzt frage ich dich, wenn du nicht weißt, wie die Erde entstanden ist, oder die Welt und das Leben entstanden ist. Welchen Verlust in deinem Leben hast du jetzt? Hast du, lebst du weniger? Hast du, atmest du schlechter? Hast du weniger zu essen? Ist die Luft dünner? Naja, was ist danach? Wenn ich sterbe, ich möchte ja gerne wissen. Es geht doch gar nicht um das danach, es geht doch um das jetzt. Ich will doch wissen, und du springst wieder an und danach, das macht keinen Sinn. Ich will doch wissen, warum du denkst, dass es eine Voraussetzung gibt, zu wissen, wie die Welt entstanden ist. Dass du nicht, dass du zu mir sagst, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du mich? Ich möchte gerne wissen, woher ich komme und wo ich hingehe. Weil ich will nicht wahllos durch die Welt rumlaufen, verzweifelt. Ich weiß nicht, was du... Also du willst nicht, du willst nicht verzweifelt durch die Welt laufen, weil du dich ja selbst verzweifelst. Es sagt dir doch kein... Nicht, dass ich mich selbst verzweifle, aber wenn mich einer fragt, wenn ich dich jetzt frage, Machiavelli, woher kommst du denn? Dann musst du mir doch eine Antwort geben, oder nicht? Du sagst, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Ja, und was ist denn auch so schlimm? Ich habe kein Problem damit. Warum hast du ein Problem damit? Nee, ich habe ja kein Problem damit, aber das ist doch ein bisschen... Was denn? Ahnung. Okay, guck mal, du weißt, okay, wenn du nicht, wenn du jetzt keine... Lebst du in einem Haus oder in einer Wohnung? Du hast manchmal einen Drang, du hast manchmal einen Drang jetzt irgendwie, jetzt den... Jedes Mal, wenn es jetzt regnet, hast du den Drang, den Arm hoch zu machen. So. Du kannst nicht erklären, warum du diesen Drang hast, du machst es einfach. Und ich frage dich, ey, warum machst du den Arm jedes Mal hoch? Du kannst das nicht erklären. Und ich erkläre, ich frage dich gerade, warum hast du den Drang, erklären zu wollen, wie du entstanden bist? Welchen Nutzen hat das für dich jetzt? Also, was ändert sich in deinem Leben? Was sich in meinem Leben ändert? Ja, was ändert sich in deinem Leben, wenn du, wenn du jetzt... lebst du in einem Haus oder in einer Wohnung? In einer Wohnung. Okay, diese Wohnung, hat dir irgendeiner gebaut oder ist die da einfach so hingekommen? Du weißt gar nicht, woher die gekommen ist. Weiß ich nicht genau, aber... Du bist doch bestimmt ein Ingenieur, der das gebaut hat, oder? Ja, bestimmt, der interessiert mich aber nicht. Ja, der interessiert... Wenn ich weiß, wer der Ingenieur... Dann musst du mir sagen, ich weiß, dass ein Schöpfer existiert, aber er interessiert mich nicht. Ja, aber bei der Welt, bei der Natur, bei der Welt, wissen wir ja nicht, dass es, ob es einen Schöpfer gibt oder nicht. Ja, Aber ich sage dir ja gerade, ich sage dir gerade ganz deutlich, es ist doch mir Schnurrpips egal. Ich lebe ja in der Wohnung nicht mit dem Wissen, wer der Ingenieur ist. Der juckt mich doch gar nicht, er interessiert sich auch nicht für mich. Ja, das musst du so sagen. Meine Wohnungseinrichtung ist nicht besser, wenn ich weiß, wer der, wer der Ingenieur des Hauses ist oder der Wohnung ist. Ja, also jetzt ändert sich ja an meinem Leben nichts. Warum denkst du, warum denkst du, du musst unbedingt wissen, wer der Ingenieur von deinem Haus ist? Weil ich das gerne wissen möchte, weil ich wissen möchte gerne, wer der Typ ist. Also kannst du, wenn du das nicht weißt, kannst du nicht ruhig in Ruhe schlafen oder was? Nee, da kann ich nicht in Ruhe schlafen. Aber das Ding ist, jetzt habe ich dich verstanden. Ich beweist dir gerade, dass du lügst. Ich beweist dir jetzt, dass du lügst. Nee, ich habe dich jetzt gerade verstanden. Wer ist der Ingenieur von dem Auto, das du zum Beispiel fährst? Wer hat das Design, wer hat das Auto designt? Wer kam auf die Idee, das Auto, das du fährst, so zu designen? Italienische Firma. Aber wer? Wer? Was hat er gerne gegessen? Was hat er getrunken? Wie hieß er? Wie sah er aus? Oder welche Größe? Welche Details hast du über ihn? Guck mal. Sag doch mal, weißt du das oder weißt du das nicht? Ich fahre ein Alfa Romeo. Ich weiß, was ein italienisches Auto ist. Ja, und wer ist der Designer von diesem Auto? Guck mal, ein Autofirma hat, eine verschiedene Abstands es gibt immer, bitte? Das muss ich ja nicht wissen. Aha, siehst du? Das heißt, auch wenn du nicht weißt, wer der Ingenieur ist, wo ich herkomme und hingehe, das möchte ich schon gerne wissen, oder? Ja, warte, ja, du gehst ja nirgendwo hin, das ändert ja nichts. Das heißt, ob du jetzt weißt, wer der Ingenieur von deinem, also der Designer von deinem Auto ist oder ob du das nicht weißt, ändert nichts daran, wie du das Auto fährst, ob du das Auto fährst oder ob du es nicht fährst. Es juckt dich gar nicht. So, das heißt, das Leben, was du führst, das führst du, auch ob du weißt, wer der Erschaffer ist oder nicht weißt, wer der Erschaffer ist, führst du trotzdem. Ja, aber guck mal, ich steige gleich ins Auto und ich fahre in die Stadt und ich mache einen Unfall und ich komme dabei um. War alles irgendwie umsonst oder alles auf einmal weg? Geht doch gar nicht, oder? Warum nicht? Ja, aber das ist doch nicht, ist das schön? Ja, aber so viele Gedanken, wie du dir über dein Leben machst, machst du dir nicht ansatzweise über das, über ein, über ein, über ein Zebra zum Beispiel, das von einem Krokodil gefangen wurde und gefressen wurde. Hm. Was, guck mal, wie wertvoll, welchen Wert hatte das jetzt alles? Dieser Zebra, der ist gewachsen. Hast du dein Leben verfolgt? Hast du das beobachtet? Der ist auf die Welt gekommen, hat, ist gelaufen, hat gespielt in anderen Zebras, ist ab und zu mal runtergefallen, ist wieder aufgestanden und hat genüsslich gegrast irgendwo, hat vielleicht einen Partner gefunden und irgendwann kommt ein Krokodil und frisst ihn auf. Ja. Hast du dir jemals, hast du dir jemals, hast du dir jemals die Sinnfrage für diesen, äh, für diesen, äh, Zebra, äh, gestellt? Weißt du, was ich dir sagen kann? Warte, warte, antworte doch mal, hast du jemals, Nee, hab ich mir jetzt die Frage gestellt, was mit den Zebras und alles. Ja okay, aber warum nicht? Ergründe das doch bitte jetzt, weil du bist ja der Meinung, dass man alles ergründen muss auf der Welt, dass das Leben ergründet werden muss und deswegen ergründest du, dann ergründe doch das Leben des Zebras jetzt, ergründe das Leben der Schnecke, ergründe das Leben jedes Vogels. Ja guck mal, äh. Warum denkst du, du als Lebewesen bist übelst was Besonderes und alle anderen sind nur NPCs? Nee, sag ich gar nicht, hab ich doch gar nicht gesagt. Ja gut, aber du hast ja auch keine Begründung für, du hast ja nur, versuchst ja nur dein Leben zu begründen. Bro, weißt du, was das Ding ist? Weißt du, wann du, äh, anders schalten wirst? Hast du vielleicht, Ich weiß nicht, wann du anders schalten wirst und das ist mir wichtig. warte, weil ich habe dich verstanden, du weißt, dass es einen Erschaffer gibt, aber der interessiert dich nicht. So, so verstehe ich dich gerade. Nein, ich habe nicht gesagt, dass es einen Erschaffer gibt. Ich habe gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Erschaffer gibt oder nicht. Aber, selbst wenn es ein... Für alles, für alles muss irgendwie Intelligenz da sein, weil Information kommt nur durch Intelligenz. Wieso? Von einem Bauplan zum, zum anderen Bauplan funktioniert nicht ohne Information. Und Information wissen wir, dass es nicht materisch oder Strom ist, sondern geistlich. Oder guck mal, ich habe mal eine Frage, wenn Gläubige so interessiert sind darin, wie sie entstanden sind und all das ergründen wollen. Ich frage mich eins, warum werdet ihr nicht Forscher, warum werdet ihr nicht Wissenschaftler und erforscht alles? Das verstehe ich. Ein Wissenschaftler kann dir nicht erklären, wie das Gehirn funktioniert zum Beispiel. Was? Ein Wissenschaftler kann dir nicht erklären, wie das Gehirn funktioniert. Du kannst es erklären oder was? Nee, ich auch nicht. Okay, also... Du kannst mir zum Beispiel, du weißt jetzt... Interessiert dich das überhaupt, wie das Gehirn funktioniert? Wie das funktioniert? Das kann ich dir ja nicht sagen. Ja, aber interessiert dich das nicht? Wie alles zusammenhängt und so. Wie hält sich hier meine Arme hoch? Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, wie du leben kannst, wenn dich das nicht interessiert. Verstehe ich nicht. Bro, das ist doch nicht wichtig, wie dein Kopf funktioniert. Ja, siehst du, ich mache das gleiche Spiel, wie du gerade gemacht hast. Ja, aber warum... Warum nicht sagen, um zu leben müssen wir erklären können, wo wir herkommen, wo wir hingehen? So ein Quatsch. Warum findet ihr keine Zeitmaschine eigentlich? Mal so eine Frage. Ja, hä? Würde jeder sofort machen, wenn man es könnte, aber man forscht ja. Aber man kannst du es denn nicht? Kannst du es? Kann Gott das? Auch Gott das kann. Er hat die Zeit geschaffen. Warte, das ist ja nur eine Behauptung. Wenn ich zu dir sage, doch, ich komme aus einer anderen Zeit, würdest du von mir verlangen, dass ich jetzt Beweis liefere? Ich könnte jetzt sagen, ich komme aus der Zeit von Jesus und das ist alles eine Lüge von damals. Das ist alles eine Lüge. Dann würdest du mir sagen, was ist das für ein Quatsch? Du kommst doch nicht von der anderen Zeit. Ich sage doch, ich komme von einer anderen Zeit. Dann würdest du Beweise von mir verlangen. Aber warum verlangst du jetzt nicht... Du brauchst für alles einen Beweis, oder wie? Ja, aber wenn ich... Okay, ich komme aus der Zeit von Jesus und das stimmt alles nicht. Ja, dann beweis mir das mal. Ja. Du brauchst irgendwie für alles einen Beweis, oder wie? Bruder, du hast doch gerade zu mir gesagt, beweis mir das doch. Ich habe das Beispiel herangeführt, weil ich ja genau wusste, dass du einen Beweis verlangen wirst. Ja, du kannst es nicht beweisen. Okay, wir wissen. Du kannst... Ich bin doch... Ich bin von der Zeit von Jesus und Jesus ist... Ja, du kannst nicht alles beweisen, aber... Du weißt... Du kannst dir schon vorstellen, das ein Erschaffer gibt. Vorstellen, ja, okay, vorstellen. Ja. Aber weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, vielleicht hast du Kinder oder vielleicht... Vielleicht hast du keine Kinder. Aber wenn du deine Kinder hast, dann wirst du auch schon zur Gesinnung kommen. Was redest du, Alter? Glaub mir. Weil anhand unserer Kinder kennst du Gottesliebe. Das heißt, das heißt, jeder Muslim... Das heißt, jeder Muslim ist vom Baum gewachsen. Sie haben keine Väter, sie haben keine Kinder, sondern die wachsen von Bäumen. Weil anscheinend sind Muslime ja keine richtigen Menschen, weil als Vater... Boah, ich habe mich gerade doppelt. Sind Muslime ja keine richtigen Menschen, weil als Vater... Boah, ich habe mich gerade doppelt. Ja, okay, du musst dich einmal stummen. dann wieder einmal stummen. Probier mal. Nicht. Hallo? Nee, ich weiß. Dann kommen wir wieder rein. Das, was ich sage, ist, wenn man Kinder hat, kommt man zur Besinnung. Okay, verstanden. Das heißt, alle Muslime, die Väter sind, sind gar keine Väter. Der Beweis ist, dass sie ja Muslime sind. Weil wenn sie Väter wären, hätten sie ja die Besinnung. Und das bedeutet, Jesus ist Quatsch. Nein, nein, das war anders. Das habe ich nicht so gemeint. Ich sage ja nicht, dass irgendwie Muslime von Bäumen wachsen. Vielleicht kann man bei denen sich auch vorstellen, dass sie von Bäumen wachsen, aber das sage ich ja nicht. Hörst du mich? Hallo, meine Damen und Herren. Hörst du mich, ne? Ich höre dich. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich habe die Bibel auch gemacht. Bro, Alter. Deswegen halte ich auch daran fest. Alter, das ist doch nicht wahr, was du gerade erzählst. Natürlich. Guck mal, das, woran du reingefallen bist. Guck mal. Die Menschen, die schreiben eine Geschichte. Die Geschichte schreiben sie so. Ja, aber die Geschichte, die die geschrieben haben, Hörst du, hörst du. Die Geschichte schreiben sie, Bro, hörst du. Menschen schreiben eine Geschichte und die Geschichte schreiben sie so, wie sie die Welt kennen, wie sie die Menschheit kennen, wie sie sich selbst kennen, wie sie, was die menschlichen Erfahrungen sind. Jetzt schreiben sie eine Geschichte auf Grundlage von menschlichen Erfahrungen. Du, 2000 Jahre später, sagst, ey, das passt voll zu meinen Einstellungen. Ja, natürlich, weil das ja eine Geschichte ist von Menschen. Die ist ja natürlich kompatibel mit deinen Gedanken. Die Geschichte haben ja nicht irgendwelche Affen geschrieben. Die haben Menschen geschrieben, die haben Wesen geschrieben, die so denken, die so fühlen, die so ticken wie du. Natürlich ist die Geschichte kompatibel mit deiner Vorstellung. Bro, ich blick bei dir gar nicht durch. Guck mal, darf ich mal was sagen? Guck mal, also, der Horst hat einfach einen sehr, sehr gesunden Menschenverstand. Und die ganze Religion, das sind erfundenen Sachen, Geschichten von Menschen, die psychisch krank waren, die extrem psychisch krank sind und sehr viel Fantasie besitzen. Und die haben in ihrer psychische Krankheit diese ganzen Religionen entwickelt und gebaut für die Menschen, weil sie einfach nicht klarkommen könnten mit Fragen, die sie selber nicht beantworten. Warte, sag mal kurz leise, die sie nicht selber beantworten konnten. Das heißt, irgendwann mal kam die Frage, woher kommt der Blitz? Natürlich, dieser psychisch kranker Mensch, der die Religion dann erfunden hat, hat gesagt, es war der Gott gefunden. Ja, weil er einfach nicht gewusst hat. Und heute wissen wir, wie Blitze entstehen im Himmel. Und aus diesem Grund, immer wenn, immer wenn der Mensch nicht weiter weiß, benutzt er Gott als Lückenbüßer. Immer wenn der Mensch nicht weiter weiß, benutzt er Gott als Lückenbüßer, indem er sagt, dahinter ist der Gott. Wenn man einen kleinen Kind oder wenn ein kleines Kind auf mich, ich bin ja Vater, wie du gesagt hast, wenn du ein, wenn ein Kind dich fragt, Papa, wie groß ist der Himmel? Wie weit ist es? Dann sagst du ihm, ja, das geht bis zu der Sonne und noch ein bisschen weiter. Und was ist danach, fragt er? Ja, dann geht es noch weiter bis zur Galaxie und was weiß ich und dann geht es heraus und dann gibt es noch eine, dann gibt es, da schweben noch andere Galaxien in der Gegend und dann sagt er, was gibt es noch mehr? Und so weiter. Immer kommt diese kindische Frage von Menschen, die erwachsen sind, was ist dahinter, was ist dahinter? Und jedes Mal, wenn die Wissenschaft eine Antwort gibt, kommt die nächste Frage, um einfach, um einfach mal weitere Fragen zu stellen, um zu behaupten, es gibt einen Gott. Menschen haben schon vor 400 Jahren behauptet, dass der Gott, also die Religionen haben behauptet, die Erde wäre flach und irgendwo ist das Ende. Und bis die Wissenschaft alles bewiesen hat, hat es alles gedauert. Deswegen sage ich, die Religionen sind eine Geisteskrankheit von Menschen, die geisteskrank sind, die Schmerzen empfinden, entweder nehmen die Drogen oder sind in Trauer oder sonst, das ist so. Menschen empfinden nur Religionen, wenn sie geistliche Krankheiten haben. Hallo. In Form von Drogen, in Form von Trauer, in Form von verschiedenen Sachen. Also man kann ja verschiedene erkranken. Du bist normal. Jeder Mensch, der, guck mal, ich bin jetzt psychisch krank oder wie? Ich muss gerade stummen, einmal, sorry. Also guck mal. Das ist ja eine richtig blöde Aussage, was du da sagst. Ich verstehe dich. Ich vertrete auch die Meinung, dass man halt immer etwas beantworten will und immer Fragen hat. Das ist ja auch das, was ich immer sage. Aber ich würde jetzt nicht sagen, erstmal glaube ich nicht, dass das die Wahrheit ist, dass zum Beispiel so Leute, die Religionen empfinden, geisteskrank sind oder halt Religionen schreiben, geisteskrank sind. Das würde ich jetzt nicht behaupten. Und zum anderen würde ich das auch nicht behaupten, weil es einfach, halt unnötige Provokationen ist. Und ich meine, wenn wir jetzt hier in den Streams anfangen, hier unnötige Provokationen aufzubauen, dann macht das, macht das für mich keinen Sinn mehr. Dann kann ich den Stream auch schließen und dann kann ich auch mich um einander sagen. Nee, aber ist der Atheist? Ich weiß es nicht. Ja, du kannst dich entstunden. Können wir mal fragen, ob er Atheist ist? Ich weiß nicht. Ukraine, du kannst dich auch wieder entstunden. Aber bitte, wie gesagt... Ich kann euch sagen, was ich bin. Ich bin ein Mensch von dem Planeten Erde, ja. Aus dem Jahr 1979 bin ich gekommen auf die Erde, ja. Und ich bin hier gekommen, um euch zu erklären, wie die Welt ist. oder was bist du? Ich bin ein Mensch, der im Jahr 1979 auf die Erde gekommen ist. Ja, ich bin 1992 auf die Erde gekommen. Ja. Ja, bist du jetzt ein Atheist? Bist du ein Agnostiker? Bist du, äh, glaubst du an Buddha? Bist du, glaubst du an Krishna? An was glaubst du? Nein, ich glaube an gar nichts. Ich bin ein wissender Mensch, der weiß, es gibt kein Gott. Du bist ein wissender Mensch, du glaubst an nichts. Ich bin kein glaubender Mensch, ich bin ein wissender Mensch. Okay, wenn du an nichts glaubst. Ich glaube nicht, ich weiß es. Okay, du weißt es. Wie kannst du mir sagen, dass du nicht deine Eltern heiraten sollst oder so? Oder dein Kind heiraten sollst? Wie kannst du mir das sagen? Weil du bist ein wissender Mensch. Woher nimmst du das, dass du das nicht machen darfst? Aber Krieger, du kannst jetzt keine ethnischen oder moralischen Fragen oder moralischen Fragen Woher nimmt er das? Woher nimmt er das? Du kannst jetzt keine ethnischen oder moralischen Fragen so stellen, als wären es Naturgesetze. Nee, 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 nee. Deswegen macht die Frage keinen Sinn. Das ist eine ethnische, moralische Frage. Vielleicht gibt es Gesellschaften, wo die... Also, es gibt keinen Gott, der sagt, man darf nicht untereinander nicht heiraten oder so. Sondern das macht ein menschlicher Gesundheit. Das ist ein Menschenverstand, das gibt dir die Natur vor. In der Natur... Natur gibt dir alles vor, was zu machen ist und wie die Menschheit sich paart und wie die Menschheit sich weiterentwickelt. Das gibt alles die Natur vor. Da braucht es keinen Gott, braucht es keine Bücher oder sonst was. Das hat schon die Natur geregelt in der Evolution. Also, sonst hätten wir bis jetzt nicht existiert, wenn wir es so gemacht hätten, wie du das gesagt hast. Das hat alles die Natur vorgegeben, mein Freund. Genau. Warum ziehst du dich los und tötest einen Menschen? Woher nimmst du das, dass du das nicht darfst? Ich kann das. Wenn ich will, kann ich das machen. Aber es herrscht auf der Welt nicht der Gott, sondern das Recht der Stärkeren. Immer, immer über, im ganzen Universum herrscht immer das Recht der Stärkeren. Versucht ein Kleinerer, versucht er irgendetwas zu machen, was den Stärkeren nicht passt, dann wird er dafür zur Rechenschaft gezogen von den Stärkeren. Egal, in welchen, egal wo, auf dem ganzen Universum, egal, ob es Außerirdische sind oder Menschen oder sonst was, ob es Bakterien oder ob es Tiere oder Menschen sind, es herrscht immer recht der Stärkeren. Versuchst du, als kleines Tier, ein Löwen zu beißen, dann kann es sein, das machst du einmal, aber danach bist du weg. Also, verstehst du, was ich meine? Es herrscht immer Recht der Stärkeren. Versuche es mal, ein Mensch umzubringen. Du wirst von den Menschen, die andere Regeln aufgestellt haben, Gesetze, die werden dir dann schon zeigen, was du machen kannst. Ja, aber woher haben die das dann genommen? Weil die haben das ja auch nicht irgendwie aus der Tasche rausgezogen. Natürlich haben die das aus der Tasche, das haben die nämlich festgelegt. Menschen haben Gesetze geschrieben. Ja, woher haben die denn diese Gesetze, woher wussten die, dass das nicht richtig oder richtig ist, einem Menschen zu töten? Ich habe dir doch gesagt, Rechte Stärkeren. Rechte Stärkeren hat gar nichts damit zu tun. Natürlich, eine Rechte Stärkeren versuchen, aber halt, stopp. Der Mensch wissen, dass es jetzt richtig ist, einem Menschen zu töten. hallo. Versuchst du es mal? Du bist ein Zeitreisender, glaube ich. Hört mich nicht? Du bist ein Gameshow Master. Ich weiß einfach, ob er raus hat. Ich weiß es beide raus. Was soll das? Ich sage, hey, stopp. Keiner hört, was ist denn los hier? Nee, nee, nee. Also, das geht nicht. So. Hallo. Guck mal, das Ding, was du sagst, dieses, das. Du denkst eigentlich logisch nach, oder? Nach Möglichkeit, ja. Ja, okay. Dann, ich habe hier so ein Beispiel, ne? Und zwar, du weißt doch, was ein Baumdiagramm ist, oder nicht? Ein was? Ein Baumdiagramm. Ja. Okay, guck mal, das Ding ist, du musst dir vorstellen, es gibt doch immer beim Baumdiagramm immer so einen Punkt, von wo man immer losgeht. Und dann gibt es hier halt so zwei Wege. Jetzt musst du dir vorstellen, entweder man glaubt hat er an Gott, oder man glaubt halt nicht an Gott. Das sind ja diese zwei Wege, die man gehen kann, richtig? Nö. Wieso? Man kann auch einfach sagen, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt oder nicht. Ja, aber man muss ja eigentlich entscheiden, so dieses, entweder man glaubt an ihn, oder man sagt, naja, ich weiß nicht, ob es ihn gibt, aber dann glaubt man ja nicht an ihn, automatisch ja schon. Wenn man sagt, es gibt, also ich weiß nicht, ob es ihn gibt, dann glaubt man ja nicht an ihn. Und jetzt nehmen wir mal an, du sagst jetzt, Ja, okay, also, okay, das ist zwar ein Unterschied, ob man weiß, also ob man meint, dass man weiß, dass es Gott gibt, ob man glaubt, dass es Gott gibt, ob man sich nicht sicher ist, oder ob man sich sicher ist, dass es ihn nicht gibt. Das sind ja mehrere Unterschiede, aber egal, komm, machen wir es weiter. Ja, okay, jetzt sagen wir einfach mal, du glaubst nicht an ihn, ja? Weil du sagst ja, glaubst du eigentlich an ihn oder nicht? Was würdest du so sagen von deiner Aspekte? Also, dass es Gott gibt, weiß ich, dass es den nicht gibt, aber ob es einen Eschaffer gibt, oder nicht, weiß ich nicht. Okay, aber an Gott glaubst du nicht, oder? Also Allah, Gott, so wie du es ihn auch nennen willst, an ihn glaubst du nicht. Okay, gut. Wenn du jetzt den Weg gehst, okay, wenn du jetzt diesen Weg gehst, du bist ja nicht allwissend, oder so, also sonst würdest du ja schon direkt alles prophezeihen, aber du bist ja nicht allwissend. Stell dir vor, du stirbst jetzt, was hoffentlich nicht passiert, aber wenn du wirklich sterben solltest, gibt es ja einmal zwei Wege, die passieren könnten. Entweder es gibt ihn wirklich nicht, und du hast halt recht, da passiert halt nichts. Wie du gesagt hast, dieses, nicht dunkel, sondern einfach dieses, es gibt ihn einfach nicht, weißt du? So, oder es gibt ihn halt doch. Was ist dann der Aspekt? Du kommst in die Hölle, weil es ist ja überall so geschrieben, im Koran, in der Bibel, überall ist es ja so. Das ist ja ein negativer Punkt, richtig? Ich glaube nicht, dass Hölle etwas Gutes ist. Ja, kann man natürlich auch das finden, ja. Ja, ja, okay. Das wäre jetzt der Weg, wenn du nicht an ihn glaubst. Das wäre ja schon mal negativ, weil entweder nichts oder negativ, weil du kommst in die Hölle. Beim Glauben Aspekt ist es ja aber ganz anders. Wenn du an ihn glaubst und es ihn wirklich gibt, dann kommst du ja ins Paradies. Also das ist ja positiv. Oder du kommst vielleicht wegen deinen ganzen Sünden in die Hölle, aber irgendwann kommst du mal wieder raus. So, so oder so, du kommst ins Paradies. Wenn es ihn aber nicht gibt, dann passiert ja eigentlich nichts. So dieses, auch wie beim anderen Aspekt halt. Also, gibt es entweder einen positiven Aspekt oder halt nichts. Oder du wirst wiedergeboren. Hä? Oder du wirst wiedergeboren. Sei egal, es gibt von der Ausgabe. Aber da spielt das halt keine Rolle, ob ich an die Wiedergeburt glaube oder nicht. Ich werde trotzdem wiedergeboren. Und ich komme nicht in die Hölle dadurch. Ja, aber wenn du jetzt nicht an ihn glaubst, hast du doch mehr negative Punkte als anstelle, du an ihn glaubst. Weil da hast du doch mehr positive Punkte, richtig? Wenn man logisch nachdenkt. Nein. Wieso nicht? Wieso nicht, hä? Weil du ja als Gläubiger auch noch höchstwahrscheinlich in die Hölle kommst oder in Helheim oder in, also du bist ja, du bist ja dann halt vielleicht auch im Tartarus oder du bist ja nicht sicher, welche von den tausenden Religionen die wahre Religion ist. Und sofern, sobald die Religion, an die du glaubst, nicht die Religion ist, die wahr ist, hast du genau die gleiche Arschkarte als Gläubiger wie ich. Also du bist da mit keinem Punkt besser als ich. Ja, aber der Unterschied ist, dass ja im Koran oder in der Bibel, sei es auch irgendwo, meistens steht da ja immer, wenn du nicht an ihn glaubst, dann kommst du, das sind die schlimmsten Leute so. So wird es halt in der Religion dargestellt. Dass die schlimmsten Leute sind die, die nicht an Gott glauben. Man sagt ja auch immer, selbst der Teufel glaubt an Gott und so. So dieses, was weißt du? Deswegen du kommst dann für immer in die Hölle. Aber wenn du jetzt Sünden machst, zum Beispiel jemanden tötest oder keine Ahnung, irgendwas machst du dann. Aber das ist ja nur in deinem Konzept so. In den anderen religiösen Konzepten ist es anders. Und du hast ja keine Garantie dafür, dass dein Konzept die wahre, der wahre Konzept ist. Das ist ja Schwachsinn. Du hast ja tausend andere Konzepte. Also, welche Rolle spielt dein Konzept, wenn im Endeffekt irgendein anderes Konzept wahr ist? Ja, aber ich meine ja nur von dem logischen Teil her, weil du ja sagst die ganze Zeit, ja logisch und logisch denken und so. Und ich sage ja, wenn du wirklich logisch denkst... Logisch betrachtet ist deine Religion ein falsches Konzept. Logisch betrachtet ist das Konzept der Sumerer das wahre. Sumerer? Ja. Wie kommst du drauf? Deine Religion ist ja ein Konzept von den Sumerern. Ist ja nachweislich. Ja, es hat schon ein paar Dinge dazu beizutragen, ja. Ein paar Dinge dazu beizutragen? Bitte? Ja, okay. Es hat sich ja vieles in den Wegen, also mitten in der Zeit hat sich ja auch verändert. Es haben sich zum Beispiel, wie von der Tora haben sich dann Bibel herausgestellt und danach kam ja noch Koran und alles drum und dran weiter raus. Also ja, es hat irgendwo einen Punkt gehabt, wo es angefangen hat. Ja, und dieser Punkt ist nicht der Islam oder nicht das Christentum? Ja. Richtig. Also bist du höchstwahrscheinlich auf der falschen Seite. Auch wenn du an irgendeinen Gott glaubst, dieser Gott ist höchstwahrscheinlich der falsche Gott. Weil da gibt es ältere Götter, von denen die Geschichten stammen. Und dass du jetzt die gefakte, die kopierte, an den kopierten, an die kopierten Geschichten glaubst, das ist logisch betrachtet nicht schlau. Okay. Aber du sagst jetzt, dass es ja die Fake-Version von meiner ist, halt die Religion von mir. Sagst du ja jetzt. Aber wenn du jetzt gar keine von der gehst, so, dann gehst du doch auch einen falschen Weg, oder nicht? Wenn du allgemein gar nicht daran glaubst. Ich weiß aber, dass ich nicht falsch liege, weil ich auch weiß, dass diese Ursprungsgeschichte, von der ja deine Religion, wo deine Religion herkommt, also von der deine Religion quasi sich quasi angekopiert hat, diese Ursprungsgeschichte deutet aber auch wiederum darauf hin, dass das alles, was da erzählt wird, nur Naturinterpretationen sind. Zum Beispiel zum Beispiel die Sommer, der Sommer, zum Beispiel Winter oder Tag und Nacht. Und man erkennt, man erkennt, dass diese Gottheiten von denen einfach nur Interpretationen sind, sinnbildlich stehen für den Tag oder sinnbildlich für die Nacht stehen. sind wirklich für Winter und Sommer stehen. Das sind die, man sieht dort im Kern auch, dass eben das Leben im Kern die Religion, die symbolische Darstellung des Lebens ist. und mit der Zeit wurden diese symbolische, dass man die Symbolik darin sieht, also dass man die Welt symbolisch in der Religion sieht, wurde mit der Zeit immer schwammiger, weil die Religionen ein Eigenleben angefangen haben, das heißt ja eine Eigenentwicklung. Die Religionen haben sich eigenständig weiter und weiter entwickelt. Und deswegen erkennen wir heute nicht mehr diese Symbolkraft, diesen Vergleich zwischen Tag und Nacht in den Religionen, aber wenn wir diese Religionen, an denen du glaubst, zurückverfolgen, Schritt für Schritt, landen wir in irgendeiner Religion, wo alles symbolisch, das Leben symbolisch dargestellt worden ist. Guck mal, das singt, ich habe dein Live auch schon ein bisschen länger mitverfolgt und so und die sich respektiert wirklich jeder Religion oder allgemein jede Denkweise und so, aber was ich gemerkt habe, ist einfach nur, das soll jetzt nicht respektlos so rüberklingen, aber wenn du wirklich versuchst, das zu beschützen, was du sagst, dann kommst du immer nur mit derselben Aussage am Ende halt, ab und zu tätigst du schon gute Aussagen, aber du kommst halt immer am Ende mit der Aussage, ja, ich weiß ja nicht, ist ja auch nicht schlimm, nichts darüber zu wissen, deswegen streben wir das ja an, darüber nachzudenken und so und eine Antwort zu finden. Zum Beispiel auch, ich war glaube ich ganz am Anfang, da war so ein Typ und er meinte, ja, Allah hat uns ja alle hergeschickt zu dieses und wir müssen ihm dienen und du meinst, ja, wozu braucht er uns? So, das ist doch voll unlogisch. Ich war nicht lange dabei, Alter, Respekt. Ja, und dieses, du sagst ja selber, dieses, wenn es jetzt, jetzt wie beim letzten auch Typen, er meinte, ja, was passiert eigentlich, wenn ich tot bin, so, ist es jetzt dunkel oder wie? Er meinte, ja, weiß ich ja nicht, es muss ja auch keine Logik geben, so, aber das kann ja auch bei Allah so sein, dieses, es muss ja nicht logisch sein, alles, warum er uns hergepackt hat. Vielleicht macht es irgendwie, ist es ja logisch, sinnig, aber du weißt es halt auch noch nicht. Aber Allah fordert doch zum Beispiel im Konzept des Islams ist doch das logische Denken eine Erwartung von Allah. Der sagt doch, dass wir durch das, also Allah verlangt doch oder erwartet doch, dass wir durch das Logische, durch das Beobachten und die Logik daraus Gott erkennen sollen. Also das heißt, Gott fordert schon ein logisches, möchte sich schon auf logischer Ebene präsentieren und nicht auf komplexer Logischen. Denken, aber du musst ja nicht sagen, warum hat er uns erschaffen, so, er ist ja allmächtig, er ist ja allwissen, er braucht uns ja gar nicht, so, aber wir müssen, ja, kannst du mal, nee, wieso darf ich mir die Frage nicht stellen oder warum soll ich mir die Frage nicht stellen? Du kannst sie dir ja stellen, aber du wirst ja nicht immer eine logische Antwort haben, weil sonst wirst du ja auch allwissen und ich sage dir, der Unterschied ist doch, guck mal, der Unterschied ist ja, du hast eben gerade in Anführungsstrichen kritisiert, also ich, nicht richtig kritisiert, aber du hast ja erwähnt, dass ich halt auch vieles sage, wie ich weiß es nicht, und jetzt sagst du gerade, also muss man bei Gott ja auch nicht alles wissen, ja, muss man ja auch nicht, der Unterschied ist aber, dass ich anhand dessen, dass sie etwas nicht weiß, nicht eine Alternativantwort gebe oder eine Ersatzantwort oder, oder irgendwie mir etwas darauf aufbaue, ich baue mir nicht auf die Unwissenheit, nicht irgendwas auf, aber wenn du sagst, wir müssen Gott nicht richtig verstehen, wir verstehen nicht richtig, können wir auch nicht alles über ihn wissen, und ich baue mir trotzdem aber auf diese Unwissenheit einem Gott auf, dann ist das halt, meiner Meinung nach, ja, ein bisschen bodenlos. Das verstehe ich, aber es ist ja ein Unterschied, ob du sagst, ja okay, es steht das und das jetzt im Koran oder in der Bibel, das müssen wir jetzt alles befolgen, so, oder ob du jetzt sagst, das ist jetzt unlogisch, aber auch die, allein diese Denkweise von Gott ist auch unlogisch, weil er hat uns hierher geschickt, wozu braucht er uns überhaupt? Du kannst für dich selber sagen, es ist unlogisch, aber du kannst nicht so für Gott entscheiden und sagen, das war unlogisch, was er gemacht hat, weil das ist ja schon falsch, du weißt ja gar nicht, was er plant. Ich stehe über diesem Gott, was im Koran oder in der Bibel steht, warum? Weil ich weiß mehr als diese Götter, ich weiß sogar, wo sie herkommen, ich weiß, wie sie entstanden sind. Du weißt, wie Allah entstanden ist? Natürlich weißt du, wie Allah entstanden ist, wie das Konzept von Allah entstanden ist. Ja, wenn du jetzt sagst, dass die Leute das erfunden haben, alles drum und dann, wie dieser andere Typ gesagt hat, dass wir alle krank sind, unsere Psyche erstammen, das ist keine richtige Antwort. Nee, habe ich ja nicht gesagt. Ich sage ja nicht, ich weiß nicht, ob es einen Gott gibt, weil ich nichts über Gott weiß, sondern ich sage, es gibt keinen Gott. Auch wenn ich nicht weiß, ob es einen Erschaffer gibt, weiß ich, dass es keinen Gott gibt, weil ich weiß, wo Gott herkommt. Also das heißt, diese Behauptung, dass es keinen Gott gibt, baue ich auf Wissen auf. Nicht auf eine Annahme, dass es sich doof anhört. Aber du musst ja wissen, dass, wenn man allgemein schon einer Religion beitritt, man wird ja meistens da rein geboren, aber mit der Zeit kann man ja seine eigene Meinung ja bilden. Das ist ja bei 90% oder 95% bei der meisten Menschen einfach so. Das Problem ist nur, man bildet sich die Meinung im Rahmen der Religion, wo man reinwächst. Man bildet sich nicht die Meinung. Irgendwann bist du auch in so einem Punkt da, wo du schon so lange lebst. Du kannst auch deine eigene Meinung einfach bilden. Das ist ja nicht so, als wenn man dich in ein Gefängnis einsperrt und sagt, du musst jetzt einfach ein Moslem sein oder ein Christ oder ein ATL. Du kannst ja auch alles sein, was du willst. Aber es bildet sich ja keiner weiter. Man bildet sich ja nur im Sinne dessen weiter, was jetzt die Religion sagt oder was die Religion sagt, was die Argumente sind, was die Gegenargumente sind. Und nur im Rahmen dessen bildet man sich ja weiter. Aber man bildet sich ja nicht wirklich weiter. Man kümmert sich ja nicht, man interessiert sich ja. Hast du dich schon mal mit den Sumerern befasst? Hast du dich schon mal mit den Akkadien und Babylonien befasst? Nee, leider noch nicht. Siehst du? Das verstehe ich. Wie viele Muslime, die jetzt krass überzeugt sind, haben sich denn mit den Babylonien und den Sumerern befasst? Vielleicht nicht viele, ja. Erst wenn man das macht, erst wenn man sich mit den Sumerern befasst, erst wenn man sich mit der griechischen Mythologie befasst, wenn man sich mit der nordischen Mythologie befasst, wenn man sich mit der ägyptischen Mythologie befasst, wenn man sich mit den Menschen befasst, der dahinter steckt, der das lebt damals, die Menschen, die das geglaubt haben, wenn man seine Psychologie befasst, wenn man sich darum interessiert, wie diese Menschen damals an die griechischen Götter geglaubt haben, warum sie an die griechischen Götter geglaubt haben, warum sie an die ägyptischen Götter geglaubt haben. Erst wenn man sich mit diesen Thematiken befasst, hat man sich ein Bild gemacht, wo man sich dann vernünftig, wo man ein Bild erkennen kann. Aber du kannst nicht sagen, dass man im Laufe der Jahre befasst man sich ja mit der Thematik und die Thematik ist nur der Islam zum Beispiel oder der monotheistische Gott. Ja, toll. Weit bist du nicht gekommen. Ja, aber zum Beispiel dieses, wie schon gesagt, jeder wird ja in eine Religion reingeboren und ob man sich da wohlfühlt oder nicht und dass du daraus schließt, dass man sich nicht weitergebildet ist, einfach nur mal, weil man an dieser Religion festhält, ist ja schon falsch, dieses, du kannst ja nicht sagen, oh, jeder Atheist oder jeder Mensch, der nicht an Gott glaubt und wirklich sich weiterbilden will, er ist jetzt fortgeschritten und die anderen sind stecken geblieben. Das kannst du ja auch nicht sagen. Was, 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 was nochmal? Zu sagen, dass alle Muslime, alle Christen, die ihre Religion weiterverfolgen, sind nicht weitergebildet, sondern nur die Leute, die wirklich Gott abgeschaltet haben und sich zu denken, ich habe niemals gesagt. Ich stelle mich auch nicht oft auf die Seite eines Ungläubigen, weil der Grund, warum viele Ungläubige ungläubig sind, sind für mich, sind für mich keine Gründe. Für mich sind die Gründe, ungläubig zu sein oder wenn man halt wirklich etwas erforscht und dadurch ungläubig wird, ist das immer noch ein vernünftiger Grund. Aber wenn man sagt, ja, ist es unfair oder es gibt Krieg oder wenn man sich gar nicht mit den Themen befasst hat, wenn man gar nicht diese Religionen durchschaut hat oder durchgeblickt hat, was Religionen sind, wie Religionen entstanden sind, dann ist das ein etwas fundamentloses Unglaube. Aber ich finde, dass es auch ein Vertrauensding ist. Mit einer Zeit muss man einfach nur ein Vertrauen haben zu Gott, diese Religion einfach ein Vertrauen dazu haben. Man kann nicht immer für jede eine einzelne Antwort haben. Das ist ja auch der Test. Das ist ja der Test von den meisten Religionen. So wird es ja auch dargestellt. Man sagt ja immer, die Welt ist nur ein Test. Wenn du tot bist, dann beginnt ja das wahre Leben im Paradies. Deswegen, was ich sage, ist einfach, es hat auch etwas mit Vertrauen zu tun. Man kann sich wirklich viele Antworten geben. Warum soll ich deinem Gott vertrauen? Wozu? Habe ich nicht nötig? Wozu? Ja, das ist ja das Ding. Jeder Mensch wird ja getestet. Und das ist ja auch der Test. Ob man dann vertraut wird oder nicht. Nee, ich werde nicht getestet. Du wirst vielleicht getestet. Ich weiß nicht. Also mir hat keiner gesagt, dass ich getestet werde. Wie? Niemand hat dir das gesagt? Ja, mir hat niemand gesagt, dass sie getestet werden. Ja, natürlich. Das ist ja in jeder Religion ein bisschen verschieden. Zum Beispiel in dem Islam wird das ja halt jedes Mal gesagt, dass jeder Mensch getestet wird. Da steht im Koran auch, dass es getestet wird. Ja, aber das, was der Koran sagt, das nehme ich doch nicht für mich an. Du musst es schon derjenige sagen, der mich testen will. Aber wie soll er dir das sagen? Das steht doch in der Bibel. Das steht doch überall hin. Also ist dein Gott nicht allmächtig. Warum ist er nicht allmächtig? Weil du sagst, hey, wie soll er dir das sagen? Ja, dieses... Er hat mir doch ein Buch geschickt. Er hat ihm mehrere Bücher über die Fragen stellen impliziert, dass Gott nicht allmächtig ist. Warum ist er nicht allmächtig? Er könnte es doch machen, wenn er will. Ja, genau. Das erwarte ich ja, dass er das einfach macht. Aber warum soll das? Warum soll ich irgendwelchen Menschen vor 1400 Jahren glauben, die mir erzählen oder vor 2000 Jahren glauben, die mir erzählen, dass ich geprüft werde oder die mir erzählen, dass ich jetzt das und das machen muss? Hey, warum soll ich diesen Leuten glauben? Es gibt auch extra viele Bücher hier, wo man sich halt weiterwissen, also weiterbilden kann mit den Büchern und da steht ja auch alles drin. Und Gott sagt ja nicht, ey, ich komme ja eines Tages runter und werde hier irgendwas beweisen, sondern er sagt einfach nur, die er hat doch Vertrauen in mir. Ja gut, da hat er Pech gehabt. Da hat er Pech gehabt. Warum soll ich jemandem vertrauen, der sich, der nicht da ist? Ja, das ist ja schon, wie gesagt, das ist eine Vertrauenssache. Ja, aber warum soll ich jemandem vertrauen, der nicht da ist? Wie schon gesagt, das ist eine Vertrauenssache. Wenn jetzt eine Freundin, wenn deine Vertrauenssache, muss erst mal eine Grundlage haben. Ja, aber wenn deine Freundin, die zum Beispiel sagt, ey, ich werde die niemals fremd gehen und sie hat hier schon sehr, sehr viele Sachen schon bewiesen, so dieses, es ist am Ende eine Vertrauenssache, ob du ihr glaubst oder nicht. Du kannst ja auch sagen, ey, ich glaub dir nicht. Ja, okay, aber immer noch, du hast immer noch eine Freundin vor, die die mit ihr redet. Du hast immer noch eine Freundin vor dir, die etwas bewiesen hat. So, jetzt vertraust du ihr. Und du redest von etwas, das sich nicht zeigt, das mit dir nicht redet, das dir nichts bewiesen hat, gar nichts. Es hat doch schon vieles bewiesen. Wenn man jetzt zum Beispiel viele Muslimen oder viele Christen fragt, warum glaubst du an Gott? Dann sagt er, ja, ich glaub an ihn, weil ich hab halt die Informationen in der Bibel, im Koran und so und das ist ja schon das Buch. Guck mal, ich guck mir jetzt mal die Beweise an. Also gucken wir mal die Fakten. Dann, Allah ist ja ein, ist ja, ist ja halt, der Botschafter des Allahs war ja ein Araber. So, und die Araben sind ja, ist ja auch die Hauptsprache, im Paradies wird man auch Araber sprechen und im Endeffekt sind das ja dort die Muslime. Die hauptsächlichen Muslime leben ja dann auch dort, so in diesem Bereich. Da, wo die meisten Muslime auf der Welt leben, denen hat Gott zum Beispiel ein ziemlich schlechtes Land gegeben. Also ich finde, warum dafür, dass die halt so das gelobte Volk sind, also Muslime sind, haben die sehr schlechte Luft, sehr schlechte Natur. Ja, weil Gott halt fair ist. Man sagt ja auch, das ist ja fair. Aber die Leute, die jetzt zum Beispiel nicht an Gott glauben, also nicht an Allah glauben, die haben richtig gute Luft, die haben richtig gute Natur. Das ist doch ganz einfach zu beantworten. Also bei uns, ja, das ist doch ganz einfach zu beantworten. Dem würde ich nicht vertrauen zum Beispiel. Hä, warte, aber das ist doch einfach zu beantworten. Das ist doch einfach zu beantworten, aber dem würde ich nicht vertrauen. Ja, aber guck mal, ich sagte, ich will dir das doch jetzt erklären. Zum Beispiel, meine Dankbedenkenweise wäre zum Beispiel, dass man sagt, Ausreden. Ja, Ausreden. Okay, aber was ist, wenn ich dir sage, Gott ist doch sehr neutral, richtig? Er liebt wirklich jede Person gleich, oder? Stimmt nicht, stimmt nicht. Okay, aber was sagt das? Im Koran steht, im Koran steht, dass er die hasst, die nicht an Gott glauben. Ja, aber er ist doch neutral, oder nicht? Er würde jeden ein neutrales Geben geben. Nein, er ist nicht neutral. Er ist allein schon deswegen nicht neutral. Erstens, weil du halt viele Menschen hasst. Und zweitens, weil er viele Menschen in eine falsche Familie aufwachsen lässt, also in einer christlichen Familie zum Beispiel. Das ist doch der Test. Hä? Zum Beispiel. Aber wenn er jetzt neutral, Bruder, du hast neutral falsch verstanden, in einem Test, bekommt jeder den gleichen Test. Das ist neutral. Ja, aber halt anders. Es bekommt jeder Mensch, es ist doch nicht gleich gebraucht. Hör doch auf, du versuchst immer wieder, das ist ja nicht nur, also Muslime oder Religiöse versuchen immer so, dieses Bauchtanz zu machen, immer so ein bisschen wickeln und da wickeln und da drehen und da wenden, immer so ein bisschen verbiegen, immer so. Warum macht ihr das? Du sagst Gott Vertrauen. Ich sage dir, okay, allein wenn ich die Natur sehe, da trockene Luft, Wüste und andere Ungläubige haben Grün und Pflanzen, Bäume, gesunde, sauerstoffreiche Natur und Luft, sagst du, sagst, sag ich dir ja, okay, für mich ist das kein Punkt, was ich jetzt... Okay, kann ich jetzt da reinhaken? Kann ich jetzt dadurch argumentieren? Da würde ich Gott zum Beispiel nicht vertrauen. Okay, dann sagst du zum Beispiel, ja, Gott ist, Gott ist, aber liebt jeden oder halt ist, für Gott ist jeder gleich. Und dann sage ich ja, aber ich stimme nicht, Gott hast ja auch diese und diese Leute. Dann sagst du ja, Gott gibt jedem die gleiche Prüfung. Sag ich nein, auch nicht. Sagst du ja, aber anders. Warum drehst du, guck doch mal, was da an Aussagen sind und was die Antworten sind. Ja, okay, darf ich jetzt da einhaken, wo du jetzt gesagt hast, dieses, ja, die Muslime, die Gläubigen haben so ein schlechtes Leben und die Ungläubigen so ein gutes Leben, so nicht leben. Ich habe gesagt, Natur und der Lobstende alles, wo man dran, ja, okay. Dieses Nummer, du musst dir vorstellen, weiß ja dieses, dass die vielleicht später in die Hölle kommen und vielleicht auch nicht und die anderen halt in ein Paradies kommen. Deswegen macht er, weil er schon weiß, zum Beispiel jetzt, dass Muslime oder sagen wir jetzt mal die Gläubigen allgemein, jetzt nicht nur auf Muslimen bezogen, aber dass die halt in dem spätere Leben ein sehr gutes Leben haben, deswegen gibt er denen hier ein schwieriges Leben. Und die Leute, die, wie du ja sagst, selber nicht gläubig sind, haben ja hier in Umständen ein sehr gutes Leben, die werden später, im Nachhinein leben, werden die ein schlechtes Leben haben. Deswegen ist doch Gott zu neutral. Okay, eine Frage, eine Frage, ist das jetzt so eine endgültige Antwort, das ist eine feste Haltung? Na, also das ist meine Denkweise, ob die richtig oder falsch ist, ja da hingeschmissen. Es gibt mir auch, es gibt mir auch Gläubige, die an irgendwelche Fische glauben, Alter, und die leben in Iglus. Wir müssen jeden Tag, fast jeden Tag neue Iglus bauen, so, und wir leben in Kälte. Ist ja auch nicht so toll. Das wäre doch richtig, das wäre doch voll komisch, wenn alle die gleiche Meinung hätten. Jeder hat einen anderen Meinung. Das, was du gerade sagst, passt deswegen nicht, weil es auch Menschen gibt, die nicht an Allah glauben und trotzdem ein schlechtes Leben haben, wie zum Beispiel die, die in Iglus leben müssen, die in Eisgebieten leben müssen. Also passt deine Aussage doch gerade gar nicht. Warum nicht? Du weißt doch gar nicht, was bei dir in den Kopf abgeht. Vielleicht denken die Leute, die im Iglu leben, oh mein Gott, ich habe voll das beste Leben. Und vielleicht denken die Muslime, hier in einer reichen Dubai City, boah, Digga, ich hasse mein Leben. Ich will mich stärken. Weil die so denken, wird ihre Zeit immer weniger, weil sie immer auswandern, immer mehr. Und die Älteren beklagen sich, dass die jüngeren Leute immer auswändern und immer weniger werden. Ach so, alles klar. Weil die zufrieden sind. Okay. Hä? Das muss doch gar nichts damit zu tun. Du musst ja erstmal... Die Leute dort, die wandern immer mehr aus, die Gesellschaft wird da immer weniger. Ja, aber komm mal, zum Beispiel, du musst jetzt so denken, du kannst ja nicht einfach direkt sagen, allein von den Umständen her, äh, den Typen geht es schlecht und den Typen geht es gut. Du bist doch auch nicht allwissen. Oder bist du ein Doktor, dass du mit den schon 30 Termine hattest? Hast du noch andere Argumente, weil bis jetzt kam so an, da waren deine Argumente alle schwach, muss ich ehrlich sagen. Du hast mit keinem einzigen Meter hast du irgendwie beweisen können oder irgendwie zeigen können, dass irgendwie der Gottglaube auf irgendwie mit der Nase vorne ist oder so. Mit für alles gibt es eine Antwort und deine Antworten sehen alle aus wie Ausreden und ich finde, bis jetzt meine ich jetzt, bis jetzt sind deine Antworten oder deine Herangehensweise nicht mehr gewesen. Du sagst gerade selber, dass alles eine Antwort hat, aber wenn man dich dann fragt, dieses, wie ist das und das erschaffen worden oder was kommt nach dem Tod, dann sagst du, ja, ich bin ja nicht allwissen, das muss ja nicht immer logisch sein. Warte, was hast du gerade gesagt? Ich habe gesagt, dass für alles eine Antwort gibt, habe ich nicht gesagt. Wann habe ich das gesagt? Hast du gerade noch gesagt? Hey, kannst du gar in den Chat fragen? Du meintest, es gibt für alles eine Antwort, aber du kannst mich kennenlernen. habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, bis jetzt waren alle deine Antworten, alle deine Argumente waren bis jetzt Ausreden. Also es war, du kamst nicht weiter als Ausreden. Aber als Gläubiger über einen allmächtigen Gott, das heißt, einen allmächtigen Erschaffer, müsstest du doch eigentlich keine Probleme haben, einem, der irregeleitet ist, dass du halt mit der Nase weit vorne bist. Aber bis jetzt hast du nicht die Möglichkeit gehabt, dass du mit der Nase weit vorne bist, weil alles, was du gesagt hast, sich... Ja, natürlich ist es nicht. Ich muss auch selber dazu auch sagen. Selber muss ich auch dazu sagen, die ist aus Sicht nicht ein gelehrter bin. Ich habe noch den Koran nicht gelesen, auch dass die Bibel nicht. So, wenn so ein Typ zu dir kommen würde, dann... Ich will dich aber hier haben, ehrlich gesagt. Weil ich will hier möglichst Wissende haben. Ja, es ist halt echt schwer, wenn du auf TikTok bist, ne? Und du hast hier auch... Das ist genau so ein Ding, als wenn du sagst, ja, ich bin hier auf TikTok und ich werde immer die besten Leute kriegen, die religiösesten Leute. Das stimmt ja nicht. Du hast ja auch ein paar andere Leute gesehen. Andere Möglichkeiten habe ich ja nicht. Ich kann ja nicht in die Moschee gehen und dann sagen, hey, ich fordere dich heraus. Oder... Hey, du kannst doch in die Moschee gehen oder in die Kirche oder was auch. Ungläubiger. Und ich möchte, ich möchte jetzt mit dir debattieren, die kicken mich raus. Nein, das stimmt nicht. Wenn du respektvoll bleibst und nicht die ganze irgendwie so eine Sache sagst, wie ich glaub nicht an dein Gott, ich bin schlauer als dein Gott. Wenn du respektlos bleibst, einfach respektvoll bleibst bei Gott, dann hä? Okay, tu mir doch mal ein Gefallen. Frag mal den Hodja, ob er bereit wäre mit mir, zum Beispiel live, mit mir zu debattieren. Hä? Kann ich gar nicht machen, aber dieses Wong ist nicht einfach in deine Moschee und fragst selber. Du hast doch einen Mund, das ist doch logisch. Ja, aber wenn ich jetzt... Okay, die Frage ist jetzt, ob ich in der Moschee dann da stehen kann und dann mit den debattieren kann, wo das Leute zuschauen, zum Beispiel, oder... Warum müssen die Leute zuschauen? Du machst direkt daraus... Es geht mir doch darum, es geht mir doch darum, Menschen zu zeigen, dass Gott nicht gibt. Was bringt mir das, wenn ich da ein einzelnes Gespräch führe? Du machst es doch für dich, oder nicht? Du musst erst mal für dich selber doch wissen, wie ich... Wenn man dich... Wie ich in den Live mitbekommen habe, Leute fragen dich etwas, du sagst, es gibt Gott nicht, sagst du zu 100%, aber es könnte vielleicht etwas anderes da geben, aber so logisch kannst du dir auch nicht, erklären, was passiert uns. Aber diesen einen Erschaffer, von dem ich rede, den es geben könnte, den es nicht geben muss, aber den es geben könnte, den suche ich ja nicht. Und wenn ich den suchen würde, werdet ihr mit Sicherheit nicht die, die mir in den zeigen könnten. Ja, normal nicht, aber du willst doch logische... Guck mal, du hast doch auch ein paar Sachen, die in deinem Kopf abgehen, die sehr unlogisch sind und du willst die Antwort dafür finden. Hä, dann frag doch einfach in Imam, der ist doch auch sehr viel Wissen da, als du, glaube ich. Aber Imam müsste nicht live debattieren. Warum live? Du kannst doch in deine Moschee, oder in deine Kirche, ist doch egal, wo du hingehst. Du könntest dann auch hingehen. Was hast du gerade gemacht? Das, was du gerade machst, ist einfach nur Aufsehen erregen. Und du willst einfach nur, dass Leute dir zugucken und so. Wenn du wirklich, wirklich selber an die Arbeiten wollen würdest und wirklich für deine logischen Antworten anstreben würdest, dann würdest du selber alleine in eine Kirche gehen, sei es auch in eine Moschee gehen, vielleicht noch zu einem indischen Gott gehen. Ich sagte doch gerade ganz deutlich, dass ich nicht Gott suche oder so. Ich weiß, dass es keinen Gott gibt und ich möchte das euch auch zeigen. Ich möchte das möglichst vielen Leuten zeigen. Hä, aber man geht doch nicht in eine Moschee rein, um direkt zu wissen, mit dieser Antwort zu kommen, ja, es gibt Gott nicht. Du kannst auch in eine Moschee gehen und fragen, das ist doch das, was du sagst. Ich würde in eine Moschee gehen und mit der Absicht, dass ich den Iman zeige, dass es keinen Gott gibt. Das wäre meine Absicht. Das kannst du machen. Das kannst du machen. Und das wäre meine Absicht. Daran ist auch nichts respektvolles dran. Ich würde nicht dahin gehen und sagen, ich habe ein paar Fragen, die haben, die haben, die wurden mir schon im Kopf seit längerer Zeit. Ich würde nicht so ankommen. Ich würde sagen, guck mal, lieber Iman, ich will dir zeigen, dass es keinen Gott gibt, dass es keinen Sinn macht, was du hier machst. Dann setzt er sich mit ihr hin und sagt, okay, beginn. Sag, was du sagen willst. Nee, mach ja nicht, wir schmeißen dich raus. Warum würde dich rauschmeißen? Wenn du mit mir wirklich, mit mir sogar kommen würdest oder mit, sagen wir sogar, deutsch dahin gehen würdest, er würde sogar, ein normaler Imam, der wirklich weiß, was er sagt, der würde sich sogar hundertprozentig mit dir hinsetzen, mit Liebe sogar, er würde sich hinsetzen. Er würde sagen, Bruder, sag mir, was du willst, ich kann dir das widerlegen. Oder dieses, oder er würde sogar sagen, vielleicht hast du recht, er würde sagen, okay, neue Denkweise ist auch ganz gut. Wenn du auf einen Imam triffst, der auch wirklich keine Ahnung hat und auch selber Angst hat, so mit dir zu reden, natürlich sagt der Junge, verpiss dich dieses, was will ich mit dir, hä? Aber ein normaler Imam, der wirklich allwissen, also der nicht allwissen, sondern Wissen hat, über den Koran, das studiert hat und so und auch über Bibeln schon gelernt hat. Man darf nicht nur über Koran lernen, man muss auch über Bibel, Tora und alles drum und dran lernen. Sag doch mal dein Volker, ob er mit mir live debattieren würde. Ja, okay, kann ich machen. Warum du selber nicht dahin gehen willst, frage ich mich, aber okay, kann ich machen. Weil ich ja schon alleine hier mich verdeckt halte. Meinst du, ich zeige mich in irgendeiner Gesellschaft so als Dings, als Machiavelli? Hä? Aber du tust so, als wenn, nimmst du mir nicht böse, aber du tust so, als wenn, nachdem du nach der Moschee fertig bist, dass du rauskommst, auf einmal alle Muslime schreien, Kefir, die Deutschen und Christen sagen alle, was bist du für ein Ungläubiger. Niemand wird das machen. Das bleibt alles unter euch. Das ist einfach nur du und er. Wenn du aber dann Leute da mit reinziehst und sagst, ey, hunderttausend Leute, guck mir bitte zu, wie ich mir die debattiere. Normal, wenn ich dann Leute so angucken. Aber wenn du alleine mit ihm redest, dieses, er weiß doch nur davon Bescheid, hä? Du tust so, als wenn alles auf einmal auf dich, also, hä? Alle auf dich irgendwie Auge machen und so angucken, oh mein Gott, das ist der Umfeld. Ja, da weiß man das schon, weil man, viele Leute kennen meine Stimme und glaub mir, wenn ich in der Moschee irgendjemand frage oder irgendwelche Leute mich da sehen, die werden sofort merken, wer ich bin. Junge, das sind schon Ausreden. Ich hab's schon. Es gibt schon den einen oder anderen, der mich schon darauf angesprochen hat. Das Ding ist, dieses wirklich, wenn du dich, wenn du dich wirklich anstreben wollen, würdest auf dein Wissen, nicht nur auf Gott, sondern wirklich auf dein Wissen, dieses, dann würdest du einfach mal, wenn das der einfachste Weg ist, einfach in eine Moschee oder in eine Kirche zu gehen, jeder normale Mensch würde das tun. Ob du es dann am Ende tust oder nicht, das zeigt dann einfach aus, worauf du wirklich die Absicht hast. Das will ich aber auch sagen. Was ist denn mein Absicht? Hä? Was ist denn mein Absicht? Ich weiß ja nicht, du sagst dir, dass du logische Antworten haben willst, aber dieses... Du wirst halt. Aber ich die ganze, genau, es ging da, egal, komm. Ihr habt das Ganze was anderes gesagt. Ich hab gesagt, ich suche keine Antworten. Ich möchte, ich möchte Leute recht leiten. Okay, du wirst Leute recht leiten. Ja. Okay. Ich will die Menschen recht leiten. Und am besten mache ich das, indem ich zum Beispiel Muslime hier hochnehme, mit den Debattieren und die Menschen sehen, dass der Islam keine Argumente hat. Aber wieso? Willst du die nicht mal eine Herausforderung stellen? Warum versuchst du die ganze Zeit? Leute, die weiß ganz genau wirklich, dass 80%, 70% der ganzen Leute bei dir hier im Chat, die sind wirklich nicht wissen. Die haben alle meistens sogar nicht den Koran durchgelesen oder die Bibel durchgelesen. Die ist normal. Du nimmst die Schwächsten. Das ist so, als wenn du ein Wolf bist. Ich sag, ey, hol dir mal ein Opfer und du die Schwächsten schau. Ich sag gar nicht aus, wer hier bei mir sitzt und wer nicht sitzt. Nein, aber natürlich machst du das, indem du einfach nur Leute dich reinst. Wenn ich live komme, warte. Wenn zum Beispiel bei Joker ist Jahil, bei diesem Jahil-Joker da, ne, kennst du ja. Wenn die Leute da bei ihm sitzen im Live und mit ihm diskutieren oder das zuhören, was Joker Jahil sagt. Denkst du, denkst du, irgendeiner von den Zuschauern sind irgendwie gebildet oder so? Nein. Die feiern einfach, dass deine Gegenseite einfach in dem Moment keine Antwort hat. So, das feiern die. So, und diese Menschen funktionieren so, auch wenn ich zum Beispiel etwas sage, was Sinn macht, sind die trotzdem so blöd, dass sie trotzdem noch Joker feiern. So, das heißt, jetzt redest du gerade über meine Community, ja, obwohl die Community von den Muslimen, also von Joker Jahil oder von Abu-Sensibilchen oder von den ganzen anderen da, sind alles noch schlimmere Kaliber. Ja, okay, das sind schlimmere Kaliber, aber weil die schlimmere Kaliber sind, heißt das ja nicht, dass du auch ein Schlimmer sein darfst, hä? Nein, ich habe ja gesagt, dass ich schlimm bin. Das ist sogar unlogisch. Du hast doch gerade über meine Community geredet. Nein, ich meine einfach nur dieses, dass du dir einfach, du sagst, du willst Leute irgendwie recht leiten und denen irgendwie deine, auch deine logische Antwort halt zeigen, wie das wirklich hier funktioniert und so. Und ich sage dir, hä, warum stellst du dir nicht eine größere Herausforderung und gehst wirklich zu einem Imam? Sag doch, ich suche doch die größere Herausforderung. Ich hoffe doch, dass jeder Einzelne, der hier reinkommt, ein großes Wissen hat. Aber was ist eine größere Herausforderung? Ein Unwissenden irgendwie zu, wie heißt das, zu argumentieren und gegen ihn zu gewinnen oder gegen einen Wissenden zu gewinnen? Aber ich lese dir das doch nicht von deinem Profilbild ab, ob du ein Wissender bist oder ein Unwissender. Ja, aber deswegen sag ich doch, geh doch zu einem Imam, frag doch da, der ist, das bringt mir das. Das ist doch automatisch schon eine höhere Herausforderung. Wenn du gegen ihn das schaffst, dann ruf ihn doch hierhin. Hä, ich sag doch, du kannst doch selber da hingehen. Du weißt doch ganz genau, dass wenn ich ihn hier herrufe, er wird nicht kommen, Digga, und allgemein dies, das wird niemals zustande kommen. Aber wenn du wirklich mal zu Fuß auch allein da hingehen würdest und nicht als Ausrede nehmen würdest, oh mein Gott, ich werde zusammengeschlagen auf dem Weg oder so. Nein, das hat mit Zusammenschlagen nichts zu tun. Aber ich muss ja nicht irgendwie meinen Identität preisgeben. Und das ist ja, ich weiß ja, wie die islamische Gesellschaft tickt. Dass sie selber nicht an Gott glauben und denken, die müssen selber jetzt irgendwie Gottes Rache nehmen, weil sie selber nicht an Gott glauben. Das stimmt nicht. Du verwechselst gerade radikalen Muslime und sowas wie, du bist nicht so ein, du sagst sogar, dass die Taliban uns auch zu Muslimen sind. Die Leute, die bei der Koranverbrennung da standen und das protestiert haben und dagegen geschrien haben und die das verhindern wollten, wenn die Polizei nicht da war. Findest du die Leute, die sind radikal? Nein, die sind nicht radikal. Ja, aber warum sind die denn da hingegangen? Wie, warum? Weil die an Gott nicht glauben. Die Leute, die den Koran verbrennt haben. Meinst du gerade die Muslime oder allgemein nur Leute? Ja, die Muslime, die das verhindern wollten. Ja, die waren nicht radikal. Die wollten einfach nur ihre Religion beschützen. Die waren nicht radikal, weil sie nicht an Gott glauben. Weißt du warum? Weil, wenn sie an Gott glauben würden, würden die fest daran glauben, dass Allah denen aufhalten wird. Dann würden die nicht sagen, wir müssen das machen. Aber das ist genauso. Im Koran steht auch, dass wenn Leute in dein Land kommen und dich davon vertreiben und dir dein Land wegnehmen sollten, dann sollte man sich dagegen wehren. Man kann ja nicht einfach sagen, ja, okay, wir werden jetzt einfach warten, bis Allah das alles macht. Der Koran ist ja auch ein Buch von einem Menschen. Und dieser Mensch hat aufgefordert, dass Menschen handeln sollen. Dieser Mensch, der den Koran geschrieben hat, der wusste ganz genau, dass Allah nicht handeln wird, weil es keinen Allah gibt. Deswegen fordert der Mensch, der den Koran geschrieben hat, darauf auf, dass Menschen handeln. Es ist immer der Mensch, der aus so etwas aufgefordert wird, weil es Allah nicht gibt. Also wie viele, wenn du mir alles sagen willst, das alles in der Koran, wann wurde der Koran dann geschrieben? Kannst du mir das sagen? Aber verstehst du nicht, was ich gerade sage? Wann wurde denn geschrieben? Wann der Koran geschrieben worden ist? Ja, so circa, du musst mir nicht genau ein Datum so. Weißt du genau, wann der geschrieben worden ist? Ja, warte, ich muss kurz gucken, aber ich kann das kurz gucken. Ich brauche nicht, ich kann das direkt sagen. Also guck mal, du stellst mir eine Frage, die du selber nicht beantworten kannst. Der Koran hat dir geschrieben, zwischen 610 und 623. Hast du dir den Koran schon mal ganz durchgelesen? Also bis zum Ende so? Ich weiß nicht, ob ich den komplett durchgelesen habe, weil ich habe immer wieder was gelesen. Bestimmt habe ich mal was wieder nicht gelesen, aber... Aber allgemein, hast du richtig viel darüber durchgelesen? Entschuldigung, ich habe 623, ich meinte 632, sorry. Also der Koran wurde zwischen 610 und 632 geschrieben. Ist doch gut zu wissen und du hast ihn nicht ganz durchgelesen. Okay, aber was ist deine Frage jetzt bezüglich... Ich will jetzt einfach fragen, du willst mir sagen, ein Mensch konnte das einfach so alles schreiben und diese ganzen Sachen, die da alles rausgeschrieben sind, das ist alles Zufall, dass es am Ende dann doch stimmte. Zufall, das ist alles doch gestimmt, was stimmt denn jetzt? Allgemein dieses, dass es in der Zeit da geschrieben wurde, wo man nicht mal sowas wie... Es hat geschrieben worden, wo die Menschen existiert haben und wenn Menschen existieren, dann kennt man die Menschen. Man weiß, wie der Mensch tickt, man weiß, wie der Mensch funktioniert. Aber allgemein nicht nur jetzt auf die Menschenbeziehung, sondern allgemein wie auch unsere Galaxie und so aussieht, was da alles abgeht. Das steht ja auch im Koran. Natürlich kann ich dir das sogar sagen, hä? Nein, das steht im Koran. Hast du die deutsche Version oder so gekauft? Weil das steht da drin, da steht auch sehr viel über unsere Umwelt, wie die alles so gemacht wurde. Hast du die arabische Version? Hä? Hast du die arabische Version? Ich habe eine übersetzte koranische Version, ja. Aber wo fragst du mich dann, welche Version ich habe? Also stehst du ja nicht besser da als ich? Wenn du sagst, meine Informationen seien falsch, weil ich die Übersetzung gelesen habe... Nein, sag nicht, aber ich sage, wie konntest du den Koran durchlesen, um diese Informationen mitgelesen zu haben? Ja, weißt du warum? Weil du die Informationen, die du jetzt gerade, von denen du gerade redest, die einfach interpretiert hast. Die stehen aber nicht im Koran. Du hast die so interpretiert. Gib es doch zu. Diese Interpretation über das Universum, wo du meinst, dass das Universum so aussieht oder dass es so aussieht, das ist nur eine Interpretation. Das steht nicht Wort für Wort im Koran, so wie du es sehen möchtest. Jeder kann sich die Sätze, die Wörter zurechtinterpretieren, so wie es ihm passt. Naja, das stimmt. Im Koran ist es wirklich nicht so. Aber das ist doch das Schwende. Und du interpretierst dir die Dinge, die du behauptest, interpretierst sie zusammen. Die stehen nicht im Koran. Also würdest du sagen, dass Koran, Bibel, alles drumherum, alles falsch ist? Dass es einfach nur ein ganz normaler Mensch geschrieben hat, der irgendwie... Ich habe nicht gesagt, dass es falsch ist. Ich habe gesagt, dass es von Menschen geschrieben worden ist. Okay, und er hatte irgendwie das Wissen, das alles schon in der Zeit zu schreiben, wo es bis jetzt erst noch erforscht wird. Die meisten Sachen. Er hat nichts geschrieben, was zu der damaligen Zeit kein Mensch wusste. Er hat nichts geschrieben, was zu der damaligen Zeit kein Mensch wissen konnte. Es gab Menschen, die haben das schon gewusst, was er da geschrieben hat. Hä? Aber es werden doch bis heute noch ein paar Sachen aufgedeckt, was im Koran steht. Es gibt sogar heute Experten. Und wenn du mir wirklich sagen willst, dass das nicht stimmt... Guck mal, das ist das, was ich meine. Du interpretierst die heutigen Entdeckungen und die heutigen Entdeckungen lassen dich den Koran entdecken. Weil in Wirklichkeit sind die Entdeckungen, die heute entdeckt werden, stehen nicht im Koran. Dass das im Koran steht angeblich, entdeckst du erst, nachdem es entdeckt worden ist. Weil du den Koran dann in die Richtung interpretierst. Bevor das entdeckt worden ist, hat das niemand in die Richtung interpretiert. Verstehst du? Ja, ich verstehe, was du meinst. Alles, was du heute behauptest, dass das im Koran stand, dass das im Koran stand, sind alles Interpretationen, die gemacht werden, nachdem etwas entdeckt wird. Das heißt, die Entdeckungen, die Entdeckungen interpretieren für dich den Koran quasi. Die Entdeckungen bilden den Koran. Nicht der Koran, dass der Koran irgendwas zur Entdeckung herbeiführt, sondern dass die Entdeckungen den Koran bilden. Ja, okay. Wir könnten noch weiter diskutieren. Es gibt nichts, was an Wissen im Koran stand, dass das jetzt einige Menschen vorher schon wussten, weil es im Koran steht. Oder es gibt nichts, was der Koran geschrieben hat, wo eine Entdeckung passiert ist, dank des Korans. Nichts. Gar nichts. Und wenn ja, und guck mal, und ich finde das auch nicht schlau von euch, dass ihr sagt, im Koran stand das schon vor 1400 Jahren, ich finde das nicht schlau von euch, dass ihr dann mit solchen Argumenten kommt, weißt du warum? Weil damit stellt ihr euch richtig dumm dar. Ihr stellt euch so dumm dar, ich würde das gar nicht machen, dieses selbst dumm darstellen. Weil guck mal, jetzt kann ich kommen und sagen, ey, warte mal, im Koran steht seit 1400 Jahren diese Information und ihr seid so blöd gewesen, das zu erkennen und wir mussten das erstmal herausbekommen mit unserer menschlichen Intelligenz. Ihr seid so blöd, dass ihr das nicht mal entdeckt habt, obwohl es da stand. Ja, aber alleine zu sagen, dass es Gott nicht gibt. Warte, diese Ungläubigen oder diese Wissenschaftler, die können sagen, wir haben das entdeckt mit Eifer, mit Schweiß, mit Forschung und mit Wissen und mit Intelligenz und ihr Blödköpfe, ihr habt das noch nicht mehr entdeckt, obwohl ihr die Tipps dazu bekommen habt. Also ich würde mich an deiner Stelle gar nicht so dahin stellen, dass der Koran... Ja, aber zu sagen einfach, wenn man nicht irgendwas Schwieres fragt und du keine Antwort dafür hast und sagen, ja, das ist unlogisch und so, aber wir können dafür die Antwort anstreben und dann, wenn du die Antwort hast, dann noch zu sagen, ja, es gibt Gott nicht, das ist noch ein Beweis, dass es Gott und Allah nicht gibt, das ist doch auch vollkommen dumm, hä? Das ist richtig. Zu sagen, zu sagen, dass du für alles nicht eine Antwort hast und nicht alles immer logisch sein muss, aber dann, wenn du auf einmal eine Antwort dafür hast und dann auch dafür zu schießen, ja, es gibt Allah und Gott nicht, das ist doch noch dümmer. Du wartest einfach so lange ab, bist du eine Antwort. Wo habe ich denn eine Antwort, dass es Gott gibt? Hä? Nein, hast du ja nicht. Du sagst ja, dass es ja nicht gibt, aber es gibt ja irgendein Wesen, oder? Ein Erscherfer kann das geben, habe ich gesagt. Ich habe nicht gesagt, dass es den Erscherfer gibt. Ich habe gesagt, es kann ein Erscherfer geben. Aber allgemein zu sagen, dieses, dass du nicht für alles eine Antwort hast, zum Beispiel, man könnte dich irgendwas schweres fragen, du könntest ja nicht für alles eine Antwort haben, richtig? Und unsere ganze Erde hat ja auch nicht für alles eine ganze Antwort in unserer Menschheit, richtig? Nee, aber ich sehe das aber so, dass ihr euch diese Antworten ausdenkt. Nur weil man, also Antworten, die wir nicht haben, die wir nicht wissen können, denkt ihr euch Antworten aus. Ja, aber dann zu sagen, wenn du irgendwann mal die Antwort für irgendwas hast, jetzt nicht zum Beispiel dafür, dass es Gott gibt, aber für irgendwas hast, wo dich vielleicht ein Gläubiger oder so mal gefragt hat für die Antwort, und dann, wenn du die Antwort hast, was ihr dann selber herausgefunden habt, zu sagen, ja, guck, das ist noch ein Beweis, dass es Gott oder Allah nicht gibt, das ist doch auch vollkommen falsch. Ey, warte, warte, warte. Weißt du denn, wenn ich sage, dass es ein Beweis, dass es deinen Gott nicht gibt oder diese Geschichten in deinen Religionen falsch sind, weißt du denn, welche Entdeckungen das so sind? Wie meinst du jetzt, was für Entdeckungen das sind? Welche Entdeckungen beweist denn, dass es Gott nicht gibt? Also, das sagt doch keiner. Welche Entdeckung, welche Entdeckung beweist oder welche Entdeckung zeigt so, es gibt keinen Gott? also steht das auf dem Stein oder von welcher Entdeckung redest du, die einem Ungläubigen das sagen lassen? Ja, gibt es ja nicht. Ja, gibt es nicht. Es ist nicht eine Entdeckung, die einem zeigt, okay, siehst du Gott, gibt es nicht. Sondern, es sind viel mehr, mehrere Details, mehrere Informationen, mehrere Funde, die im Endeffekt als Gesamtbild deutlich zeigen, dass es keinen Gott gibt. Deswegen habe ich doch auch von Anfang an schon gesagt, dass Religionssache auch ein Vertrauensding ist. Man kann die ganze Zeit wissen und wissen kriegen, aber wenn Gott die ganze Zeit an das ganze Wissen... Unabhängig von dem Vertrauensding, gibt es auch Aussagen im Koran, die falsch sind. Und jetzt muss man sich natürlich forscht überlegen, entweder ist Gott nicht allwissend oder, und er ist ein Lügner, oder, oder diesen Gott gibt es nicht. Also, zum Beispiel, selber habt den Koran nicht ganz durchgelesen, auch wenn ein Mensch zu mir kommen würde. Ist ein Gott ein Lügner? Nein, wie schon gesagt, was ich sagen will, ist, ich selber habe den Koran noch nicht ganz durchgelesen und wenn ein Mensch zu mir kommt und sagt, das ist ja eine Lüge und so und man sagt, er ist doch nicht allwissen, dann kann ich auch keine Antwort dazu geben. Was soll ich sagen? Ich habe dann den Koran selber noch nicht durchgelesen. Das meine ich damit. Du ziehst die Leute raus aus dem Live, die wirklich noch nicht Wissen haben und dann sagst du, wie ziehst du dich allwissen? Meinst du, ich wusste, dass du nicht wissend bist? Nein, das sage ich ja nicht, aber deswegen sage ich doch, du sollst, du sollst doch zu Dings gehen, zu einer Kirche oder zu einer Moschee und da deine Antwort haben. Ist doch egal, erzähl mir jetzt nicht, was ich zu tun habe, was ich zu lassen habe und nicht zu tun oder nicht zu lassen habe. Das habe ich doch gar nicht gesagt, aber ich meine, du holst einfach eine ganz schwache Schafe hier aus. Lass uns über den Inhalt reden. Wenn du, findest du, Gott ist jemand, den man anbeten sollte, dem man vertrauen könnte, weil du sagst ja, du redest ja von Vertrauen. Findest du, man sollte jemanden vertrauen, der die Menschen betrügt und die Muslime und die Ungläubigen und jeden betrügt? Du findest, dass Gott unfäll ist? Nein. Findest du, man könnte jemanden vertrauen, man könnte einer Geschichte vertrauen, wo ein Muslim und Ungläubiger betrogen wird von Gott? Also erstens, ich weiß gar nicht, wo er uns betrogen hat, zweitens, nein, würde ich nicht sagen. Sag ich dir, kann ich dir erklären, aber würdest du es von einem vertrauen? Nein, wieso? Okay, du würdest einfach nicht vertrauen. Okay, dann gebe ich dir jetzt eine Möglichkeit, dass du den Islam verlassen kannst, weil im Koran steht, dass Allah, das Militär, also die Soldaten und die Kämpfer, die muslimischen Kämpfer, die Gegner, Anzahl der Gegner wenig gezeigt hat, als sie wirklich sind. Das heißt, Gott hat die Muslime betrogen, indem er die Anzahl der Gegner wenig gezeigt hat. Und da stand wo? Warte, sag ich dir gleich. Und er hat das gemacht, damit die Muslime motiviert bleiben, also nicht Angst bekommen oder sich nicht streiten oder nicht abhauen, sondern damit sie in den Krieg gehen. Achso, Allah hat das gemacht. Ja, Allah hat das gemacht, damit die Soldaten, die Muslime in den Krieg gehen und nicht irgendwie Angst bekommen vor dem Krieg. hat er die Anzahl der Soldaten, der Gegner, wenig gezeigt und die Anzahl und die Anzahl der Muslime hat er den Gegnern auch wenig gezeigt, damit die auch motiviert werden und sich nicht vom Krieg zurückziehen. Okay, und wie hat er das denn gesagt? Hat er das in den Ohren gefläschert oder wie? Wie hat er das denn gesagt? Nein, das hat der Mohammed verkündet und Mohammed hat dann gesagt, dass die Botschaft hat er übertragen, indem er gesagt hat, dass Allah ihn in seinem Traum das so gezeigt hat. Okay, und die Information hast du von wo? Dass er genau das gesagt hat und dass genau so viele Amin gehabt haben. Aus dem Koran. Aus dem Koran hast du, dass Allah gesagt hat, dass er gelogen hat. Er hat das auch gesagt. Ja, er hat gesagt, dass er die Menschen, die Gegner wenig gezeigt hat, damit sie sich nicht streiten oder halt nicht ängstlich werden oder halt, damit sie halt nicht in Streiterei verfallen. Haben sie, hat er die Anzahl der Gegner wenig gezeigt und die Anzahl der Muslime hat er den Gegnern auch wenig gezeigt. Und das hat Mohammed geträumt. Also Mohammed hat das als Traumbotschaft bekommen. Okay, also als allererstes, wie schon gesagt, vom Koran her, ich weiß ja nicht viel davon, ich kann davon nicht viel sagen, aber auch das Zweite. Du würdest jetzt sagen, dass das jetzt unfair ist. Du würdest jetzt sagen, dass das unfair ist. Kannst du das nachlesen? Ich sage nur, dass Gott die eigenen Gläubigen betrügt. Okay, aber du sagst jetzt, dass das Betrügen unfair ist, richtig? Du sagst, dass du so einem Gott nicht trauen würdest, oder? Ja, natürlich ist es Betrügen unfair. Allgemein logisch. Außerdem, die Frage war ja, ob du so einem, ob du einem vertrauen kannst, der dich betrügt. Ja, okay, aber du meintest ja, wenn er mich betrügt. Aber du hast ja von Vertrauen geredet. Aber, Digga, das Ding ist, du verwechselst gerade zwei Sachen. Das Ding ist, du musst dir auch denken, dass Gott alleine dich schon hier auf die Welt gebracht hat. Also zu sagen, ich könnte auch sagen, oh mein Gott, Gott hat mich in so eine Gesellschaft reingeboren. Willst du die Suche lesen? Soll ich dir die Suche nehmen? Warte, das hat doch gar nichts damit zu tun. Ich erkläre dir doch gerade was anderes. Ich sage dir doch gerade einfach nur, dass du mir sagst, ja Gott ist so und so und so und so und das ist voll unfair und du willst so einem Typen vertrauen und ich sage dir, hä, du weißt, du stellst gerade deine menschliche Perspektive einfach zu Gott dar. Aber das stimmt gar nicht. Gott hat dich hierher geboren. Aber warte mal, wie willst du dich gar nicht machen? Mit göttlicher Perspektive, oder was? Aber du kannst doch doch nur aus menschlicher Perspektive vertrauen. Ich sage doch, dass du nicht genauso, zum Beispiel Gott ist nicht wie ein normaler Mensch. Du kannst nicht einfach sagen, ja, weil mich jetzt Florian betrogen hat, glaube ich nicht und weil jetzt Gott mich betrogen hat, glaube ich ihm nicht. Kannst du nicht sagen, weil Gott ist ganz anders als Menschen. Aber warum kannst du nicht schon auf menschliche Basis? Aber guck mal, er hat dich erfunden, er hat dir dein ganzes Leben gegeben und dann zu sagen, ja, weil du mich so und so gemacht hast, hast du dir recht dazu. Okay, danke, dass du da warst. Ich habe dich verstanden. Also du willst nicht, du suchst immer nur ausreden, von Anfang bis jetzt nur noch ausreden. Aber selber zu sagen, dass etwas nicht logisch ist und dann einfach keine Antwort dazu zu haben, ist logischer. Okay, danke schön. Schönen Tag noch, ciao. Krass. Ja, weil was macht das für Sinn, Alter? Von Anfang bis Ende nur ausreden. Hallo. Hi. Hallo. Schmissen? Ich höre dich, ja, bitteschön. Kann ich dich fragen, was hier dein Content ist? Ich bin hier neu reingekommen. Ja, mein Gott, der aber im Winter reinkommt, wenn du nicht weiterbruchst. Ja, ich will von dir wissen. Hä? Wie hä? Wo hast du denn von mir wissen? Was der Content ist? Ja, mein Content ist Unglaube, so. Dass es keinen Gott gibt. Dass es keinen Gott gibt? Ja. Hast du Beweise dafür? Ja. Können wir ein paar erklärt oder sagen? Der Beweis ist, dass es den rosa fliegenden Elefanten schon gibt. Das ist was? Dass es den rosa fliegenden Elefanten schon gibt. Aha, okay. Ja. Das sind die Kinder. Weil der rosa fliegende Elefant, der ist der einzige Gott und deswegen gibt es halt auf jeden Fall dein Gott nicht. Kannst du mir beweisen, dass es den rosa fliegenden Elefanten nicht gibt? Ja, weil der rosa fliegende Elefant hat sich der rosa fliegende. Ja, das ist der rosa fliegende Elefanten. Hallo. Ich habe noch nie was davon gehört. Ja, okay. Doch, jetzt hast du gehört. Hallo. Er schallt bei dir sehr stark, ja? Ich ist sehr, sehr echo-mäßig bei dir. Uff. Gibt es denn keinen Allwissenden? Äh, das schallt sehr stark. Irgendwo bei dir hat es sehr, sehr stark geschallt. Ja. 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 Leute, bitte macht euch Namen rein. Wenn ihr ohne Namen hier reinkommt, dann könnt ihr halt leider gestummt werden. Und deswegen tragt bitte Namen ein. Ich will nicht, dass ihr irgendwelche Emojis als Namen habt oder irgendwelche unlesbaren Buchstaben. Bitte Namen eintragen. Und Leute, liken nicht vergessen. Nicht vernachlässigen. Liken, liken ist sehr wichtig. Hörst du mich? Ja. Du hörst mich jetzt, oder? Ich höre dich, ja. Ja, äh, tut mir leid. Ich weiß, warum du gerade nichts gehört hast von mir. Äh, ich will dich auch nicht beleidigen. Ich will dir noch was sagen, wie wir es gelernt haben. Okay, danke, dass, danke schon mal, dass mich beleidigen willst. Ich bin... Na, also, ähm, bei uns wurde das damals so beigebracht. Aber, 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 aber keine Ahnung, ich will dich auch nicht beleidigen. Na, alles gut. Da steht ja, Gott hat mich erschaffen, damit ich böse bin. Bin ich jetzt der Böse oder Gott? Bei uns Muslimen wurde das so beigebracht. Ich weiß nicht, wie ich das genau erklären soll, weil ich bin türkisch, bei mir wurde es auf türkisch beigebracht. Gott hat den Teufel zu uns geschickt. Er hat gesagt, bis zum jüngsten Tag hast du Zeit, all deine Menschen in die Irre zu führen und zu dich zu locken. Weil Gott, wir sind ja auf die Welt gekommen, um getestet zu werden, ob wir bereit für die Hölle oder für das Paradies sind. Sonst wäre das Leben ja geschenkt in der Religion. Deswegen hat Gott den Teufel uns geschickt, um zu testen, ob wir uns von ihm in die Irre geleitet, in die Irre leiten lassen, oder ob wir die Manipulation von dem Teufel überstehen und mit Allah ins Paradies kommen. Weißt du, was ich meine? Also in dem Bild geht es ja nicht um die Menschen, es geht um den Teufel selber. Also da steht ja, Gott hat mich erschaffen, damit ich böse bin. Bin ich jetzt der Böse oder Gott? Gott ist in dem Fall nicht böse, weil der Teufel war ja auch mal ein Engel. Und die Strafe des Teufels war, die ganzen Engel haben Niederwerfung vor Adam gemacht. Aber der Teufel Iblis hat gesagt, nein, wieso sollte ich mich niederwerfen vor einem Stück Ton, der sich nicht immer selber beschützen kann. Und Gott fand das nicht okay und hat den dann in die Hölle verbannt und hat den zum Teufel gemacht. Aber bist du Muslim oder bist du Christ? Ich bin Muslim, Alhamdulillah. Aber aus islamischer Perspektive war der Teufel doch kein Engel? Iblis, ich habe mich vertan, Iblis war ein Dschinn, also er wurde aus Feuer erschaffen. Genau, ich habe mich versprochen. Und Iblis war ein Dschinn, der wurde aus Feuer erschaffen. Und die Engel haben die genauso wie die Dschins einen freien Willen? Na, in der Zeit, wo es noch keine Menschen gab, waren die Dschins frei auf der Erde. Die konnten machen, was sie wollen. Ja, nochmal meine Frage. Da spielt nämlich keine Rolle, was gerade gesagt hast du. Die Engel und die Dschins, haben die einen freien Willen gehabt? Wie meinst du das? Wie einen freien Willen? Die Dschins machen, was sie wollen, aber die Engel sind da, um Allah... Genau, das heißt, die Engel haben keinen freien Willen, die Dschins haben freien Willen. Ich bin nicht transsexuell, das ist ein Akkord von einem Mädchen. Ich habe doch gar nicht gesagt. Nein, nein, einer hat es im Chat gestehen. Ja, komm, lass mal den Chat jetzt zu reden mit mir. Ja, was hast du gefragt? Die Dschins, ach, guck mal, ich kicke dich hier runter, man, du kannst ja mit dem Chat gleich weiterreden. Alles gut. Die Engel? Die Engel sind ja, die Engel haben ja keinen freien Willen, die haben ja, aber der Iblis hat ja einen freien Willen gehabt. Iblis hat auch die Hochmut gehabt und Neid und Eifersucht. Ja, Iblis war ja am Anfang, er ist ja ein Dschinn gewesen, er war ja kein Engel, aber er hat trotzdem zu Allah seine Niederwerfung getan, abgesehen von den anderen Dschins. Aber hat er nicht das Böse in sich gehabt, hat er nicht Eifersucht in sich gehabt, hat er nicht Hochmut in sich gehabt? Ja, der hatte Hochmut in sich. Genau, aber diese Hochmut ist ja bei den Engeln nicht gewesen. Ja, weil die Engel sind was anderes und die Dschins waren was anderes. Allah möchte von den Engeln, dass die Engel sich verbeugen. Und als einziger verbeugt sich Iblis nicht. Zufällig der, der den Hochmut hat. Wer hat denn entschieden, dass die Engel keinen Hochmut bekommen, aber Iblis Hochmut bekommt? Allah-u-Alam, das ist Allahs Sache. Dazu kann ich nichts sagen. Genau, das hat Allah entschieden. Allah ist auch allmächtig. Er könnte jetzt machen, dass die ganze Welt untergeht, wenn er will. Genau, ihr könnt alles machen. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass Allah Hochmut erschaffen hat, Neid erschaffen hat, Mut erschaffen hat und er hat diese Eigenschaften auch in Iblis rein platziert. Jetzt sagt mir, jetzt sagt mir, warum das jetzt als so krass böse bewertet wird vom Teufel, wenn doch Allah dem Teufel diese Eigenschaften gegeben hat. Mein Bruder, das ist so, der Iblis war ja ein Djinn und Allah hat denen jetzt keine bestimmte Emotion gegeben, wie sie handeln sollen. Iblis war einfach von sich aus selber hochmütig, weil er sich nicht von einem Stück Dreck, also in dem Moment war es halt einfach nur Ton, von ihm niederwerfen zu lassen, weil er ist nicht allmächtig. Aber er hätte es ja nicht getan, wenn er von Gott keine Hochmut bekommen hätte und keine Eifersucht und keinen Neid und all das. Du musst was verstehen, mein Bruder. Ohne Sünden gibt es auch keine guten Taten. Ein Mensch macht Sünden und bereut sie. Deswegen wäre die Welt so perfekt, dass jeder keine Hochmut hat. Okay, warte, warte. Die Engel machen ja keine Sünde. Die Engel, die Engel... Aber da machen die auch keine guten Taten. Die Engel sind da, um Allah zu gehorchen. Okay, machen die gute Taten oder machen die keine guten Taten? Wie willst du das sagen? Die sind ja nicht wie wir auf der Erde und machen Sina oder Sonstiges. Die sind da einfach, um Allah zu gehorchen. Aber sind ihre Taten gut oder sind ihre Taten nicht gut? In dem Fall sind sie gut, weil sie Allah gehorchen und... Ohne, dass es Böses gibt bei denen? Nein, gibt es nicht. Ja, siehst du, also kann man doch gut sein, ohne böse zu sein. Warte, was? Hätte Gott nicht Iblis auch einfach nur gut machen können, ohne dass er ihn böse macht? Iblis war ja aber kein Engel. Er war ein... Allah hat doch die Kontrolle darüber oder hat Allah keine Kontrolle über die Jeans? Es war seine Prüfung, mein Bruder. Jeder hat doch seine Prüfung. Sagen wir, es war seine Prüfung. Es ist doch auch meine Prüfung, dass ich hier bin und wie ich bin. Ich kämpfe doch auch tagtäglich darum, mich nicht von einem Iblis manipulieren zu lassen und bestimmte Sünden zu tun, die nicht gut sind für mein zukünftiges Nächstes Leben. Das war seine Prüfung. Okay, das heißt, und für was war das die Prüfung? Wie meinst du das? Für was war das die Prüfung? Die Prüfung, mit Ahirat reinzukommen, ins Paradies. Ja, und das heißt, Paradies und Hölle hatte Gott schon erschaffen damals? Wenn ich mich richtig daran erinnere, Bruder, da fragst du mich gerade falsch, weil ich kann mich erinnern, dass Allah die Erde, also er hat, glaube ich, erst mal die Bücher gemacht, dann die Erde in sechs Tagen. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge Paradies und Hölle gemacht wurde, aber du weißt ja, was ich meine. Auf jeden Fall. Okay, egal, unwichtig. Komm, lassen wir es. Also, pass auf, guck mal, das, worauf ich nachfälle ist, Allah hat, hat ja das, hat ja Neid erschaffen, hat ja, hat ja Eilversucht erschaffen, hat ja Hochmütigkeit erschaffen. Es reicht ja nicht aus, wenn man sagt, ja, aber er war doch ein Dschinn. Also, hat er das alles. Ja, aber trotzdem hat doch Allah diese Dschinn, die Dschinn zu erschaffen. Guck mal, mein Bruder. Er hat ja die Dschinn zu erschaffen. So, er hat ja, und, und, wo, wo, wo Iblis sogar halt gebannt wurde, wo Allah ihm das gesagt hat, dass er, dass er gebannt ist, hat Iblis sogar gemerkt, dass er, er fühlt sich ja auch, also ich denke mal, ich interpretiere das so, dass Iblis sich auch selbst sogar von Gott hinter Gang gefühlt hat. weil er so halt Hintergang gefühlt hat und nicht beschützt gefühlt hat. Wie die anderen Engel zum Beispiel. Weil die anderen Engel konnten ja einfach dienen und dienen und alles gut und die machen keine Fehler. Aber Iblis hat sich hinter Gang gefühlt und hat nämlich gesagt, und das steht auch im Koran, dafür, dass du mich hast in die Irre gehen lassen. Das heißt, Iblis hat schon sehr wohl gemerkt, dass er in die Irre gegangen ist. Er hat das gemerkt. Aber er hat auch gemerkt, dass Gott ihn nicht davor bewahrt hat, in die Irre zu gehen. Und darüber war er vielleicht enttäuscht oder sauer oder vielleicht hat er sich hinter Gang gefühlt und hat gesagt, dafür, dass du mich hast Irre gehen lassen, in Klammern, also nicht so wie die anderen Engel, halt sauber stehen lassen hast, dafür werde ich die Menschen in die Irre führen. Ja. Das heißt, Iblis versucht die Menschen in die Irre zu führen, als Racheakt, dafür, dass er sich betrogen vorkommt oder dass er sich halt nicht geschützt vorkam. Genau, warte, darf ich kurz was sagen, Bruder? Du meinst ja gerade nicht mit dem Chat. Der eine nennt mich ganze Transe. Das ist nicht mein Account, das ist ein Account für ein Mädchen. Ich wollte mit dem Bruder reden, deswegen habe ich gefragt, ob ich den Account kurz kriegen kann. Also ich bin ein Junge. So, Bruder, zu deiner Frage oder deiner Aussage. Guck mal, ich habe das gerade falsch interpretiert. Selbst die Djinns sind wie wir Menschen, die haben auch ein Leben, wo die eine Prüfung haben. Selbst die haben eine Prüfung. Die Djinns auf der Erde, die leben genauso wie wir. Die haben auch eine Prüfung. Und das mit Iblis, du hast da recht, er hat sich hinter Gang gefühlt, weil Allah, er hat sich nicht niedergeworfen und er meinte, er meinte halt, wieso sollte ich mich zum Dingens niederwerfen, der aus Turmbedingungsbums da halt gemacht wurde. Und deswegen, er hat zu Allah gesagt, weil er sich so bedrohend gefühlt hat, ich werde deine Menschen zu irre führen und die werden mir alle folgen. Aber das hat nichts mit dem Thema zu tun, dass Gott jetzt böse ist, weil er Iblis so gemacht hat, wie er ist. Iblis war ein Djin, er hatte seine eigene Prüfung, aber Iblis war einer, der trotzdem Gott hinaufgesehen hat und niedergelegt hat. Oder, guck mal, nein, wenn wir Iblis Handlung als böse betiteln, aber den, der diese böse Handlung ermöglicht, den aber nicht böse betiteln, weil das ja nur eine Prüfung, eine Absicht der Prüfung von ihm ist, dann ist Iblis auch nicht böse, sondern nur ein Prüfling. Dann dürfen wir ihn auch nicht böse nennen. Oder, guck mal, ich weiß ganz genau, was du meinst. Wenn wir Gottes Entscheidung jetzt als Prüfung darstellen, das zu machen, und denjenigen, der aber diese Eigenschaften ausführt, die Gott ja als Prüfung hingestellt hat, dann dürfen wir ihn auch nicht böse bezeichnen, sondern als Prüfling darstellen, mehr nicht. Oder, guck, wie soll ich dir das erklären? Eigentlich musst du ein Gelehrter dir das erklären, weil ich bin noch ein Praktizierender. Nein, du willst einfach nur diese Unlogik, was hier besteht, willst du einfach nur nicht wahrhaben. Nein, mein Bruder, guck, das mit dem Teufel, für uns, Muslim ist ja der Teufel böse, weil er uns in die Irre leiten will. Stimmt? Stimmt. Aber, das Ding ist, wenn man jetzt rein logisch denkt, ist es ja die Aufgabe des Teufels, uns Menschen in die Irre zu führen. Es gibt ja Menschen, die auch den Teufel als normal anerkennen können, weil er ja nur seine Aufgabe macht, aber für uns Muslime ist das halt ein schlimmer, weil er uns ja in die Irre führt und uns in Jahannam schicken will, mit ihnen nehmen will und nicht ins Paradies. Deswegen ist er böse. Das ist ja seine Aufgabe, böse zu sein, um uns in die Irre zu führen. Weißt du, was ich meine? Ja. Das ist das Ding. Haben wir meine Beine gesehen? Mhm. Ich verbringe. Also guck mal, pass auf, es gibt halt, oh, scheiße, das ist ja, okay, also pass auf, das hört sich für mich aber so an, als ob das alles ein Theater ist von Gott, der das alles nur quasi selber alles geplant hat. Auch das Iblis böse wird, war geplant. Während er das Böse erschaffen hat, während er, guck mal, pass auf, während er Iblis halt, oder die Jins, die Hochmode und Einversuchung, all das gegeben hat, hatte er doch in Wirklichkeit geplant, auch Iblis auf die Erde fallen zu lassen oder zu verbannen. Schon damals, schon damals, wo er Iblis zum Anführer der Engel gemacht hat. Weil Allah hat ja Iblis zum Anführer der Engel gemacht und dann hat er Iblis mit den Engeln im Rücken auch gegen die Jins auf der Erde kämpfen lassen. Wie bitte? Hast du nicht zugehört? Doch, doch, ich war kurz weg, weil so eine Jamur meinte, ich fürchte nicht Allah, ich habe Vertrauen in Allah, das ist komplett falsch, was du da sagst. Erzähl weiter, Bruder, ich höre dir zu. Wo hast du dann aufgehört zu hören? Du meintest, Iblis war der Anhänger, also der größte von den Engeln, also die haben Allah in Iblis auch gesehen. Der Anführer dieses Heeres, also Allah hatte ja quasi so diese Soldaten, die gegen die Jins kämpfen sollten und Iblis war ja der Anführer dieses Heeres. Und Iblis hat ja mit den Engeln zusammen, an der Führung, hat er ja die Jins besiegt auf der Erde. Und ich denke, mir kommt das so vor, wenn ich jetzt dieses Konzept, dieses religiöse Konzept so ein bisschen unter die Lupe nehme, merke ich nur eine Sache, dass Allah all das gemacht hat, als Plan. Das war sein Plan. Weil dadurch, dass Iblis und so einigen Gelehrten nach, hieß er ja Azazil, bevor er Iblis wurde, als er noch Azazil war, also dieser eine schöne und glorreiche Jinn, damals hat er ja halt gegen die Jins gekämpft. Er hat ja die Jins besiegt, die Jins auf der Erde. Er hat diese Dings ja besiegt, diese Jins. Und das hat ihn hochmütig gemacht. Er hat ja auch dann sogar so was gesagt wie, ich habe das geschafft, was keiner vor mir geschafft hat. Ja, er hat ja. So, und das heißt, theoretisch musste gar nicht ein Jinn mit den Engeln gegen die Jins kämpfen. Wenn Allah wollte, hätte er die Engel, die Jins auch sowieso besiegt. Ja, guck mal, aber er hat extra einen Jinn an die Macht geführt, also an die Macht gebracht, an die Führung gebracht, der auch Hochmut hat, der auch Eifersucht und all das hat. Hat ihn einen Sieg leben lassen, hat ihn halt dieses Sieg genießen lassen und dann mit dieser Hochmut, die er dann halt dort quasi noch mehr aufgebaut hat, hat er verlangt, also erstmal baut er ihn richtig auf, er baut ihn richtig, macht ihn stolz so, weil er hat ja Hochmut, Gott hat ihm die Hochmut gegeben. Er hat Hochmut, mit dieser Hochmut hat er ihn einen Sieg geschenkt, Allah hat ihm diesen Sieg gegeben und mit dieser Hochmut hat Allah da plötzlich verlangt, dass er sich jetzt vor Erde verbeugen soll. Ja, vor Allah, mal ist er noch. Genau. Und er hat sich getan. Guck, Bruder, und das hat er nicht getan, aber das hört sich für mich an wie ein großer Plan. Das hört sich für mich 100% so an, weil guck mal, erstens, Allah braucht keine Soldaten, braucht keine Engel und keinen Jins, die gegen Jins kämpfen. Allah könnte auch diese Jins auf der Erde von alleine schon besiegen, so einfach wegmachen, könnte er. Oder Erdbeben oder irgendwie Donner oder irgendwelche Vulkanausbrüche und was auch immer. Sintflut. Irgendwie hätte er das machen können. Ist ja egal, Gott hätte das auf jede Weise machen können. Nein, stattdessen nimmt er einen Jinn, packt ihn an die Spitze und dann lässt er ihn glorreich aus dieser Schlacht rausgehen. Und mit diesem glorreichen Stolz will er ihn vor einem Erdling verbeugen, vor einem Erdmännchen, vor einem Erdmännchen, also Erde. Ja, aus Ton, genau. So, ja, so eine Tonfigur. Und dann weigert er sich, weil er eben die Hochmut hat. Das heißt, Gott hat das alles konzipiert, damit er sich weigert im Endeffekt und damit er ihn wegschmeißen kann, auf die Erde schmeißen kann, damit er wieder mit seiner Hochmut quasi die Menschen prüft, also als Teil der Prüfung quasi, für die Menschen dort hantiert. Gott hat im Endeffekt Iblis aufgebaut, kreiert, damit er ein Teil der Prüfung für die Menschen wird. Das war der große Plan dahinter. Woher, guck mal, mein Bruder, Iblis war ja ein freier Wille und er hat ja diese Hochmut bekommen, dies und das durch sich selber. Eigentlich hat er die größte Sünde gemacht, die allererste größte Sünde, er hat Kufar begangen. Er hat sich Allah wiedergesetzt. Woher wissen wir, Muslime oder Menschen, auch was auch immer, woher sollen wir denn wissen, wie es genau ablief? Wir sagen einfach nur, wie es war, weil, was du sagst, es ist so eine Theorie mäßig, dass Allah, Allah hat alles geplant. Er weiß, wer von uns in die Hölle oder ins Paradies kommt. Er weiß es. Aber das mit Iblis, Allah-u-Alam, wissen wir nicht, ob das mit ihm geplant war, weil er war von den tausend, sagen wir Millionen Djinns, auch einfach irgendein Djinn, der nur auf Allah abgesehen hat, weil er etwas Höheres gesehen hat. Aber er hatte einfach nur Hochmut. Das war seine eigene Eigenschaft. Das war nicht was Allah. Du siehst, warum siehst du das so kleinlich? Warum denkst du, alles ist so kleinlich passiert und das ist passiert und deswegen ist das passiert? Ich versuche das zu kurz zu fassen. Ich versuche es nur kurz zu fassen. Ein allmächtiger Allah, aber es ist doch offensichtlich, dass er alles geplant hat. Das ist doch ein großer Plan gewesen. Warum stellst du das so dar, als ob das so ein kleines Ereignis war, das so etwas Großes ausgeführt hat? Weil jetzt stell dir vor, jetzt stell dir vor, dieses Ereignis mit Iblis wäre nicht passiert. Allah-u-Alam. Iblis hätte sich verbeugt, sagen wir mal. Und jetzt kommen die Menschen und müssen ja die Prüfung absolvieren auf der Erde. Meinst du, die Prüfung wäre jetzt eine Prüfung für uns? Die Prüfung, ob es eine Prüfung für uns wäre? Lass uns überlegen. Wenn Iblis nicht kommt und uns jetzt irgendwie einflüstert, dass wir jetzt nicht an Gott glauben sollen, wenn Iblis uns einflüstert, dass wir jetzt Jesus als Gott glauben sollen, wenn Iblis uns einflüstert, dass wir jetzt irgendwelchen Triebel nachgehen sollen, wenn wir nicht diese Fehlleitung hätten von Iblis, die wir bekommen, diese Flüsterungen. Meinst du, die Prüfung wäre jetzt diese Prüfung, die wir bekommen? Bruder Kumar, du musst dir auch vorstellen, zum Beispiel unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat ja auch immer Schritt bei Schritt immer Koranverse oder Sachen überliefert, was wir dürfen, was wir nicht dürfen. Sagen wir mal, es wird auch ohne Iblis klappen. Ohne diese schlechten Einflüsse. Die Menschen würden doch trotzdem Sünden begehen oder nicht? Ich frage dich das jetzt. Würden die Menschen trotzdem Sünden begehen oder nicht, wenn Iblis nicht da wäre? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, ob die Einflüsterung von Iblis, ohne die Einflüsterung von Iblis, wir fehlgeleitet wären. Das ist halt die Frage. Guck, Bruder, wir wissen nicht, wie es wäre, wenn zum Beispiel Iblis sich da wäre. Vielleicht war es die Prüfung von Allah für Iblis. Vielleicht ist das auch einfach gerade komplett Kacke, was wir beide erzählen und es war nicht so. Wir wissen es nicht. Kuck mal, wenn wir in die Hölle kommen. Ja. Jeder muss immer wieder einmal in die Hölle kommen. Dann wusste doch Allah vorher, dann wusste doch Allah vorher, dass wir in die Hölle kommen. Ja, darauf kann ich sogar antworten. Ja, wusste er. Er wusste, ob wir ins Paradies oder in die Hölle kommen. Aber wir müssen, aber wir leben ja trotzdem das Leben durch, damit wir später nicht sagen können, ne, ich wäre ein guter Mensch gewesen. Ja, und zum Beispiel jetzt, wenn du sagen willst, wenn du sagen willst, wenn du keine Ausreden haben. So, Bruder, schnell vor, du stirbst jetzt Hammam und du hast nichts in der Leben erreicht und kommst plötzlich in die Hölle. Dann fragst du dich doch selber, ich habe doch gar nichts Schlimmes gemacht, wieso bin ich in der Hölle? Weißt du, was ich meine? Ja. Ja, damit wir die Ausrede nicht haben. Damit wir nicht die Ausrede haben, dass wir nichts Schlimmes gemacht haben. Genau. Und deswegen leben wir das Leben durch. Und was hindert dich daran, wenn Gott sowieso jemanden, das Leben durchleben lässt, damit er später keine Ausreden hat? Was hindert dich daran, dass das Erlebnis von Iblis nicht genauso abgelaufen ist? Dass Allah das einfach hat laufen lassen, passieren lassen, damit Iblis später keine Ausreden hat? Bruder, zu dieser Frage kenne ich nicht eine richtige Antwort, weil in der Zeit gab es ja noch nicht diese ganzen Sachen. Aber du hast auch gesagt, das war seine Prüfung. Ja, nein, ich meine damit, in der Zeit gab es ja nicht genau diese Muslimen, was sie verboten und dingens durften. Aber ich denke halt daran, dass Allah auch für Iblis und all seine Jins und die Engel eine bestimmte Sache hatte, so eine Prüfung hatte, ob die vernünftig oder richtig sind. Und Iblis hatte schon diese Hochmut und hat den Fehler begangen. Ja, aber guck mal, das ist doch ganz offensichtlich, dass Allah extra den Iblis genommen hat und an die Spitze gesetzt hat und ihn hochmütig hat werden lassen. Weil guck mal, Allah hätte ja auch die Jins bekämpfen können ohne Iblis. Er hätte ja auch nur mit den Engeln. Er hätte auch die Engel schicken können und die Engel kämpfen gegen die Jins. Ja, Bruder, wir wiederholen uns gerade. Ja, du hast da recht. Dann hätten die Engel ja auch die Jins besiegt. Aber nein, stattdessen hat Allah einen Jinn an die Spitze gesetzt, ein Wesen, wo er doch weiß, dass der Hochmut hat. Warum hat er ein Wesen an die Spitze gesetzt und gewinnen lassen, der Hochmut hat? Er hätte auch diesen Kampf gewinnen können ohne ein hochmütiges Wesen. Um ihn zu testen. Um ihn zu testen, ob er mit der Hochmut beziehungsweise mit dem Sieg klarkommt und weißt, was ich meine, ob er jetzt nicht gewusst wird oder nicht. Ein weiterer Punkt, um ihn zu testen. Komisch. Warum testest er Iblis? Was für ein spezieller Test nur für Iblis. Toll. Dieser Test kann ja nur dazu dienen, dass er im Endeffekt ein Teil der Prüfung für die Menschen wird. Aber guck mal, wo ist das hingelaufen? Im Endeffekt ist er halt zu einem Prüfungsgegenstand geworden, was die Menschen mit prüft. Und wenn er jetzt zum Beispiel einer ganz normalen Prüfung ausgesetzt wäre, dann wären doch mehr Prüflinge da. Dann wäre er nicht der einzige Prüfling. Warum gerade er? Warum wird er geprüft? Ein einziger. Toll. Kann doch nur eine Absicht gehabt haben. Allah-u-Alem. Die Absicht war doch eben das, wie es gekommen ist. Das war auch die einzige Absicht. Guck mal. Und ein weiterer Punkt ist, ein weiterer Punkt ist, wo man könnte das auch ein bisschen uminterpretieren. Theoretisch könnte man diese Texte ein bisschen uminterpretieren. Nämlich der Moment, wo Allah gesagt hat, dass sie sich verbeugen sollen. Da hat sich ja Iblis nicht verbeugt. Ja. Aber wenn du jetzt beachtest, was Allah gesagt hat, dann wirst du auch verstehen, vielleicht, warum der Iblis sich eventuell nicht verbeugt hat. Weil Allah gesagt hat, weil Allah gesagt hat, die Engel soll sie verbeugen. Warte, nein, guck mal. Warte, warte, nein, da ist was falsch. Ich habe es jahrelang so beigebracht bekommen, ich war in sehr vielen Moscheen, egal was für eine Gerechtstule, die haben immer dasselbe gesagt. Allah hat gesagt, verbeuge dich vor meine, wie hieß das? Ich habe einen Sprachfiliab, deswegen kann ich ein paar Wörter nicht aussprechen. Kein Problem. Wie nennt man sich, wenn man das niederwerft, wenn man sich niederwerft, ergeben, ergeben, genau ergeben. Also werft dich einfach nieder, er hat gesagt, wirft euch nieder, und er hatte Hochmut und hat gesagt, er hatte Hochmut und hat gesagt, ich werfe mich nicht nieder zu etwas, was aus Ton geschaffen wird, ich bin noch viel Besseres als er. Ich bin noch viel Besseres als er. Warte, 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 warte. Also, dieses Wort Hochmut hast du dir jetzt dazu gedichtet, weil da steht ja im Koran nicht, da steht ja nicht, ich habe Hochmut. Nein, nein, so meinte ich das nicht, Bruder. Ich meine einfach nur. Eine Sache hast du aber weggelassen. Nämlich am Anfang, bevor er gesagt hat, verbeugt euch, sagt Allah, oh ihr Engel, liest doch mal den Koran, liest die Stelle und zeigt mir, wo da steht, oh ihr Engel und ihr Jins oder oh ihr Engel und Iblis oder kann jemand den Koran-Fers bitte in den Chat schreiben, damit ich das nach im Stream gucken kann? Warte, ich zeige dir, ich such den schon raus. Ey, Amur, ich wollte nur kurz was sagen, wie du deinen Islam lebst, Allah will mich nicht einmischen, aber es ist Katastrophal. Bitte geh zu einer Mosche oder so. Und Allah, was du da gerade die ganze Zeit erzählt, ist geist krank. Ich versuch's zu ignorieren, aber das ist schon schlimm. Dass du sagst, dass du keine Angst vor Allah hast, sondern nur Respekt oder Vertrauen zu ihm, ist geist krank. Du solltest nur Angst vor Allah haben, weil er ist allmächtig. Ex-Muslimer, du brauchst dich mit solchen Menschen zu diskutieren, allgemein, hört auf zu diskutieren, ist unnötig. ich sage dir, ey, logik, liebe, entsperre mich mal bitte im Chat. wir machen nicht alles aus Angst wir leben die Religion damit wir ins Paradies kommen wir dienen Allah wir machen das nicht weil wir Angst aus Allah haben wir haben Angst vor Allah weil er ist allmächtig wir sollten Angst vor ihm haben aber wir tun es nicht alles was wir hier tun tun wir nicht nur weil wir Angst vor ihm haben ja du interpretierst das aber falsch also dann achte lieber auf deine Wortwahl bevor du Menschen in die Irre führst also guck mal Sura 7 Vers 11 Zeig mal Bruder du hast keinen Plan von der Welt Sura warte Bruder warte warte ich komme erzähl weiter Bruder ich bin wieder da hast du irgendwie Lötab oder so? äh nein Bruder leider nicht du musst rausgehen und wieder reinkommen weil deine Stimme nicht exploit ich bin wieder tabern tabern ich habe etwas more geben bitte danke ich will das auf dein Pub schmeieren ah ok Leute nicht nee ernst äh zack zack so ich habe jetzt hier ein IPAd oder können wir doch schnell machen meine mutter hat gegrillt deswegen wo wohnt ihr ich komme ich wohne in rw wo denn richtung also in der nähe von dorn und bochum so nebenkreis dorn und bochum gesenkirchen so die ecke ja so also ich lese es mal vor ja dann muss ich gucken wie lange das dauert dann komme ich da bisschen grillen ist schon nice alter habt ihr garten oder was ja hamdallah wir warten drei zimmer wohnung hat zeit gehabt aber mittlerweile haben wir ein haus so warte jetzt vers sieben so also es gibt ein detail dass ich sehr interessant finde eine ansichtweise wie man das noch sehen könnte und zwar wenn ich also ich zum 1 zu aller erst wie gesagt hier das ist dass es hier steht und wir haben euch wir haben euch hier erschaffen hallo ich komme später wieder rein wir muss jetzt los okay alles klar okay so so machen wir den nächsten der nächste ist nicht ansprechbar gut dann kommen wir mal hier chapeau versuch was mit chapeau chapeau auch nicht ja leute wenn ihr schon anfragen schickt und die seit nicht geduldig alter dann so seid ihr nicht die einzigen die leben so also es kann ja trotzdem erklären was ich meinte und zwar es gibt halt diese es ist ja oplasch oh mein gott das ist ja ja mensch okay habe ich so an der hand ist besser also also ich suche der vers besagt ist heißt ja ich zitiere mal rezitiere mal und wir haben euch ja erschaffen hierauf haben wir euch gestaltet hierauf haben wir zu den engeln gesagt werft euch vor adam nieder guck mal habt ihr raus gehört da steht ganz eindeutig hierauf haben wir zu den engeln gesagt werft euch vor adam nieder so und jetzt kommt ein weiterer aspekt also ich erkläre gleich was ich meine und hierauf pass auf es geht weiter er also allah sagte das ist auch komisch das ist auch mal so ein fall wo ich immer so ein bisschen skeptisch werde weil mal spricht allah von wir und mal spricht er von der dritten person weil hier schreibt allah gerade von der dritten person also er redet für über sich aber er sagt er er sagte das hört sich so an als ob sich mohammed verschrieben hätte als ob mohammed jetzt gott meint und aus versehen geschrieben hat er weil er über gott schreibt weißt du was meine also gott würde ja nicht von sich schreiben er das ist ja das ist ja auch immer so ein thema das würde ich auch noch aufräumen übern also sagt er sagte also allah was hat dich davon abgehalten dich niederzuwerfen als ich dir befahl er sagte ich bin besser als er du hast mich aus feuer erschaffen ihn aber hast du aus leben erschaffen er also allah sagte so geh fort von ihm es steht dir nicht zu darin hochmütig zu sein so geh hinaus gewiss du gehörst du den gering geachteten guck mal warum habe ich das vorgelesen weil hier steht allah hat die engel angesprochen daraufhin hat allah gefragt warum er sich nicht verbeugt hat warum er und jetzt könnte man das auch das ganze auch so interpretieren iblis hat das ganze missverstanden weil schau mal gott sagt zu den engeln verbeugt euch und sagt zu iblis warum hast du dich nicht verbeugt das könnte auch heißen dass iblis jetzt sagen soll warum iblis nicht derjenige ist der sich verbeugen soll weil allah hat ja die engel zum verbeugen aufgefordert aber allah hat auch gleichzeitig auch dann iblis gefragt warum du nicht also iblis hätte das halt so verstanden haben warum er gibt es ja so verstanden haben können zwar iblis hat das so verstanden dass er meint dass allah meint warum müssen die engel sich verbeugen aber du musst dich nicht verbeugen was also es könnte ein rätsel sein dass iblis jetzt hier quasi beantwortet und sagt die antwort ist also die antwort warum allah nicht iblis nicht auffordert sich zu verbeugen beantwortet iblis mit ich bin besser als er du hast mich aus feuer erschaffen ihn aber hast du aus lehm erschaffen also das heißt es könnte auch sein dass iblis hier gerade begründet warum allah iblis nicht aufgefordert hat ihn zu ihn zu sich zu verbeugen theoretisch könnte man das auch so betrachten und iblis hat da allah einfach missverstanden er hat ihn missverstanden weil allah sich auch missverständlich ausgedrückt hat so und auf diese antwort hin hat sich allah aufgeregt und hat ihn ab diesem moment schon rausgeschmissen allah hat in diesem moment gesagt so geh fort ohne dass allah gesagt hat irgendwie oder ohne dass iblis die möglichkeit hatte sich quasi zu erklären zu sagen erwart ich habe etwas anders verstanden allah hat ihn sofort rausgeschmissen er gesagt sofort er steht dir nicht zu darin hochmütig zu sein und blablabla und deswegen hat sich hat sich iblis auch verarscht ist er sich verarscht vorgekommen und deswegen sagt iblis auch darum dass du mich in die verwirrung verirrung hast fallen lassen werde ich ihnen ganz gewiss auf deinen geraden weg auflauern das heißt iblis hat allah falsch verstanden iblis hat auch erklärt warum also iblis hat auch gesagt warum allah zum beispiel nicht iblis auffordert sich zu verbeugen allah hat ihn direkt verbannt weil weil iblis ihn falsch verstanden hat quasi und iblis hat gesagt weil du mich verirre gehen lassen hast werde ich die menschen von deinem weg führen so ist nur ein eine andere perspektive die möglich ist hallo hallo ich erstes mal ich komme nicht aus deutschland also mein deutsch ist jetzt nicht so gut und ich habe die antwort was du suchst gott hat mich erschaffen damit ich böse bin bin ich jetzt der böse oder gott also ja ok habe ich gelesen wo man schreibt mal kurz mit dem mit dem account ich höre dich du kannst reden aber dein netz ist schlecht also ok ok und ist weg oder er macht internet gerade um vom wlan auf was anderes hallo 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 ja hallo ja mensch willkommen existiert die kälte existiert die kälte na ja wir nehmen kälte war liest du jetzt satz für satz irgendwas ab oder warum gehst du mich hin und her hallo 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 ha Okay. Ja, okay. Tschüss. Brauchst du noch mal ein iPad? Ähm, ja, komm mal klar, jeden Moment. Achso, willst du gucken? Okay, ist ja dein iPad hier. Nein, ich hab auch Ausleihen, ich hab das Ausleihen gesagt, ich hab da gesagt, ich hab da gesagt, was willst du für die Uni gucken? Oh, auch das. Für die Uni, ja, okay. Aha, Hamad Ayassin, zu welcher Religion, äh, Makiaveli, zu welcher Religion gehörst du? Äh, ich bin nicht gläubig. Hallo, ähm, achso, äh, schon wieder einer, der ohne Namen, ja, da muss ich gleich da rauskriegen. Ähm, komm bitte wieder, wenn du Namen hast, also ich will keinen, äh, der keinen Namen hat. Macht euch Namen rein, gebt euch Namen, und dann könnt ihr gerne wieder joinen. Äh, Koran auf Deutsch sagt, voll Bock auf Nutella mit Schafskäse. Äh, Nutella haben wir ja schon da. Äh, jetzt brauchen wir nur noch jemanden, der sich Schafskäse nennt. Und dann kann, äh, Koran auf Deutsch, Nutella mit Schafskäse. Äh, ja. Äh, bist du Christ? Nein, ich bin kein Christ. Ich bin ein Ungläubiger. Ein Ungläubiger Käfer. Ich meine, wäre komisch, wenn man ein Gläubiger Käfer ist, ne? Oder? Komisch. Atheist, meint er. Nein, ich meine nicht Atheist. Gott sei Dank bin ich nicht wie Gott, dass ich halt nicht reden kann und kann Aussagen der Menschen korrigieren. Weil Gott kann ja die Aussagen der Menschen nicht korrigieren. Weil Menschen sagen tausend Sachen über Gott, und Gott kommt nicht und sagt, nein, das ist falsch, das ist richtig. 60.000 Likes haben wir, Leute, 60.000 Likes haben wir geschafft wieder. Dankeschön. Hallo, was willst du denn, Leute? Das war, das war, das war das Fingst und Co. hier, Nutella und, äh, ja. Ich wollte dich fast fragen. Ja, fragen wir mal. Boah, ich muss ihn mal umdrehen. Ähm, ich hab, ich hab schlechte Verbindungen, ich hör dich gerade. So andere Kameradrin, die müssen eine halbe Stunde auch getötet werden. Ja. Ich muss einfach nur raus, bitte. Ah, mein Vater, jetzt hast du mega, mega, toll, jetzt musst du das so wiedergutmachen. Okay, ich will, ich packe, warte, packe ich das raus und dann lässt du es stehen, oder was? Ja. Boah, Alter. Jetzt muss ich wieder diese Treppen runterlaufen, Alter. Warte, wenn du, willst du, essen? Das kannst du hier lassen. Das kannst du hier lassen. Ach du hier, du gehst. Hehehe. Hehehe. So, ähm, ja, ich muss kurz einmal aus dem Kühlfach was raus tun. So, ähm, ja, ich muss mal aus dem Kühlfach was raus. Das kann ich jetzt nicht einfach mal aus dem Kühlkonferenz bewusstیاinnen. Wow. Luca sagt, Bro hat keine Ahnung von der Bibel. Luca, du hast keine Ahnung vom Leben. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Alter? Ja, weil die im Karton sind jetzt erst mal. Entschuldigung, mein Teufel ist nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein Ernst. Ja, dann geh selber. Also. Nein, alles gut, mach schon. Nein, ich mach das, lass ich hier hin. Nein, ich mach das, lass ich hier hin. Ich geh schon. Warum nicht, lass das auch so. Immer so diese Frauen, die sich für Gebiete halten, ey. Für Gebiete? Ja, nee, ich hab ... Ich bin als Sklavenhalter. Du bist Sklavenhalter? Ja. Und du willst Muslime sein? Ja, du bist doch ein Moslem. Was? Deswegen kann ich dich doch halten. Ja, aber ... Ja, habt ihr gehört? Muslime halten Sklaven. Meine Freundin sieht mich als Sklave. Als Sklave. Weil ich ein Moslem bin. Nein. Es wird aber viel drin. Deswegen machen wir nicht alle, Schatz. Ja, du ... Wie viel ist das drin? Nein. Wie viel, weiß ich nicht. Ich will nur zwei oder so. Nicht? Ja. Du hast den Rest. Ja, komm, wir packen die andere noch wieder rein. Zurück. Damit das passt. Macht's auch ein bisschen. Uff. Uff. Nein. Rein nach Sunna hat sie nicht Unrecht. Ja, ich weiß. Don't forget your dream. Nein. Du hast eine muslimische Freundin? Ja. Ich habe eine muslimische Freundin. Was ist denn mit denen? Ist das noch gut? Nein, schmeckt das weg. Sicher? Ja, da ist schon so. Wir müssen mal die Hot Tops machen, ne? Ja, das ist ... Nicht jetzt. Ja, aber das Brot trocknet schon. Weißt du das jetzt? Weißt du das jetzt? Wir machen das jetzt. Und wir? Ja, oder du. Während das, während das andere da ... Das sind auch noch nicht. Ich setze mich drauf und wärme da so gehen. Wie, nein. Kommst nicht. Ich will noch gar nicht essen. Du bist zu essen. Dann musst du mitkommen. Man denkt Ethik-Unterricht. Man denkt Ethik-Unterricht. Naja, es steht auch nicht, dass der Iblis ein Gin war. Ich hab Fans dazu gemacht, weil das zu laut, ne? Hier trinkt die Fanta aus. Was? Ist noch, ist noch was drin? Ich will nicht. Dricht nicht? Ich möchte nicht. Dringt, typ. Ich möchte das nicht. Ist deine letzte Möglichkeit. Nö, ich will ja auch nicht zu feifeln. Was? Ich will ja auch nicht zu feifeln. Wieso? Ähm, ich weiß nicht mal zu feifeln. Wie viele hast du denn? Ja, ich will das nicht. Ich will das nicht. Ich will doch nicht. Ich kann mich selber machen, wenn ich will. Ja, dann ... Wir haben keine Ahnung. Ja, mach einfach mal. Das sind finanziell da rausgelegt. So, willst du drei? Drei? Ja. Okay. Hä? Okay. Wir haben so Hotdog-Brote und so Würstchen. Aber das sind so Geflügelnwürstchen. Und dann machen wir Hotdog. Hotdogs. Hotdogs machen wir dann. So, ich halte den Topf schon mal gleich. Ich halte den Topf auf dem Herd. Illurion07 sagt, du bist bestimmt ein Förderschüler. Nein, es gibt keine Förderschulen mehr. Illurion, du bist bestimmt Albaner. Boah, bist du aber gemein. Nein. Ich krieg keine Förderschulen mehr. Illurion, du bist bestimmt Albaner. Habe ich recht? Nein. Ich muss nicht wieder sagen. Komm, sag mal, ob du ein Albaner bist. Krass, was du drauf machst. Dann stellen wir fest, ob ich ein Sonderschüler war. Förderschüler. Äh, Förderschüler. Aber ja, stimmt. Eigentlich heißt jeder Förderschüler, der Nachhilfe kriegt. Und den noch? Illurion, wo bist du? Sag mal bitte, ob du ein Albaner bist. Das geht dich gar nichts an, was ich bin. Siehst du, du bist ein Albaner. Warum geht es dir etwas an, dass du Förderschüler bist? Ja, ehrlich. Warum geht es dir etwas an, dass ich Förderschüler bin? Oder war? Komm, Illurion. Ich sag dir mal, woher ich gemerkt habe, dass du Albaner bist. Na, dein Dank. Weil die, weil die, äh, Albaner, äh, historisch gesehen, stammen die von den Illuren ab. Und, äh, also die Albaner zählen die Illure als ihre Vorfahren. Und, ähm, und daher benutzen viele Albaner, äh, diesen Stammes, das Stammeswort Illyra für, ähm, oder Illurion. Jetzt wird in deinem Fall englisch geschrieben. Ähm, als, ja, als nationalistisches, äh, als nationalistischer Name. Das habe ich alles im Förderunterricht gelernt. Mann, Mann, Mann. Wie kann man mich als Förderschüler nennen, Alter? Alter, ich war Hauptschüler, okay? Mann, Alter. Ist ein Unterschied. Das ist schier. Das ist in Schierbau, das ist nicht notwendig. Hast du noch nicht rein, Serbien? Nee. Hm. Hm. Krass. Aber witminded, warte, du musst, äh... Das reicht schon. Aber so, damit er die Feuchtigkeit ein bisschen auff export. Okay. Du bist ja richtig schlau. Guck mal, jetzt sagt er, du bist ja richtig schlau. Ja, klar. Ja, Illyrien, das spricht halt gegen dich, weil du darfst nicht Vorurteile haben. Du darfst nicht Vorurteile auf Zeit. Vor allen Glaubenheit ist nicht schön und nicht gut. Gott hat den Teufel nicht böse erschaffen. Doch. Es ist nicht wichtig, wie toll man schulisch war. Es gibt heftige Beispiele. Richtig, Alexej. Also, ich bin zum Beispiel Hauptschüler und das sagt gar nichts aus im Endeffekt, weil meine Freundin von der Seite so mit hochgezogenen Augenbrauen hat immer diese Sticheleien von ihr. Ja, ich mache Spaß. Ja, ja. Und deine Kosten. Ja, du machst da Spaß. Und deine Kosten, genau. Ich weiß. Ich weiß. Gehörst du zu einer Religion an, Salin? Nein, ich gehöre nicht zu einer Religion an. Ich bin ein Ungläubiger. Aber warum hast du das ganz aufgerissen? Äh, das hast du gemacht. Echt? Ja. Dann war das nicht versehen. Vielleicht war das, weil es zu trocken wurde, ist es abgefallen oder so. Nein. Ich habe alles später nachgeholt. Also, bei mir war das sogar anders. Also, bitte. Möchtest du auch wenn? Ja, oder nicht. Doch, bei einem oder bei zwei. Nicht so lange. Natürlich. Ja, bei mir war das jetzt nicht so, dass ich das irgendwie nachgeholt habe. Also, ich habe natürlich, äh, ähm, ich habe mich schon immer für so Geschichte so interessiert, auch in der Schulzeit damals. Äh, ich habe mich auch für viele andere Sachen interessiert, aber, äh, der Grund, warum ich halt, äh, 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 Hauptschule, Hauptschulabschluss habe und alles, das ist ja eigentlich nicht wegen, äh, 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 mein Wissen oder wegen meinen Leistungen, sondern wegen meinen Fehlungen gewesen. Also, ich war ja, ich hatte, äh, ich hatte, äh, 62, äh, äh, fehl Tage, also, nicht Stunden, sondern Tage. Und, äh, ja, und, äh, und, äh, und die, und das, da habe ich das unentschuldigt, ne? Also, äh, unentschuldigt, ne? Nicht, nicht, dass wir, also, ich, bei mir waren, waren 72 irgendwie, ich glaube, 72 Fehl Tage, davon waren, davon waren 10 oder 12 entschuldigt. Das heißt, so an die 60 Fehl Tage hatte ich, unentschuldigt. Und das waren halt alles Sechsen, die ich dann bekommen habe. Und das hat mich im Endeffekt, das hat meine, meine Note runtergerissen. Aber, das hat nichts, also, ich weiß, dass es nichts mit meinen, mit meinen Leistungen, mit meinem Wissen und alles zu tun hat. Die Lehrer wussten das auch, Alter. Satan ist nicht eine Person, sondern die Persönlichkeit der Sünden. Somit haben Menschen Satan erschaffen. Ähm, ja, die, äh, Satan ist, äh, eine Personifizierung, ja, eine Ergründung, warum Menschen böse handeln, ja? Ähm, eine Ausrede, warum Menschen, äh, böse Gedanken haben können. Aber er hat die nicht böse erschaffen. Fun History Facts, eine Frage. Wenn er ihn nicht böse erschaffen hat, hat er dann, äh, die Hochmut und, äh, die, und, und, äh, die Eifersucht, äh, äh, den Hochmut und die Eifersucht und, äh, und die, ähm, und den Neid, hat er ihn da später gegeben, später irgendwann hinzugefügt bei ihm? Oder hat, hat Gott ihn schon damit erschaffen, mit Hochmut und mit, mit Eifersucht etc.? Stolz, auch Stolz, ja, Hochmut ist ja, genau, Stolz auch. Stolz, äh, äh, Stolz, äh, Neid, äh, Eifersucht, äh, Halt und, äh, Hochmut. Dann bist du böse. Halla, ähm, ich glaube aus religiöser Perspektive sind wir alle böse. Was ist mit dem passiert? Ja, weil das schon aufgegangen ist. Ja, ein Teil noch. Oh Mist. Ja, das ein bisschen böse ist. Ja, Ich esse gerade eine Kleinigkeit. Scheiß, ein bisschen böse ist. Vielen Dank.